vorwort von das lob der narrheit dies ist eine schrift das lob der narrheit beurtheilt wissen in dem widmungsbriefe an den jüngeren damals zwanzigjährigen thomas morrus späteren kanzler heinrichs ii von england dem ihn gemeinsame humanistische studien verbanden erzählt der verfasser wie ihm die idee zu dem buche auf dem heimritt von welschland gekommen sei es ist kein grund daran zu zweifeln daß dieses populärste werk des deutschen humanismus mehr oder minder zufällig konzipiert und mit einer art spielerischen vergnügens ausgeführt wurde erasmus selber hat wohl nie geahnt daß die geistreiche aber leicht gezimmerte arbeit die ihm nichts als ein ausruhen von ernsten gelehrten forschungen bedeutete seinen internationalen ruhm für alle zeiten begründen würde das in elegante latinität geschriebene und in alle kultursprachen übersetzte werk verdankt seine äußere anregung dem deutschen narrenschiff des sebastian brandt kommt aber geistig aus viel früherer zeit her nämlich aus der freieren sphäre des attischen spötters lukian von dem es den feineren witz die überlegene ironie und die aller didaktik fremde jeglicher moralisation abholde weltmännische art hat hinter dem tollen wirrwarr menschlichen treibens hinter den mängeln schwächen fehlern und untugenden sieht erasmus die torheit als etwas nur allzu menschliches an sie ist ihm dasjenige geistige element das dem erden dasein überhaupt erst reiz und wert verleiht das horatische dulce estesipere in loco ist hier zu einem prinzip der weltanschauung erhoben und wird halb im ernst halb im scherz von einer lächelnden lebensphilosophie als vadimekum für jeden erdenpilger gepriesen daß der geistreiche und seine thesen mit unzähligen gelehrten zitaten erhärtende autor sich dabei nicht immer konsequent bleibt und mitunter wie zum beispiel in seiner polemik gegen kirche und theologie aus dem ton und der rolle eines lobredners der torheit fällt darf weiter nicht verwunderlich erscheinen die vorliegende übersetzung ist mit ausgewählten holzschnitten nach den randzeichnungen von erasmusfreunde holbein geziert die der meister in ein exemplar der frobenschen zu basel aufbewahrten ausgabe eingetragen hat der herausgeber vorwort steht so bin doch ich es ich wie sie mich hier vor sich stehen sehen durch deren übermenschliche kraft den herzen der gotter und der menschen die muntersten freuden eingeflößt werden wollen sie hierüber einen beweis hier ist ein überzeugender kaum war ich aufgetreten um in dieser zahlreichen versammlung eine rede zu halten so ward plötzlich jedes antlitz mit einem neuen und ungewöhnlichen schimmer der fröhlichkeit übergoldet plötzlich entfaltete sich jede stirn im hellsten liebenswürdigsten lächeln wird mir von allen orten der holdeste beifall zugewinkt wo ich meinen blick hinrichte sehe ich gesichte die mich nicht anders denken lassen als jedermann habe sich bei dem nektar dem es die homerischen götter bei ihrem gelache gewiß an dem safte des die traurigkeit verbannten ochsenzungenkrautes nicht fehlen lassen in die beste laune getrunken und vorhin sah jeder so finster und cremlich aus als ob er gerades weges aus einer eremitenzelle zurückkomme wie wenn die sonne am frühen morgen ihr goldschönes antlitz der erde zuwendet wie wenn nach dem rauen winter der neue frühling mit seinem belebenden hauche kommt jugendlich glänzt das antlitz der ganzen natur farbe anzug alles hat sich verjüngt also meine herren hat sich auch auf ihren angesichten sobald sie einen blick auf mich gerichtet hatten alles geändert große redner schwarze sorgen wollt ihr aus den herzen der zuhörer verbannen und wie betreibt ihr's in einer viele nächte durch abgezirkelten langweiligen rede arbeitet ihr oft vergeblich daran schämet euch sehet mit einem einzelnen blicke hab ich's zustande gebracht warum ich heute in einem so ungewöhnlichen aufputze erscheine sie werden es sogleich vernehmen meine herren wenn es ihnen nicht so beschwerlich ist mir ein geneigtes ohr zu gönnen aber bei leibe ja nicht ein solches daß sie den ehrwürdigen kanzelrednern zuwenden sondern ein solches das marktschreiern possenspielen und lustigmachern immer offen steht ein solches wie er dem unser midas dem pan ein stattliches paar zuwendete mich hat die laune angewandelt mich ihnen für eine weile als sophistin zu weisen nicht von der art jener die in unseren zeiten der schuljugend einige armseligkeiten ängstlich einbläuen und dabei lärmend ein mehr als weibisches gekeife ergellen lassen ich werde jenen alten nachahmen die sich um dem mir so verhaßten namen der weisen klüglich auszuweichen sophisten nannten sie übernahmen es das lob der götter und der helden herauszustreichen man halte sich also in bereitschaft eine lobrede anzuhören nicht auf einen herkules einen solon sondern auf mich das ist auf die narrheit ich mache mir nicht das geringste daraus wenn jene weisen jeden der sich selbst lobt für einen narren und unverschämten ausschreien närrisch soviel sie wollen wenn sie nur eingestehen daß es dem charakter angemessen sei und was könnte sich für die narrheit besser schicken als ihr lob selbst auszuposaunen und nach ihrer eigenen pfeife zu tanzen wer wird mich natürlicher schildern als ich es selbst tun kann wer steht in genauerer bekanntschaft mit mir als ich oh ja man wird mir eingestehen daß ich mich noch bescheidener betrage als der haufe der großen und weisen welche bei einer verkehrten schamhaftigkeit einen fuchsschwänzerischen schwätzer oder einen windichten dichter mit barem gelde dingen um aus seinem munde ihr eigenes lob anhören zu können das ist eitle lüge und dann steht der schamprahler da wie der pfau der mit dem ausgebreiteten schweife stolziert den kamm hochtragend der unverschämte schmeichler vergleicht den taugenichts mit den göttern er streicht ihn als das vollkommenste tugendmuster heraus und weiß doch daß derselbe himmelweit davon entfernt sei er verziert eine kleine krähe mit fremden federn wascht einen mohren macht aus einer mücke einen elefanten o ich ich folge dem gemeinen sprüchworte wenn niemand mich loben will so lob ich mich selbst verwundern muss ich mich über das betragen der sterblichen ist's undankbarkeit ist's drehkeit sie machen mir alle den hof meine wohltätigkeit gegen sie erweckert in ihnen vieles vergnügen doch ist es seit so vielen jahrhunderten noch niemand aufgetreten der aus erkenntlichkeit das lob der narrheit feierlich angestimmt hätte und doch schonte man in herausstreichung eines bustiris eines phalaris des viertägigen fiebers eines kahlkopfes oder was der gleichen tolles zeug mehr sein mag weder der nachtlampe noch dem schlafe eine unausgearbeitete und im stehgreife gehaltene deswegen aber um so viel natürlichere und der wahrheit angemessenere rede werden sie von mir hören bilden sie sich ja nicht ein ich sage dieses nach der weise gemeiner redner um dadurch meinen geistesfähigkeiten bewunderung zu erkünsteln diese haben sich etwa bei verfertigung einer rede dreißig jahre hindurch erschwitzt wenn es ja nicht gar eine zusammengeborgte ware ist und doch behaupten sie mit einem tapfern eitschwur sie haben sie inner drei tage spielend zu papier gebracht meine sache aber ist es alles gerade heraus zu sagen wie es mir auf die zunge springt man erwarte nicht daß ich mich nach der weise der alltagsredner bei einer kunstmäßigen beschreibung meiner selbst oder wohl gar bei einer kopfbrechenden einteilung meines gegenstandes verweilen werde beides würde für mich sehr unschicklich seyn wie ich sollte mir selbst schranken setzen mir deren herrschaft sich über die ganze weite welt erstreckt ich sollte da pedantisch trennen und teilen wo alle völker in ihrer berechnung übereinstimmen wozu würde es dienen ein wirkliches schattenbild von mir hier aufzustellen da man mich selbst mit augen sehen kann ich mache sie meine herren zu augenzeugen bin ich nicht die echte austeilerin alles guten die man in der ganzen welt die narrheit zu nennen gewohnt ist o ja ich nerrin hätte dieses zu sagen nicht nötig gehabt aus meinem antlitze läßt sich sehen auf meiner stirn lesen was ich im schilde führe wenn mich jemand für die minerva ausgeben wollte für die göttin der weisheit so würde er widerlegt sein sobald man mir ins angesicht sehe in diesem wenn ich auch den mund nicht auftue ist meine gemütsart nach dem wahren leben geschildert ich bediene mich keiner schminke wie ich von innen bin zeige ich mich von außen ich bin mir immer so gleich dass man mich auch an denen nicht verkennen kann die sich unter der larfe der weisheit für hochweise männer ausgeben affen die im purpurröckchen ein her strotzen esel die in einer löwenhaut umher traben wenn sie sich auch noch so listig verstellen so verraten doch die hervorragenden öhrchen ihren midas in wahrheit das sind undankbare geschöpfe sie sind unstreitig unsere zunft genossen und schämen sich doch öffentlich unseren namen anzunehmen ja sie schimpfen auf die welche von sich ein ehrlicheres bekenntnis ablegen da sie wirklich erznarren sind und doch für weiser als ein thales wollen angesehen werden können wir sie nicht mit allem rechte närrisch weise nennen es scheint dass sie diesorts unseren heutigen rednern nacheifern die sich bald gar für götter halten wenn sie die leute bereden können dass sie gleich den blutsaugern zweizüngig seien sie sehen sich für helden an wenn sie eine lateinische rede mit einigen griechischen wörtern durchspicken und als eine unschickliche mosaikarbeit zu markte bringen können und wenn es ihnen an ausländischen wörtern fehlt so schauen sie aus verschimmelten schriften etliche veraltete wörter hervor mit denen sie dem leser einen dunst vor die augen zaubern dadurch setzen sie sich in die gunst derer die sich darauf verstehen die übrigen werden um so viel tiefer in verwunderung gesetzt je unwissender sie sind auch dieses macht einen schönen teil unserer wonne aus dass wir uns durch das so von weitem kömmt am meisten rühren lassen die welchen es an ehrfurcht nicht fehlt lächeln ihren beifall zu und bewegen geheimnisvoll gleich den esel die ohren damit man denke sie seien mit der sache tief bekannt ja sprachen sie scharfsinnig die sache verhält sich wirklich so wie sie sich verhält ich lenke wieder ein sie wissen also meinen namen sie meine herren welchen ehrentitel soll ich ihnen beilegen das wort erznarren wird ihnen wohl nicht zuwider sein mit einem schicklicheren weiß die göttin der narrheit ihre verehrer die mit ihren geheimnissen vertraulich bekannt sind nicht zu bezeichnen weil aber meine abkunft eben nicht vielen bewußt sein wird so will ich solches unter dem guten beiständischen dermusen zu eröffnen trachten nicht chaos orkus saturn jupiter war mein vater noch irgend einer der veralteten und ausgedienten hausgrundzerischen götterkreisen plutus hies er dieser und dieser allein trotz dem hesiodus dem homerus und dem jupiter selbst war der vater der menschen und götter blutus auf dessen wink auch jetzt noch wie vor zeiten alles was heilig und unheilig ist untereinander gemengt wird krieg friede reiche ratsversammlungen gerichtsplätze landtäge ehen bündnisse verträge gesetze künste das scherzhafte das ernsthafte an atem gebricht's mir kurz alle öffentlichen und besonderen angelegenheiten der sterblichen richten sich nach seiner willkür ohne sein zutun würde das ganze poetische göttervolk ich will freier von der brust weg reden würden selbst die götter der ersten klasse entweder gar nicht sein oder doch gewiß am häuslichen tisch ihr leben sehr sparsam durchbringen müssen dem über den er zörnt wird selbst pallas kümmerlich zu helfen wissen der den er begünstigt wird er mit dem obersten jupiter und seinem donnerkeile sicher aufnehmen können eines solchen vaters habe ich mich zu rühmen er erzeugte mich nicht aus seinem gehirne wie jupiter jene saure und scheußlicher minerva sondern mit der jugendlichen neotes der schönsten und muntersten nymphe er war mit ihr nicht im traurigen bande des ehestandes verstricket ich ward nicht wie jener vulkan der hinkende schmidt geboren ich bin eine tochter der freien und freudigen liebe mein vater war nicht irren sie sich nicht meine herren jener aristophanische plutus der abgelebte halbblinde nein munter war er noch in der blüte der jugendlichen hitze ja nicht nur der jugendlichen sondern auch der durch den nektar entzündeten den er damals an einem freudenfeste der götter reichlich geschlürft hatte wollen sie auch meinen geburtsort wissen oh ja heutzutage kommt es in absicht auf den adel vieles darauf an wo man in der wege zuerst geschrien habe ich ward nicht in der schwimmenden insel delos geboren nicht in dem wogenreichen meere nicht in einer verborgenen höhle sondern in jenen beglückten chlorafischen inseln wo alles ungesehet und ungepflügt hervorsprudelt da weiß man nichts von arbeiten vom altern von krankheiten goldwurzeln pappeln zwiebeln feigbohnen erbsen oder andre dergleichen ärmlichkeiten verstellen da die felder nicht dem auge und geruche schimmern und duften von allen seiten her amaranten rosen majoran violen hyazinthen entgegen man glaubt in dem garten des adonis zu sein in einer solchen wonnevollen gegend geboren fing ich das leben nicht mit weinen an schmeichelnd lächelte ich kleine närrin meiner mutter sogleich ins angesicht den saturnischen jupiter beneide ich nicht daß er eine ziege zur amme hatte zwo drolligte nymphen reichten mir ihre brüste dar die taumelnden meter tochter des bacchus und die sorglose apedia tochter des pahns beide befinden sich hier in der gesellschaft meiner gefährten und aufwärterinnen ich soll sie bei ihrem namen nennen gut hier sind sie diese die ihre stirn hochträgt ist die sich selbstliebende philautia diese mit ihren zulächelnden augen beifallklatschenden händen ist die schmeichelnde kolakia diese halbschlafende die man bereits träumend glauben sollte ist die vergessliche lethe diese die sich auf ihre ellenbogen steuert und die hände gefaltet hält ist die arbeitsscheue misoponia diese mit rosengränzen umschlungen wohlgerüche duftend ist die wollüstige idone diese mit ihren unstet umherschweifenden augen ist die wahnsinnige arnoia diese mit der glatten haut deren ganzer körper sich so wohl genährt zeigt ist die verzerrte trüfe unter diesen mädchen sind auch zween götter zu sehen der eine ist der sich bei jugendlichen trinkgelagen munter hervorturnde komus der andere der sich dann in den tiefsten schlaf versterbende nagretus hypnos mit dem beistande dieser meiner getreuen bedienten unterwerf ich alles meiner herrschaft und monarchen selbst erteil ich meine befehle das lob der narrheit desiderius erasmus ich habe nun von meiner abkunft meiner auferziehung und meinem gefolge nachricht gegeben damit niemand meine ich bediene mich ohne grund des titels einer göttin will ich zeigen wie viel gutes ich an göttern und menschen thue und wie weit sich meine göttliche macht erstrecke man öffne die ohren jemand hat die nicht unschickliche anmerkung gemacht um ein gott zu sein müsse man den menschen wohltaten erweisen man hatte zumpf der götter mit recht jene einverleibt welche die menschen über den gebrauch des weines des getreides und andere lebensbedürfnisse von dieser art unterrichtet haben wo hätte man das recht her mich nicht für das alpha aller götter zu halten mich welcher einzig jedermann alles und jedes zu verdanken hat zuerst was kann angenehmer was köstlicher sein als das leben an sich selbst und von wem anders als von mir hat man den anfang desselben erhalten nicht die lanze der aus dem stärksten der väter geborenen pallas nicht das schild des wolkensammelnden jupiters hat einen einfluß in die zeugung und fortpflanzung des menschengeschlechtes noch mehr selbst der vater der götter der könig der menschen dessen wink den ganzen olympus zittern macht muß seinen dreigespitzten donnerkeil weglegen samt seiner titanischen miene mit welcher er nach seinem belieben allen göttern einen schrecken einjagt nach der armseligen weise des schauspielers muß er einen anderen charakter annehmen wenn er das thun will das er zuweilen thut das ist wenn er zum gebt mir einen solchen und wenn er auch tausendmal ein stoiker ist so muß er mir wo nicht den bart dieses merkmal der weisheit wenn er ihn auch gleich so groß als der bock hat doch gewiß seine gravität weglegen seine stirn muß sich entfalten er muß sich seiner demandfesten grundsätze entschlagen er muß ein wenig faseln und den narren spielen kurz mich mich sag ich muß der weise mann zu hülfe rufen wenn er zum vater werden will warum soll ich nicht nach meiner weise offenherzig schwatzen man sage mir ist's das haupt das antlitz die brust die hand das ohr irgendeines der für ehrhaft gehaltenen kleider die zur zeugung der götter und menschen erfordert werden mich deucht es nicht es ist etwas so närrisches und lächerliches daß sie meine herren und damen wenn ich es nennen sollte sich des lachens nicht enthalten würden dem man diese ehre zuerkennen muß dieses ist weit richtiger als jener pythagorische quaternio die heilige quelle aus welchem alles das leben schöpft wo ist der mann der dem ehrlichen kappzaumer sein maul darreichen würde wenn er vorher wie jene weisen leute zu thun gewohnt sind ein jammer des ehestandes erwogen hätten welche frau würde zur vertrauten unterhaltung mit dem manne sich entschließen wenn ihr ein gedanke an die gefährliche geburtsarbeit und das verdrüstliche ammengeschäft käme da sie also meine herren ihr leben im ehestande und diesen der erneuer meinem hirnlosen aufwärtsmädchen zu verdanken haben so ist es ihnen leicht auszurechnen in welcher tiefen schuld sie bei mir stehen die welche einmal in dieser not gewesen ist würde sich nicht wieder darin wagen wenn sie sich nur an meine gefährtin die vergessliche lethe gehalten hätte menus selbst lucrez mag sagen was er will wird's nicht leugnen daß es ohne meine hinzukunft um ihre ganze kraft etwas ohnmächtiges und unnützes sein würde mein spielwerke mag auch noch so taumelnd und lächerlich sein so entstanden doch aus ihm jene steifen philosophen an deren stelle sich jetzt die befinden die man mönche zu nennen pflegt in purpur gekleidete könige fromme priester und dreimal allerheiligste päpste ja die ganze zunft der poetischen götter so zahlreich daß der olymp dessen raum ebenso klein nicht ist sie kaum fassen kann ich würde mit mir selbst nicht zufrieden seyn wenn man nur bloß die quelle und pflanzschule des lebens mir zu verdanken hätte ich will zeigen daß auch alle bequemlichkeiten des lebens von mir herkommen was ist dieses leben verdient es auch nur den namen des lebens wenn man das vergnügen davon wegnimmt oja sie meine herren klatschen mir ihren beifall zu ich wußte es wohl daß niemand unter ihnen so weise ist oder so närrisch nein so weise daß es solche gedanken hegen sollte selbst die stoiker verachten die wollust nicht ob sie sich gleich aufs geflissenste verstellen und sie öffentlich mit tausenderlei schimpfnamen belegen die tückmäusler nur um andere davon wegzuscheuen und sich eines desto größeren teiles desselben zu versichern aber beim jupiter fordere ich sie auf diese heuchler mir zu sagen welcher teil des lebens nicht traurig unlustig ekelhaft abgeschmackt lästig wäre wenn ich nicht dabei für salz und gewürze sorgte den sophokles und wer ist im stande diesen mann genug zu loben kann ich hierüber zum unverwerflichen zeugen aufführen indem er um mir gerechtigkeit widerfahren zu lassen ausrief weg mit weisheit wenn man sich des lebens recht erfreuen will wir wollen eines nach dem andern beherzigen wer weiß nicht daß die erste szene der kindheit die freudigste und angenehmste ist was befindet sich in den kindern das uns auffordert sie zu küssen zu umarmen ihnen zu schmeicheln daß die hand des rohsten feindes nötigt sie aus jeder not zu retten anderes ist es nicht als dieses die vorsichtige natur hat sich mühe gegeben die säuglinge mit der gabe nährischer schmeicheleien zu versehen damit sie mit einer angenehmen art vom ersatze die arbeit der sie besorgenden erwidern und zugleich ihnen fernere mühwaltungen scherzhaft abbetteln wenn sie die kindlichen jahre mit den jugendlichen vertauscht haben so versichern sie sich der huld jedermanns man liebt sie ereifert sich ihnen nützlich zu sein springt ihnen bei allen anlässen dienstfertig bei und wer hat sie mit einem solchen herzen gewinnenden wesen versehen niemand als ich weil ich ihnen meine huld schenke so sind sie noch fern von aller weisheit und folglich von allem krame sobald sie zu mehreren jahren gelangen und beim unterricht und im umgang mit der welt den verwünschten weg der männlichen weisheit betreten ich will eine erzlügnerin sein wenn ich nicht die wahrheit rede so ist es um die blüte ihres aufgehellten wesens geschehen ihre munterkeit fällt ins träge ihr artiges betragen sinkt ins frostige die lebhaftigkeit erstirbt je weiter der mensch sich von mir entfernt desto minderer er freut er sich des lebens und endlich wird er zum mürrischen greisen der nicht nur andern sondern auch sich selbst zur last fällt oh ja keinem sterblichen würde dann sein zustand erträglich sein wenn ich nicht mich seiner so vielen mühseligkeiten erbarmend ihm zum beistand eilte wenn die poetischen götter jemanden sehen der zugrunde gehen will so kommen sie ihm mit einer verwandlung zu hülfe ich wenn ich jemanden erblicke der bald reif zur bahre geworden rufe ihn soviel möglich ist wieder in die kindheit zurück wie man dann von der zweiten kindheit desselben vieles zu reden pflegt wie ich sie verwandle man soll es hören zur quelle meines flusses lethe er entspringt in den inseln der glückseligkeit und von ihm wiegt nur ein kleines bächlein in die unterirdischen gegenden führ ich sie und sobald sie sich bei diesem das vergessen zeugenden getränk erlabert haben wird das gemüt allmählig seines grams entladen und vergnügt stehen sie da aber sie schwatzen ja ganz närrisches zeug es sei so eben dieses heißt ja wieder jung werden gerade so muß man plaudern wenn man kind heißen will wirklich ihr unweises tändeln bringt er götzen ein junger aus dem die weisheit des mannes hervor strotzt o das ist in wahrheit ein missgeschöpf überwitz zeugt ekel an bei wer konnt es ausstehen einen greisen der bei seinem langen erfahrungskram alles mit sprüchen durchwürzte die er mit anspannung aller seiner scharfen beurtheilungskräfte zusammen gedrechselt hätte zum alltäglichen gefährten zu haben weil ich gütig bin mache ich den alten zum narren der über alle die elenden sorgen hinausgesetzt ist mit denen der weise sich ermartet er ist kein unlustiger tischgefährte er läßt sich das zutrinken wohl schmecken das leben hängt ihm nicht mehr wie manchem als eine last an etwann wandert er wieder in die schule zurück darin man sich einsicht in die anfangsgründe der liebe verschafft ein zustand darin er unglücklich sein würde wenn er sich noch unter der herrschaft der weisheit befände bei seinen freunden ist ein willkommener und zu freuden aufgelegter gast aus dem munde des alten nestors beim homer finden wir es flossen honigsüße reden indem aus dem munde des achilles nichts als bitterkeiten hervorsprudelten und bei eben diesem dichter sitzen greisen auf den mauern der stadt und ertendeln sich in blumichten wortspielen in diesem gesichtspunkt ist die zweite jugend der ersten vorzuziehen die zwar ein vergnügen verschafft doch ein noch zu kindisches dem es an der vornehmsten belustigung des lebens fehlt an der unermüdeten schwarzhaftigkeit hiezu kommt das alte stets an den kindern kindern an den alten vergnügen finden gleich und gleich gesellt sich gern alles stimmt bei diesen überein außer dass der runzlichter mehr geburtsfeste gefeiert hat sonst ist alles gleich weiße haare zahnloser mund nach der erde sich bückender leib begierde nach milchspeisen stammeln plaudern possen vergesslichkeit unbesonnenheit kurz alles je älter der mensch wird desto näher kommt er wieder der kindheit bis auf eine rechtkindische weise ohne des lebens überdrüssig zu sein ohne den tod zu fürchten aus dem leben heraus watschelt es gehe nun wer dazu lust hat und vergleiche das dadurch ich die menschen beglücke mit den verwandlungen des werk der übrigen götterwahn was diese manchmal im auffahrenden zorne tun oh darüber will ich kein wort verlieren was tun sie aber gegen ihre trautesten lieblinge sie verwandeln sie in einen baum einen vogel eine grille oder wohl gar eine schlange als ob eine solche veränderung und das zugrunde gehen nicht die nämliche sache wäre ich aber ich stelle den gleichen menschen wieder in die besten und glücklichsten umstände seines lebens wenn die sterblichen sich durchgehends alles umgangs mit der weisheit entschlagen und ihr leben einzig bei mir zubringen wollten so würde das was man das verhalten nennt ihnen immer unbekannt bleiben und in steter jugend würden sie beglückt sein sehen sie mir doch einmal jene murrköpfe philosophisches grübeln oder das betreiben ernsthafter und schwerfälliger geschäfte hat sie ehe sie noch recht jünglinge waren zu greisen verhudelt besorgnisse stete und scharfe gedankenanstrengung haben ihre geisteskräfte ihre lebenssäfte nach und nach erschöpft sehen sie dort meine tollen lieblingssöhne o wie wohl ausgefüttert sind sie nicht ihre haut wie glänzend wie gespannt nein die besten eichwälder akarnaniens hätten keine so drollichten ferkelgeschöpfe aufzuweisen gehabt gewiss sie würden vor allen und jeden altersbeschwerden ein für allemal gesichert bleiben wenn sie sich nur stets vor jedem angriffe der weisheitsseuche geflissentlich bewahren wollten o daß sich doch in den menschenleben dinge einschleichen müssen die ihm eine durchgehende glückseligkeit neidisch abzustehlen trachten zum ueberflusse kann ich mich auf eine alte sache berufen wer zufolge die narrheit das sicherste mittel ist die jugend in ihrem schnellen laufe aufzuhalten und das unbeliebige alter weit wegzutreiben den brabantern sagt man nicht ohne grund nach da das alte andere leute klug mache so geraten diese je mehr sie an jahren zunehmen in desto größere narrheiten und wirklich ist dieses unter allen völkern dasjenige welches im gemeinen umgange das fröhlichste ist und an dem sich von dem närrischen wesen alter leute am wenigsten finden läßt man kann ihnen diesorts ihre nachbarn meine holländer an die seite setzen die sich so eifrig für meine anhänger dargeben daß sie sich ein recht auf den ehrentitel der narren erworben haben nicht nur schämen sie sich nicht dieses von sich zu gestehen sondern sie sind sogar stolz darauf so gehet denn nun schwindlichte sterbliche um eine medea circe venus aurora und ich weiß nicht was für einen zauberbrunnen aufzusuchen da man sich wieder jung machen könne ich ich allein bin imstande dieses zu bewirken und ich tue es auch ich besitze den wundersaft vermittelst welchen memnosk tochter die jugend titons ihres ahnen verlängert hat ich bin jene venus die den alten fahren wieder so jung machte dass sappho sterblich in ihn verliebt wurde ich wenn irgendjemand bin im besitze der kräuter der zaubermittel des brunnens der nicht nur die verflogene zeit der jugend wieder zurückbringt sondern sie auch welches unvergleichlich besser ist für das ganze leben dauerhaft befestigt nun denn ja meine herren sie werden alle meinen ausspruch unterschreiben es gibt nichts liebenswürdigeres als die jugend nichts abscheulicheres als das alter gut sie sehen also in welcher schuld sie bei mir stehen bei mir die ich ein so großes gut gewähre ein so großes übel verbanne abschneidt was halt ich mich so lange bei sterblichen auf lasse den ganzen himmel durch die musterung gehen und man sage mir den namen den ich führe mit einem hohn gedächte ins angesicht hinein wenn sich nicht jede gottheit als etwas widerliches und verächtliches darstellen würde sobald ich sie meines einflusses berauben sollte warum zeigt sich bacchus als ein blond haarigter jüngel weil er bei der nektarfeuchte gastereien tänzen spielen sein ganzes leben zubringt und mit der pallas nicht den geringsten umgang hat er dem kein gedanke kommt sich für einen weisen auszugeben der sich freut wenn man ihn mit eifereien und drollichten scherzen verehrt der sich nicht ärgert wenn man ihn einen stocknarren nennt wenn er an der tür seines tempels sitzt und ein mutwilliger bauernlümmel ihn das antlitz mit most und reifen feigen beschmiert mit welchen spottnamen hat nicht die alte komödie ihn belegt o des abgeschmackten gottes hieß es man kann ihm den ort anriechen aus dem er geboren worden aber bei allendem wer wollte nicht lieber dieser abgeschmackte tor sein der immer lustig ist immer jugendlich munter immer spiel und wollust mit sich bringend als jupiter mit den schiefen zornblicken die jedermann furchteinjagen oder pan bei dessen sauren grunzen man bald selbst zum närrischen schreckbilder werden könnte oder vulkan der mit aschen und schmutz verziert aus seiner rauchigen werkstätte hervorhängt oder auch die schielende palace selbst die zu nichts taugt als mit ihrem medusenkopf und ihrer lanze den leuten einen schrecken einzujagen warum bleibt armer immer ein junge warum bloß weil er ein postenreißer ist und nichts tut und denkt daß man auch nur einem scheine von überlegung zuschreiben könnte wie kömmts daß man die goldschöne venus stets mit ihrer frühlingsmine sieht sie steht mit mir in verwandtschaft die farbe meines vaters glüht auf ihrem antlitze daher homer sie die goldene göttin nennt auch lacht sie beständig wenn dichter und die ihnen nacheifernden bildhauer glauben verdienen welche gottheit ward von den römern andächtiger verehrt als flora die mutter aller wollüste wie steht es um das tun und lassen der sauren götter wenn man sich darüber bei dem homer und den übrigen dichtern rats erholt so zeigt sich's daß es selbst ihnen an nichts weniger fehle als an narrheit was würde es helfen die taten der andern weitläufig zu erzählen da alle welt von der verliebtheit und den narrenteidungen jupiters des donnergottes nur zu vieles zu sagen hat die strenge diana die auf ihren beständigen jagdschwärmereien ihres geschlechts vergießt wie jämmerlich hat sie sich nicht in ihren endymion verliebt doch mir wär es lieber wenn die götter sich ihre geschichte von dem momus wollten erzählen lassen der sie ihnen ehedem oft vorgepredigt hat aber neulich stürzten sie ihn im zorne samt der keifenden arte auf die erde hinab weil er der verdrüstliche neidisch auf das glück der götter ihnen mit seiner weisheit stets in den ohren lag kein sterblicher würdigt ihn ihn unter dach zu nehmen und noch weniger findet er einen eingang an den höfen der fürsten wo mein folgemädchen die schmeichelnde kolakia in der größten achtung steht und mit ihr stimmt momus so wenig überein als der wolf mit dem lamme also haben die götter sich von dem momus losgemacht und jetzt können sie von jedem sittenrichter befreit frei und lustig den narren spielen priapus ehedem ein feigenklotz was bringt er jetzt nicht für scherze hervor merkur mit seinen diebereien und taschenspieler streichen setzt alles ins lachen selbst vulkan spielt im gelache der götter den stocknarren und lässt's am herumhinken an spöttereien an lächerlichen sprüchen nicht fehlen die trinkgesellschaft bei guter laune zu erhalten sogar silen der alte verliebte hüpft dem ländlichen tanze mit dem polyphem und den barfüßigen nymphen wacker umher satyren ertanzen sich mit ihren bockspringen pan mit einem ungesalzenen liedchen bringt alles ins lautlachen lieber hört man ihn als die musen besonders wenn der nektar anfängt in den kopf hinauf zu dünsten o was könnt ich hier für herrliche dinge von der wirtschaft der sich satt genektarisierten götter sagen da da geht's beim herkules schwör ich's so närrisch her dass ich ich selbst mich zuweilen des lachens nicht erwehren kann doch besser ist's ich lege gleich dem herpokrates den finger auf den mund leicht könnte sonst ein korikäisch auflauernder gott zuhorchen wenn ich dinge erzählte die selbst im momus nicht unbestraft entwischend sind es ist zeit daß ich nach homerischer weise von den himmelsbewohnern zu den kindern der erde herabschlendere auch da werden wir sehen daß ich nichts freudiges und glückliches befinde das nicht mein geschenk ist sie sehen meine herren wie vorsichtig die natur die mutter und schöpferin des menschengeschlechts alles mit nachheit durchwürzt hat die stoiker die es in der kunst des beschreibens weit gebracht haben sagen sich durch die vernunft führen lassen sei weisheit nachheit sei es wenn man sich nach der willkür der leidenschaften richte nun damit das leben der menschen nicht etwas ganz trauriges und finsteres sein müsse hat jupiter in ein pfund von leidenschaften kaum eine unze von vernunft gemengt die vernunft hat er in einen kleinen winkel des kopfes gebannt und den ganzen leib den regen leidenschaften zum taumelplatz angewiesen der vernunft hat er zween der heftigen tyrannen entgegengesetzt den zorn der seine herrschaft in der burg und der quelle des lebens hat in dem herzen und die lüsternheit die in der gegern des unterleibes alles zum gehorsam nötigt was die vernunft wider diese zween feinde vermöge zeigt sich zureichend aus dem gemeinen betragen der menschen sie schreit sich heischer um ihnen ihre tugendsprüchgen einzupredigen aber um den zügel ihrer königin bekümmern sie sich wenig und treiben die widerspenstigkeit so weit daß endlich die müde fürstin sich zum nachgeben gezwungen sieht und sich alles gefallen läßt weil der mann zur betreibung der geschäfte geboren ist so mußte ihm von der unze der vernunft etwas mehr eingepfropft werden damit auch dieses richtig angeordnet werde ward ich wie bei alles andere zu rat gezogen und ich tat einen vorschlag der meiner würdig war man soll ihm ein weib zugesellen ein närrisches und schwindliches tier aber zugleich ein holdes und lächerliches ein hausmittel welches das düstere des männlichen schafsinns durch eigentümliche narrheit zu würzen und zu versüßen imstande ist plato der im zweifel zu sein scheint ob das weib zu den vernünftigen oder zu den vernunftlosen tieren zu ordnen sei wollte dadurch bloß die große narrheit dieses geschlechtes andeuten wenn ein weib anspruch auf weisheit macht so weist es sich als eine doppelte närrin sie will gerade wieder den strom schwimmen wer sich auf eine naturwidrige weise mit der schminke der tugend beschmiert und seiner gemütsart gewalt antut der verdoppelt seinen fehler bei den griechen hieß es der affe bleibt ein affe wenn er gleich in der purpurjacke einherschwanzt also bleibt ein weib ein weib das ist eine närrin was sie auch immer für eine rolle spielt nein meine damen so närrisch wird wohl keine unter ihnen sein deswegen böse auf mich zu werden daß ich selbst ein weib die erznärrin ihnen narrheit beimesse wenn es ihnen beliebt die sache genau zu erwägen so werden sie mir der narrheit es danken daß ich sie weit glücklicher gemacht habe als die männer es sein können ohne mich besäßen die weiber jene reizende schönheit nicht die sie mit recht allen dingen vorziehen und vermittelst welcher sie selbst über tyrannen tyrannisieren etwas wegschreckendes in der mine die faltige haut das bartgestrauche das kreisenmäßige frostige wesen wem hat der mann dieses lumpenzeug zu verdanken als der bösen klugheit die wangen der weiber hingegen sind immer glatt fein ist stets ihre stimme weich ihre haut als ob sie sich einer immer dauernden jugend versichert hätten was wünschen sie sich in diesem leben anders als den liebenden männern recht wohl zu gefallen diesen endzwecke haben sie bei ihrem aufputzen ihrem schminken ihrem baden ihrem haar kräuseln allen den künsteleien durch die sie ihre gesichtszüge ordnen ihre liebäugeln usw wie preisen sie sich denn wirklich den männern durch irgend etwas nachdrücklicher an als durch die narrheit was ist's daß diese den weibern nicht erlauben und haben sie dabei andere absichten als die befriedigung ihrer dringenden begierden wirklich finden sie vergnügen an nichts als an der narrheit man wird einsehen daß diese bemerkung sich ganz oft die wahrheit gründe sobald man bei sich überlegt wie viele torheiten der mann dem weibe vorplaudere welche possen er treibe so oft er sich vorgenommen hat sein vergnügen bei ihr zu bewirten ich habe die quelle der ersten und vornehmsten freuden des lebens aufgedeckt ja es fehlt an einigen nicht die man ebenso weibisch nicht nennen kann es sind alte durstige brüder welche die höchste wollust beim weine finden ob sich seine gute mahlzeit tun lasse wo weiber davon ausgeschlossen sind ist eine frage deren entscheidung ich andern überlasse gewiß ist dieses jedem orte fehlt es am gewürze an munterkeit wo man der narrheit den eingang versperrt hat wenn keiner der gesellschaft ein wirklicher narr ist oder sich als einen narren zu bezeigen das geschick hat so läßt man einen mit gelde gedungenen lustigmacher kommen oder einen lächerlichen schmarotzer um durch seine lustigen das ist närrischen schwenke das düstere schweigen oder die traurigkeit von der tafel zu verbannen denn wozu wird es dienen mit soviel niedlichkeiten und leckerbissen den bauch zu beladen wenn man nicht augen ohren und das ganze gemüt bei lachen scherzen und artigen einfällen gastierte nun bin ich es ich einzig die verdient die erfinderin solcher tafelherrlichkeiten betitelt zu werden auch die übrigen feierlichen spiele solcher gelager zum exempel durch das los einen tafelkönig wählen das würfelspiel eine gesundheit im ringe herumtrinken ein liedchen dabei anstimmen mit einer myrten zweige in der hand wechselweise singen tanzen springen usw das sind dinge die nicht von den sieben weisen griechenlandes erfunden worden sondern von mir da ich mir das wohl seines menschlichen geschlechtes angelegen sein lasse je mehr narrheit in solche dinge gemischt ist desto heilsaber sind sie für das leben der sterblichen welches wenn es traurig ist den namen des lebens nicht verdient und traurig muß es werden wenn man es nicht vermittelt solch heilsamer gaukeleien vor dem übertrusse sicherstellt vielleicht aber gibt es leute bei denen diese art von wollust keinen wert hat weil sie sich mit lieben freunden und bekannten begnügen die freundschaft für sich schon sagen sie ist allem anderen vorzusehen ist ebenso unentbehrlich als luft feuer wasser es immer sein mögen sie führt so viele freuden bei sich dass sie verbannen ebenso viel wäre als die sonne verbannen sie ist etwas so tugendhaftes man hätte ihr wohl ein besseres lob beilegen können dass selbst die philosophen keinen anstand finden sie zum höchsten gute zu rechnen wie aber wenn ich zeigen könnte dass es auch bei dieser herrlichen sache alles auf mich ankomme wohlan ich will es thun und zwar nicht durch krumme verfängliche druckschlüsse sondern so ehrlich einfältig daß jeder der auch nur seiner nase nachzugehen imstande ist die sache mit händen wird greifen können aufgehorcht wenn man bei den fehlern des freundes die augen schließt sie nicht sehen will sie liebenswürdig findet etwa auch seine großen laster als liebenswürdige tugenden herausstreicht ist man da nicht auf dem geraden wege zur narrheit sie hätt doch diesen der die warze küsst die seine geliebte mit auf die welt gebracht hat jenen der seines mädchens ranzichten atem balsamisch findet dort den über die schielenden augen seines söhnchens entzückten vater ist's nicht pur lautere narrheit ja man schreie so lange man will daß es narrheit sei diese narrheit einzig ist imstande freundschaft zu stiften und dauerhaft zu machen ich rede von den sterblichen von denen keiner ohne seine fehler auf die welt kommt wer die wenigsten hat ist der beste wenn sich zu jenen weisen philosophen die sich götter zu seyn träumten je eine freundschaft naht so ist seine störrische und freudenlose und auch dieser sind nur die wenigsten fähig ich sage mit fleisse nicht alle der größte theil der menschen spielt den narren ja keinen wird man finden der nicht auf vielerlei weise faselt nun sind nur die welche einander ähnlich sind der vertrauten freundschaft fähig gesetzt es ereigne sich etwan unter diesen sauertöpfen daß einer dem andern sein wohlwollen bezeige so wird's doch von keiner langen dauer seyn kein adler kein drache ist so scharfsüchtig als sie es bei den fehlern ihre freunde sind die ihrigen können sie nicht sehen denn die schlauköpfe haben sie in ihrem sacke hinten auf ihren schultern gelegt da nun kein mensch so verständig ist daß er nicht seine großen fehler hätte da sie an jahren und neigungen so verschieden solchem straucheln solchen ausschweifungen solchen zufällen des sterblichen lebens unterworfen sind wie könnte die freudige freundschaft sich bei diesen spitzeugigen ausspürern auch nur eine stunde lang verweilen wenn sich nicht die gesittete und gutmütige nahheit zugleich mit ihr einstellte und wie ist nicht cupido der urheber und vater aller vertraulichkeit starr blind so daß er leicht das hässliche für das schöne ergreift schämen sie sich nicht meine herren die wahrheit zu gestehen hat der lose vogel nicht auch sie so betört daß jeder das seine schön findet daß der kahlkopf in sein mütterchen wie der gelbschnabel in sein püppchen vernarrt ist o aller orten findet man's so und belacht es aber gerade diese lächerlichkeiten sind das kitt und die bänder der herzerquickenden gesellschaft abschnitt vier von das lob der narrheit von desiderius erasmus was von der freundschaft gesagt worden das läßt sich noch füglicher vom ehestande denken dem für zeitlebens dauernden freundschaftswander o ihr unsterbliche götter wie würde nicht alles von ehescheidungen oder auch noch schlimmeren dingen aller orten wimmeln wenn nicht schmeichelei scherz gefälliger leichtsinn irrung verstellung meine ganze scherwache den hausfrieden zwischen mann und weib unterstützen und nährten zum henker wie dünner würden die ehen gesehet werden wenn der herr bräutigam klüglich nachspürte in was für spieler sein verschlecket schamhaft aber naseweißes jungferchen schon lange vor dem hochzeitlichen leben sich eingelassen habe und wie manches schon geknüpfte band würde zerreißen wenn nicht dank sei es der nachlässigkeit oder tummheit des herrn gemahls vieles von dem tun und lassen des lieben weibchens verborgen bliebe freilich schreibt man alles dieses mit rechte der narrheit zu diese aber betreibt's inzwischen so daß der mann sich des weibes erfreut das weib des mannes und die eintracht sich im friedlichen hause befestigt hahnrei und was dergleichen wörterchen mehr sein mögen ruft hier und da ein hohnlacher tut nicht das gute weibchen wohl daß sie darüber tränen vergießt und der gutherzige hörnerträger daß er in bester tröstender laune sie ihr von den wangen wegküsst o wie weit seliger ist's sich hier also irren als im taumel der eifersucht sich selbst aufzehren und ein trauerspiel aller orten verbreiten kurz ohne mich kann keine gesellschaft keine vertraulichkeit munter oder standhaft sein unerträglich wird der fürst dem volker der knecht dem herrn die magd der frau der schüler dem lehrer der freund dem freunde die frau dem manne der verkäufer dem käufer ein tischgefährte dem andern wenn sie nicht wechselweise irren klüglich durch die finger sehen und sich mit tollen honigwörterchen abspeisen ja meine herren sie halten was ich bisher gesagt für wichtige dinge aber geduld sie werden noch wichtigerer hören kann der jemanden lieben der sich selbst hasst der mit andern einträchtig sein der sich selbst in den haaren liegt der jemanden freude machen der sich selbst zur last und zum überdrusse lebt niemand wird's behaupten als der welcher närrischer als die nachheit ist in wahrheit wo man mich auf die straße hinaus sperrt wird jeder dem andern unerträglich stinkt sich selbst an fast ekel ab allem dem seinigen hat keinen verhasstern feind als sich selbst stiefmütterlich wühlt oft die natur in den köpfen der sterblichen sonderlich den besten so daß ihnen das ihrige missfällt und das fremde bewundern sie dann wird alles geschändet geht alles zugrunde dadurch sonst das leben bereichert und geschmückt wird wozu nützt die schönheit das edelste geschenk der unsterblichen götter wenn sie garstig befleckt wird wozu die jugend wenn des alters gärender kram sie angesteckert hat was wirst du bei dem beglücktesten leben zu hause und draußen mit anständigkeit tun und auf diese kommt hauptsächlich alles an wenn dir nicht die sich selbstliebende philautia die ich billig als meine leibliche schwester verehre mit ihrer geschicklichkeit beisteht o tapfer verteidigt sie durchgehend meine sache nun was kannst du närrscheres thun als dir selbst gefallen dich selbst bewundern was schönes holdes einnehmendes kannst du zu stande bringen wenn du mißvergnügt mit dir selbst bist wenn du diese gewürze des lebens wegschaffst so steht der redner mit seinem gewäsche frostig da nur höhnisches mitleiden ertrillert sich der tonkünstler der sich müde erarbeitende schauspieler wird ausgepfiffen zum gelächter wird der dichter samt seinen musen der maler erpinselt sich verachtung bei seinen lebenspillen hungert der arzt sich zu tode wenn du dich schön wie nireus zu sein düngst jugendlich wie faon weise wie minerva so wird man dich für garstig halten wie tersites war veraltet wie nestor tumm wie ein schwein ja unumgänglich nötig ist's daß jeder sich schmeichle und sich selbst mit einem beifallchen anpreise wenn er sich bei andern in gunst schwingen will endlich da die glückseligkeit hauptsächlich darum besteht daß du wirklich nichts anders sein willst als was du bist so hast du dich mit der grundregel meiner philautia bekannt zu machen die also lautet niemand werde seines loses übertrüssig seines witzes seiner abkunft seines vaterlandes seiner auferziehung der irländer wünsche sich nicht ein italiener zu sein der drakia ein athenienser der skyte ein bürger des gesegneten schlaraffenlandes herrlicher kunstgriff der natur der so verschiedene dinge ins gleiche gleis bringt wo sie bei ihrer gabenaustheilung etwas kerklich zu werke gegangen läßt sie den abgang durch die philautia ersetzen nur den abgang ich rede wie eine wirkliche närrin sie theilt auf diese weise ihr herrlichstes geschenke mit ich darf wohl sagen ohne meinen antrieb geschicht keine edle that wo schöne künste betrieben werden preisen sie mich als ihre erfinderin muß man sich nicht an den krieg wenden wenn man belobte heldentaten in ihrem elemente finden möchte nun was kann wohl närrischer sein als um einer ursache willen die man selbst nicht anzugeben weiß sich in einen streit einlassen bei dem man beiderseits mehr böses als gutes einzuernten hat von dem der da mit seiner haut bezahlt gräht kein hahn nicht wenn die beiden heere in schlachtordnung gegeneinander stehen und die hörner im frischen tone zum angriffe geblasen haben wozu taugen dann jene söhne der weisheit durch nachgrübeln erschöpft beim dünnen und kalten geblüte kaum den atem zu ziehen vermögend solcher ist man da benötigt derer adern vom dicken und fetten geblüte strotzen desto kühner um so viel unverständiger sie sind oder will man sich mit fleiß einen demosthenes zum soldaten wählen kaum kam der feind ihm ins gesicht so warf er nach dem rate des archilochus herzhaft den schild weg unter dem hasenpanier sah man den feigen soldaten an dem weisen redner auf klugheit heißt's kommt im kriege vieles an oja an einem feldherrn aber auf eine kriegerische nicht eine philosophische mit schmarotzern hurenjägern straßenräubern meuchelmördern bauernklötzen tummköpfen bankerotierern und dergleichen abschaume des menschengeschlechtes nicht mit bei der nachtlampe verrauchten philosophen werden solche herrlichen dinge erfochten sokrates der nach dem eben nicht weisen ausspruche des apollo einzige weise kann zum gewährsmanne dienen er unterfing sich etwas ich weiß nicht was öffentlich zu betreiben und unter dem hohen gelächter der ganzen versammlung schlich er sich vom rednerstuhl weg und doch war der mann nicht narrs genug sich mit dem titel des weisen zu brüsten er gab ihn dem gotte zurück er hielt dafür ein weiser solle sich in die verwaltung des gemeinen wesens nicht mengen nur hätte er noch hinzusetzen sollen jeder der seinen platz in der zunft der menschen behaupten wolle müsse sich der weisheit enthalten anbei hatte er es nicht bloß der weisheit zu verdanken daß er verklagt worden und sich den schirlingsbecher wählen mußte über wolken und hirngespinste philosophierend einen flohfuß messend das mückensumsen bewundernd vergaß er dinge zu erlernen die zum gemeinen leben unentbehrlich sind zum schutzredner seines sich in lebensgefahr befindenden lehrers wirft sich der schüler plato auf ein mannhafter verteidiger weil ein geräusch entsteht verstummt er ehe er von seinem ersten satze die hälfte herausgemartet hatte und was soll ich vom theoprast sagen kaum hatte er einer rede angefangen so blieb er mit offenem munde stehen als ob ein wolf ihm in die quer gekommen wäre wie würde der mann den soldaten mut zur schlacht gemacht haben isokrates war zu furchtsam als daß er es jemals gewagt hätte den mund aufzuthun cicero der vater der römischen beredsamkeit fing seine reden gleich einem glucksenden schuljungen mit einem unangenehmen stammeln an fabius ist so gut daß er behauptet daraus erkenne man einen verständigen die gefahr einsehenden redner er hätte besser gethan rund und ehrlich heraus zu sagen zur schicklichen betreibung öffentlicher geschäfte tauge die weisheit nicht was würden leute die vor furcht halb todt sind wenn sie sich bloß in ein wortgefecht einlassen sollen da ausrichten wo man die sache mit dem schwert ausfechten muß nun gehe man und erhebe den berühmten ausspruch des plato bis in den himmel beglückt wäre das land wo philosophen herrschten oder beherrscher zu philosophen würden wenn man die geschichtsschreiber zu rate zieht so zeigt sich's daß es nirgends schlimmer zugegangen als wo die herrschaft einem philosophosten oder buchgelehrten zu teile geworden man kann sich hier kecklich auf die kartonen berufen durch wahnsinnige anklagen störte der eine die ruhe der republik und der andere richtete die freiheit desselben zugrunde indem er sie allzu weislich verteidigte man denke sich hier auch den brutus cassius die kracken und selbst den cicero welcher der römischen republik zu einer ebenso schändlichen pest ward als die mustenes der satanisiensischen gesetzt marcus antonius sei ein guter kaiser gewesen bin ich deswegen genöthigt meinen satz aufzugeben gewiß nicht eben deswegen weil er ein philosoph war wird er seinen untertanen lästig und verhaßt ja gesetzt er sei für sich gut gewesen so fügte er doch durch hinterlassung seines sohnes dem reiche einen weit größeren schaden zu als er ihm durch seine regierung nützlich gewesen solche weisen leute sind wie in allen übrigen dingen also besonders im kinderzeugen höchst unglücklich und dieses wie mich deucht hat die natur vorsichtig geordnet damit diese seuche der weisheit unter den sterblichen nicht zu viel um sich fasse so wissen wir von dem cicero daß er einen aus der art geschlagenen sohn gehabt hat und von den kindern des weisen sokrates hat man die feine anmerkung gemacht sie seien der mutter ähnlicher als dem vater das ist narren gewesen es würde noch alles zu ertragen seien wenn diese philosophen gleich zur verwaltung der öffentlichen geschäfte so ungeschickt wären als der esel zum lauten schlagen insofern sie nur nicht auch zur betreibung der angelegenheiten des gemeinen lebens ebenso schief befunden würden bitte einen weisen zu gaste er wird durch ein düsteres schweigen oder durch ein lästiges fregeln die freude der gesellschaft stören fordere ihn zum tanz auf er wird so flink als ein kamel umhertrampeln nimm ihn zu einem öffentlichen schauspieler mit sein gesicht wird die zuschauer ihres vergnügens berauben der weise kato der seine feierliche mine nicht ablegen will wird genötigt werden die bühne zu verlassen er kömmt in eine gesellschaft und alles verblasst als ob ein wolf sich hätte sehen lassen wo es zu thun ist um etwas zu kaufen um einen handel zu treffen kurz um etwas vorzunehmen ohne welches man im gemeinen leben nicht bestehen kann da wird man diesen weisen ehender für einen klotz als für einen menschen ansehen also kann er sich dem vaterlande den seinigen zu nichts dienen weil die gemeinsten dinge meinungen einrichtungen ihm ganz spanische dörfer sind bei den unternehmungen der sterblichen ist alles voll torheit narren unterhalten sich mit narren dem der sich allen widersetzen will möchte ich den rade teilen in die fußstapfen timons zu treten in eine einöde zu wandern und sich da seiner weisheit satt zu erfreuen ich lenke wieder ein welche macht hat stein und eichenharte rohe menschen ins gesellschaftliche leben vereint die schmeicherlei sie wird durch die laie des amphion und des orpheus angedeutet was hat das römische volk da es unter sich aufs äußerste zerfallen war wieder einträchtig gemacht war es eine philosophische rede nichts weniger es war die lächerliche und kindische fabel von dem bauche und den übrigen gliedern ein gleiches wunder that dem mystokles durch die fabel von dem fuchsen und dem igel welche rede eines weisen hätte so vieles vermocht als jenes erdichtete rehe des sertorius als die beiden hunde jenes nagedämonischen gesetzgebers als die lächerliche erdichtung von den ausgerauften haaren des pferdeschweifes um nichts von dem minus zu reden und von dem nummer welche den närrischen pöbel durch fabelhafte erfindungen nach ihrem willen lenkten durch solche possen läßt sich dieses große und mächtige thier etwas aufbinden welche stadt hatte jemals die gesetze und aussprüche eines plato aristoteles sokrates angenommen was hat die trichier beredet sich von freien stücken den unterirdischen göttern aufzuopfern was hat den quintus curtius in die grube gezogen was anders als die eiterle ruhmsucht eine sanftlockende sirene die von jenen weisen so sehr verabscheuert wird was kann närrischer sein sprechen sie als daß der welcher sich um ein amt bewirbt im weißen röckchen demütig den pöbel schmeichelt daß man sich die gunst desselben durch ein korngeschenk erkauft dem händeklatschen so vieler narren nachjagt im zujauchzen desselben seine wonne findet im triumphe sich von ihm gleich einer bildsäule angaffen läßt im erzt gegossen auf dem markte steht anderen namen und beinamen annimmt einen menschlichen taugenichts göttliche ehre erweist mit öffentlichem gepränge tyrannische schandbuden in die klasse der götter erhebt o gewiß nachheit ist dieses zu deren verdienten belachung ein einziger demokritus nicht zureichend wäre wer leugnet es und doch ist sie quelle großer heldentaten die von rednern bis in den himmel erhoben werden nachheit zeugt städte reiche obrigkeiten religionen rats und gerichtsversammlungen und das menschliche leben ist bloß ein narrenspiel wenn die rede von künsten und wissenschaften ist was hat die menschen aufgemuntert so herrliche dinge wie man sie dafür auszuposaunen pflegt zu ersinnen und auf die nachwelt zu bringen war es nicht die ruhmsucht in so vielen durchwachten nächten unter so vielem schweiße haben sie die erznarren sich ich weiß nicht was für einen durch und durch unnützen ruhm ausgehäcket indessen haben sie meine herren der nachheit bereits so viele herrliche bequemlichkeiten des lebens zu verdanken und was dabei noch weit das angenehmste ist sie machen sich der nachheit anderer zu nutzen nachdem ich also das lob meiner stärke und meines fleißes befestigt habe wird es schicklich sein dass ich auch meiner klugheit das gleiche recht widerfahren lasse so willst du dann ruft mir wie mich deucht jemand entgegen feuer und wasser zusammenpaaren auch dieses hoffe ich zustande zu bringen wenn man nur fortfahren wird achtsam aufzuhorchen ist's nicht klugheit wenn man sich die dinge zu nutzen macht nun welches wird wohl der kluge mann sein der weise der zu schamhaft oder zu furchtsam ist sich an eine sache zu wagen oder der narr den weder scham die er nicht hat noch gefahr die er nicht erwägt von irgendeiner unternehmung abschreckt der weise nimmt seine zuflucht zu verschimmelten büchern und füllt sich daraus den kopf mit schalen spitzfindigkeiten der narr der sich hurtig an die sache selbst macht sammelt sich daraus wenn ich mich nicht gröblich irre echte klugheit es scheint auch homer so blind er war habe dieses eingesehen da er sagt bei der tat gelangt der narr zur einsicht wo es um einsicht der dinge zu thun ist muß man zween steinen des anstoßes ausweichen die schamhaftigkeit die den geist benebelt und die furcht welche durch vorspiegelung der gefahr untätigkeit einfropft großmütig schau ich die narrheit dieser popanzen weg wenige sterbliche sehen es ein wie bald der unverschämte wakals sein glück machen könne gefällt ihnen meine herren jene glugheit besser die in beurtheilung der dinge besteht hören sie doch einmal welch eines seltsames saches um diese glugheit derer sey die sie in ihrer weisheitsbude feilbieten erstlich ist bekannt daß alle menschlichen dinge gleich den silenen des alkibiades von innen ein anderes gesicht haben als von außen man sieht den tod und findet das leben man sieht das leben und findet den tod das schöne ist häßlich das reiche arm das schändliche herrlich das gelehrte ungelehrt das starke schwach das edle unedel das fröhliche traurig das glückliche unglücklich das freundliche unfreundlich das heilsame schädlich kurz öffne den silen so wirst du alles verkehrt finden rede ich aber nicht einigen zu philosophisch gut ich wills ganz plump heraussagen einen könig stellt man sich als einen reichen und mächtigen herrn vor wenn aber nichts gutes in seiner seele ist und er sich an nichts sättigen kann so ist er gewiß blutarm und wenn er sich vielen lastern ergeben hat so ist er ein schnöder sklave also ließ es sich über alles und jedes philosophieren wir haben aber mehrere beispiele nicht nötig wozu soll alles dieses dienen man hör es wenn jemand sich unterstünde den schauspielern ihre larven wegzunehmen und den zuschauern die wahren und natürlichen gesichter zu zeigen würde dieser unbesonnen nicht das ganze spiel verderben würde er nicht verdienen daß man ihn als einen rasenden mit steinen von der bühne wegtreibe indessen würde sich alles in einer neuen gestalt gezeigt haben das weib als einen mann der jüngling als einen greisen der könig als ein bettler jupiter als ein menschengesicht wenn man den irrtum wegnimmt so setzt man alles in verwirrung die verstellung muß die augen der zuschauer bezaubern nun was ist das ganze leben der sterblichen anders als eine komödie jeder spielt seine rolle eine ganz andere person vorstellend als er eigentlich ist bis er von der bühne abtreten muß und etwann zeigt sich der nämliche schauspieler in verschiedener trecht als könig saß er auf dem thron und nachwärts tritt er im zerlumpten sklavenkittel auf ja dieses ist alles nur schattenwerk aber spielt sich dann die große komödie des lebens auf eine andere weise ich stelle mir vor ein wie vom himmel gefallener weiser drehte plötzlich auf und schreie der den man als einen großen herrn halbgöttlich verehre sei nicht einmal ein mensch weil er sich fiesch durch seine lüste leiten lasse er sei nichts als ein verachtungswürdiger sklave weil er sich freiwillig so vielen und so schändlichen herren als ein knecht dargebe er sieht jemanden der über das absterben seines vaters weinet und heißt ihn lachen weil sein vater endlich zu leben angefangen habe da dieses gegenwärtige leben nichts als ein tod sei er begegnet einem junker der sich seiner edeln abkunft rühmt und betitelt ihn einen ehrenlosen bankert weil er weit von dem pfader der tugend gewichen der einigen quellen des adels auf gleichem schlag behandelt mein weiser jeden der ihm aufstößt aber was erbeutet er anders als daß man ihn gleich einem zum tollhause reifen rasenden ansieht nichts ist närrischer als eine zur unzeit angebrachte weisheit nichts unkluger als eine verkehrte klugheit der beträgt sich schief der sich nicht nach der gegenwärtigen lage der dinge einrichtet nicht auf den marktpreis achtet sich nicht des tischgesetzes erinnert tue bescheid oder packe dich nicht will daß das spiel ein spiel sei der kluge hingegen denkt da ich ein sterblicher mensch bin so will ich mich nicht bestreben übermenschlich weise zu sein ich will mich gern nach anderen leuten einrichten und auch etwan aus höflichkeit einen weg mit ihnen gehen den ich sonst für mich nicht gehen würde ist ihm dieses nicht nachheit o ja ihr weisenmänner doch solltet ihr mir dagegen eingestehen dieses heiße seine rolle in der welt spielen übrigens o ihr unsterbliche götter soll ich reden soll ich schweigen warum sollt ich es nicht frei heraussagen da es die purlautere wahrheit ist vielleicht aber ist es das beste daß ich bei einer so wichtigen sache die musen von ihrem helikon hinunterrufe sie die von den dichtern oft um eine schnackerei willen herabgeranzt werden so stehet mir denn für eine weile bei ihr töchter jupiters bis ich's bewiesen habe jene glänzende weisheit die hochberühmte burg der glückseligkeit werde nur denen aufgeschlossen die sich ihr unter dem schutze der nachheit nähern erstlich ist es eine ausgemachte sache daß alle leidenschaften sich unter der bodmäßigkeit der nachheit befinden denn der unterschied zwischen einem narren und einem weisen ist dieser jener richtet sich nach den leidenschaften dieser nach der vernunft daher schaffen die stoiker alle beunruhigungen also so viele solchen aus ihrem weisen weg und doch sagen die peripathetiker vertreten diese leidenschaften die stelle des pädagogen bei denen die sich mühe geben in den port der weisheit einzulaufen ja sie dienen bei allen tugendpflichten zu sporen und peitschen dadurch wird zum rechtschaffenen betragen angetrieben werden doch wendet hier seneca der erzstoiker so vieles ein daß er immer auftreiben kann um den weisen von jeder leidenschaft loszuhalftern indem er aber dieses tut rottet er den ganzen menschen aus denn er zu einer art einer gottheit umschafft die nie gewesen ist und nie sein wird oder damit ichs noch deutlicher sage er meißelt ihn seine marmorne menschenbilde tumm ohne menschenverstand o immer ich mag es von herzen wohl leiden wenn sich solche künste ihres weisen unbeneidet erfreuen und mit ihm platons stadt oder das gebiet der ideen oder des tantalus gärten bewohnen wer eilt nicht schaudernd von einem solchen menschen weg wie von einem ungeheuer einem gespenste alle sinne der natur sind nicht imstande einen eindruck in ihn zu machen er ist ohne leidenschaften für die liebe das mitleiden ist er so unempfindlich als ein kieselstein als ein felsenstück nichts entgeht ihm nirgends schießt er fehl mit luchsenaugen durchschaut er alles nach richtschnur und bleiwag beurtheilt er alles auf das pünktlichste für nichts hat er nachsicht mit nichts ist er zufrieden als mit sich er allein ist reich gesund ein könig frei er allein ist alles aber auch bloß nach seinem allerliebsten urtheile er der keinen freund begehrt hat auch keinen er macht sich keine bedenken die götter selbst zum henker zu schicken er der alles was in der welt vorgeht als wahnsinn verdammt und verlacht nun ein solches tier ist der den man an uns als das meisterstück der weisheit anpreist wenn es auf die wahrheit der stimmen ankebe welche stadt würde ihn zu ihrem bürgermeister wählen welches kriegsehr würde sich ihn zum feldherrn wünschen welcher frau würde ein solcher mann welchem wirt ein solcher gast welchem bedienten ein solcher herr erträglich sein man würde lieber mitten aus dem närrischen pöbel einen narren wählen um narren zu befehlen das ist den meisten sein weib würde an ihm einen gefälligen mann finden seine freunde würden sich seiner erfreuen er würde einem tische ehre machen die gesellschaft würde ihm das lob beilegen er führe sich durchgehend als mensch auf aber schon lange fühle ich einen ekel so viele worte an weisen leuten zu verlieren ich sehe mich nach anderen gegenständen um bilden sie sich ein meine herren daß sie auf jener hochwarte stehen auf welche die dichter den jupiter hingepflanzt haben sehen sie allen den jammer mit dem sich das menschenleben zu erkämpfen hat elend garstig steht es um seine geburt um die auferziehung ist's holzhackerarbeit tausenderlei gefahren belagern seine kindheit durch die jugendlichen jahre muß er sich hindurch schwitzen ihn beugt die last des alters und der tod ist ihm ein verdrüßlicher bote mit ganzen herren von krankheiten ist er umgeben unzählbaren zufällen ist er bloß gesetzt widrigkeiten von allen arten bald alles das er genießt ist mit galle verdorben ich möchte nicht einmal von dem vielen übel reden daß die menschen sich einander selbst zuziehen armuth gefängniß schande schmach streithändel betrügereien oh lieber wollte ich die sandkörner am meere zählen durch welche verbrechen haben die menschen sich solche strafen zugezogen welcher gott hat sie in seinem zorne verdammt unter solchen jammer geboren zu werden nein meine herren noch ist es mir nicht verstattet ihnen hierüber nachricht zu erteilen wer aber diese dinge genau durchdenkt wieder nicht dem erbarmungswürdigen entschlusse der milesischen töchter seinen beifall gewähren welches aber sind die berühmtesten von denen die ihres lebens überdrüssig dem tod entgegengeeilt sind waren es nicht die benachbarten der weisheit unter diesen um jetzt eines diogenes xenogrates kato cassius brutus nicht zu gedenken war jener chiron dem die wahl gegeben worden unsterblich zu seyn und der den tod wählte aufgenommen von jule niedermeyer man sieht leicht was daraus entstehen würde wenn alle menschen weise wären man würde sich um neuen leimen und um einen anderen schöpferischen prometheus umsehen müssen ich aber die ich mich schicklich der unwissenheit oder unbedachtsamkeit der menschen zu bedienen weiß etwann sie das übel vergessen mache hoffnung auf gutes einstreue oder auch etwas von süßer wollust einmische komme diesem großen unfuge zu hülfe so dass die leute auch dennoch nicht das leben müde sind wenn die parzen bereits abgesponnen haben und das leben seit langem mit dem abschied nehmen den anfang gemacht hat je weniger ursache sie haben im leben zu bleiben desto tiefer sind sie in das leben verliebt desto weiter entfernt seiner überdrüssig zu werden mir hat man es zu verdanken daß man hin und wieder greisen sieht alt wie nestor die zwar bald nicht mehr menschen gleich sehen stammeln aber witzig sind grau zahn haarlos gebücket runzlicht stinkend lenden lahm aber sich des lebens doch so sehr freuen noch so kindisch tändeln daß der eine sein graues haar nest schwarz färbt und der andere seine glatze unter falsches haar versteckt dieser sich solcher zähne bedient die er einem seiner anverwandten aus dem schweinstalle abgeborgt hat jener in ein mädchen so jämmerlich verliebt ist daß kein junger laffer den narren so weit treiben könnte daß ein steinalter der an der grube herumkriecht und zur toten bar vorbereitet ist ein junges töchterchen das blutarm ist und andern zu diensten stehen wird zur ehe nehme ist etwas so wenig ungewöhnliches daß es zur rühmlichen mode geworden noch herzbrechender ist's wenn man ein altes mütterchen sieht die schon lange dem tod entgegen gelebt hat und so geripphaft aussieht daß man meinen sollte sie komme gerad aus dem reiche der toten zurück aber das lob des lebens noch immer herausstreicht und einen armen farn reichlich bezahlt um ihr durch seine geheimen künste die lebensliebe fleißig einzupfropfen an schminke läßt sie's nicht fehlen ihr gesicht zu verstecken vom spiegel ist sie nicht wegzubringen sie erarbeitet sich was in ihrem leibe das alter verrät bestmöglichst auszureuten da steht sie leider im allzu tief ausgeschnittenen wamster in ein verliebtes liedchen brummt ihr kollernde stimme da sitzt sie beim gesundheit trinken mischt sich unter die tanzenden reigen der mädchen kratzelt liebesbriefe freilich rufen die lachenden spötter hier die wahrheit daß es alles erznärrisch sei aber inzwischen gefällt's sich selbst schwimmt in einem wollustmeere und dank hat sie mir ist beglückt ja freilich lächerlich machen sich diese leute ihr aber die ihr diese weise anmerkung ausgebrütet habt überleget es reiflich ist's nicht besser bei einer solchen narrheit wonnevoll leben als verzweiflungsvoll sich nach einem balken nagel und strick umzusehen daß der pöbel der gleichen dinge verständlich halte das macht meinen narren keinen kummer sie fühlen dieses übel nicht oder wenn sie es fühlen so achten sie es wenig wenn ein stein ihnen auf den kopf fiele ja dann würden sie das übel fühlen aber scham schande schimpf schmähungen sind nur da schädlich wo man sie als schädlich ansieht fühllosigkeit setzt über das übel hinaus wenngleich das ganze volk dich auszischt so bleibst du doch unverletzt solange du dir selbst beifall zuklatschest und diese kunst lernt sich bloß in der schule der narrheit eben dieses krächzen mir philosophen entgegen ist ein elend wenn man in den stricken der narrheit als ein tummkopf umherirrt o nein eben das heißt ein mensch sein und anbei was plaudert ihr hier von elend sein seid ihr nicht selbst gerade so geboren unterrichtet auferzogen ist nicht das gemeine los allen menschen nichts ist elend das sich in seinem natürlichen zustande befindet sonst müsste man das los des menschen beweinen der nicht mit den vögeln fliegen nicht mit dem übrigen vier auf vier füßen laufen sich nicht mit den hörnern ochsen mäßig verteidigen kann mit gleichem rechte müsste man das schönste pferd unglücklich nennen weil es nicht in der grammatik unterrichtet worden und man es nicht mit pasteten bewirtet elend würde es um den ochsen stehen weil er nicht auf den fechtboden gegangen ist wie demnach das ungrammatikalische pferd nicht unglücklich ist so ist auch der närrische mensch nicht beide befinden sich ja in ihrem natürlichen zustande der mensch erwidern die verdrehten feinschwätzer hat das besondere vorrecht sich in wissenschaften umzusehen und vermittelst derselben kann er durch scharfsinn das erlangen das die natur ihm versagt hat oh wo bleibt die wahrscheinlichkeit die natur die bei mücken beim grase bei blumen so wachsam war schlummer der gewiß da die reihe an den menschen kam nicht so ein dass sie jene wissenschaft hätte zu hilfe rufen müssen die theut der dem menschengeschlecht so abholde genius zum verderben derselben ausgesonnen hat indem sie nicht nur zur glückseligkeit des menschen nichts beitragen sondern derselben sogar sehr hindurch sind wie beim platte scharfsichtige könig thamus in absicht auf die erfindung der buchstaben sehr richtig bemerkt hat wissenschaften schlichen sich gleich den übrigen ansteckenden seuchen des menschlichen lebens in der welt ein sie hatten eben die erfindung von denen alle schandtaten herkommen nämlich die dämonen das ist vielwisser die menschen lebten in den ersten goldenen zeiten ohne wissenschaften und folgten bloß dem naturtrieb wozu hätte die grammatik dienen sollen da man nur eine sprache redete und dabei keinen anderen zweck hatte als einander zu verstehen unnütz waren die redner weil niemand den anderen vor gerichte zog gesetzverständige würden müßige leute da gewesen sein wo man nichts von sitten verderbnis wußte dieser quelle guter gesetze zu fromm war man als daß man mit ruchloser neugier den geheimnissen der natur dem maße den bewegungen und den wirkungen der gestirne und den verborgenen ursachen der dinge nachgespürt hätte man würde es für ein strafwürdiges verbrechen gehalten haben wenn ein sterblicher mensch über seine grenze hinaus nach weisheit gefrevelt hätte nachzuforschen was sich über dem himmel hinaus befinde und ein solcher wahnsinn wäre damals niemanden zu sinne gekommen nach und nach verlor sich die reinigkeit des goldenen zeitalters schadenfrohe geister wie gesagt erfanden künste wenige noch und von wenigen angenommen der aberglaube der chaldea und der griechen schwindlichter leichtsinn erfanden nachwärts eine menge echte geistesplagen schon die grammatik für sich wäre zureichend den menschen sein ganzes leben hindurch auf der folterbank zu martern unter diesen künsten und wissenschaften hält man die für die schätzbarsten die mit dem gemeinen menschenverstande das ist mit der nachheit am besten übereinstimmen die theologen fressen sich vor hunger nägel weg die halb erfrorenen naturforscher hauchen sich in die finger über astrologen lacht man vernunftlehrer lässt man nach dem winde haschen aber vor dem arzte sieht man alles die segel streichen je ungelehrter verwegener unbedachtsamer ist desto höher ist er bei fürsten und reichen leuten angeschrieben die arzneikunst wie sie heutzutage von vielen getrieben wird ist geschwätzige fuchsschwänzerei nach diesen kommen die gesetzkünstler vielleicht hätte ich ihnen den ersten platz einräumen sollen sie betreiben wenn man doch der ganzen zunft der höhnischen philosophen glauben zustellen will denn in den handel möchte ich mich nicht mengen einen eselsberuf und doch richtet sich alles großes und kleines nach dem gutdünken dieser esel ihnen fallen große landgüter zu all dieweil der theolog der alle schränke der gottes gelehrtheit durchstänkert hat an harten bohnen sich müde beißt und sich mit wanzen und läusen erfechten muß ja je näher eine kunst mit der nachheit in verwandtschaft steht desto mehr hat man sich von ihr zu versprechen die beglücktesten sind also die denen es vergönnet ist mit keiner der wissenschaften verkehr zu haben und bloß der natur zu folgen die nie auf abwege verleitet solange man nicht die schranken die den sterblichen gesetzt sind überspringen will die natur verabscheut jede schminke lustig wächst das hervor daß durch keine kunst verdorben worden sehen sie nicht meine herren daß es um alle übrigen tiere herrlich steht die von wissenschaften keinen begriff und bloß die natur zur hofmeisterin haben was ist glücklicher wunderbarer als die bienen bei wenigen körperlichen sinnen erweisen sie sich als unvergleichliche baumeister noch kein philosoph hat gleich ihnen eine republik errichtet das pferd dessen sinne etwas gemeines mit den menschlichen haben und das sich verleiten ließ zum hausgenossen des menschen zu werden mußte antheil an den menschlichen jammer nehmen denn nicht selten wenn es sich in dem weltlaufe schämt überwunden zu werden läuft es sich bauchschlägig aus dem athem und wenn es sich in der schlacht um den triumph erkämpft wird es durchbohrt und muß mit samt dem reuter in den staub beißen und noch habe ich nichts von rauen gebissen und zähnen gesagt scharfen sporen stallkerker peitschen banden halftern schwerem reiter kurz allen den jämmerlichen folgen der knechtschaft denen es sich von freien stücken überließ weil es heldensüchtig großen krieger nachahmend dieses für das beste aber freilich hoch zu stehen gekommene mittel hielt den hirschen welchen es nicht leiden konnte von der weide zu treiben o wie weit glücklicher ist das leben der mücken und vögel die dem bloßen naturtriebe folgen und nichts als die menschliche arglis zu fürchten haben wenn die vögel eingebauert sich von menschen im pfeifen und schwatz unterrichten lassen o wie bald ist nicht ihre natürliche munterkeit entartet in all wege wird das werk der natur durch die schminke der kunst geschändet alles mein lob übersteigt jener pythagorische hahn er war alles philosoph mann weib könig untertan fisch pferd frosch und wie ich glaube sogar auch pfifferling nach seinem ausspruche ist der mensch das elendste unter allen tieren weil er allein da alle übrigen mit den schranken der ein die natur sie gesetzt hat herrlich zufrieden sind sich inner seiner grenzen nicht halten will auch zieht er unter den menschen einen tungkopf dem gelehrten und mächtigen weit vor auch gryllus war ungemein viel weiser als der verschmitzte ulisses weil er lieber im stalle grunzen als mit diesem ich weiß nicht wie manches gefährliche abenteuer aufsuchen wollte in dieser meinung scheint mir auch homer gewesen zu sein der vater schnackigter fabeln oft nennt er die menschen überhaupt arbeitsselige tropfen und besonders betitelt er den ulisses den er als ein muster eines weisen mannes aufstellt den elenden und unglücklichen titel mit welchen er nie einen paris ajax achilles beehrt und warum weil jener krübler sich in allem nach dem rate der palace richtete und zu weise war sich vom naturweg zu weit entfernend ja unter den unsterblichen weichen keine von der glückseligkeit weiter ab als die welche sich mit der weisheit abgeben zu menschen sind sie geboren die tollköpfe vergessen aber ihres standes wollen gleich den unsterblichen göttern leben kündigen nach dem beispiele der himmelsstürmer mit wissenschaftswaffen versehen der natur den krieg an hingegen wird wohl das elend derer das kleinste sein der in gesinnung und narrheit den tieren am nächsten kommen und sich an nichts wagen das dem menschen zu schwer sein muß wir wollen doch sehen ob wir dieses nicht ohne stoische künstelei in einem handgreiflichen beispiel an den tag legen können nun ich nehme hierüber die unsterblichen götter zu schiedsrichtern kann was glückselicheres sein als der zustand jener die man schalksnarren nennet stocknarren hirnlose krauzköpfe oder was dergleichen beinamen sonst sein mögen die ich für die schönsten ehrentitel erkenne ich will etwas sagen das dem ersten anschein nach närrisch und abgeschmackt ist sich aber als die wahrheit selbst anpreist meine gepriesenen helden wissen erstlich nichts von todesfurcht einer sache die beim jupiter will ichs beschwören kein kleines übel ist sie wissen nichts von der folterbande des gewissens die fabeln von erscheinung unterirdischer geister jagen ihnen keinen schrecken ein sie fürchten sich nicht vor gespenstern und poltergeistern weder kommendes unglück noch zauderndes glück macht ihnen den kopf toll kurz tausenderlei sorgen denen dieses leben bloß gesetzt ist nagen nicht an ihrem herzen scham scheu ehrfurcht neid liebe machen keinen eindruck auf sie selbst die theologen werden sagen je näher man dem unverstande vernunftlose tiere komme desto weniger sündige man nun erwäge es einmal bei dir selbst närrischer weiser mit tausenderlei geisteskrame marterst du dich tag und nacht trag alle beschwerden deines lebens wie in einem haufen zusammen sie dann wie von manchem übel ich meine tunköpfe sichergestellt habe immer sind sie fröhlich spielen singen lachen wo sie hinkommen teilen sie jedermann wonne mit alles scherzt spielt lacht mit ihnen ist es nicht gerade so als ob die huldreichen götter sie aus keiner anderen ursache in die welt gesetzt hätten als um das düstere des menschlichen lebens aufzuhellen des schwermut zum gegengifte zu dienen sie da sonst jeder nur gewisse leute begünstigt erwerben sich jedermanns zuneigung alle orten werden sie gesucht gespeisert man schmeichelt ihnen eilt ihnen wenn sie sich in gefahr befinden zu hülfe ungestraft läßt man sie alles sagen und tun niemand trachtet ihnen zu schaden selbst die tiere wie ihre unschuld fühlend gehen ihnen aus dem wege sie sind wie den göttern geheiligt und besonders mir mit recht also hält jedermann sie in ehren fürsten und königen sind sie vorzüglich lieb und wert so daß einige derselben ohne sie nicht essen nirgends hingehen nicht eine stunde ausdauern können ja sie ziehen sie ihren weisen und sauren reten derer sie doch auch einige ehrenthalben mit speise und lohn versehen weit vor und warum thun sie es die ursache ist leicht gefunden und eben so wunderbar nicht diese weisen tischen den fürsten nur traurige dinge auf sich auf ihre gelehrtheit verlassen scheuen sie sich entwann nicht zarte ohren mit der beißenden wahrheit zu martern die narren hingegen bringen anders nichts zu markte als dinge dadurch die fürsten sich weit sicherer als durch irgendwas anders das herz abstehlen lassen scherz schwenke dir so wonnevollste lachen erzeugen man bemerke auch die große gabe der narren nur durch sie hört man die pur lautere wahrheit nun was ist lobenswürdiger als die wahrheit wenn man dem alcibiades beim plato glauben will so reden wein und kinder die wahrheit wirklich aber gehört dieses lob mir ganz zu euripides sah es wohl ein da er sagte narren reden närrisch was der narr im herzen hat kann man auf seinem gesichte lesen und in seinen reden hören die weisen hingegen haben zwo zungen wie eben diese euripides bemerkt mit der einen reden sie die wahrheit und mit der andern so wie es zeit und umstände erheischen das schwarze machen sie weiß aus dem selben munder kommt kalt und warm und sie reden nicht frei von der brust weg fürsten mögen auch so glücklich seyn so halt ich sie doch darin für höchst unglücklich daß sie niemanden haben von dem sie die wahrheit hören könnten und gezwungen sind sich schmeichler statt freunden zu wählen aber heißt es etwa den ohren der fürsten ekelt von der wahrheit deswegen scheuchen sie jene weisen von sich weg sie fürchten ein freimaul möchte auftreten um ihnen ihre freuden durch die bittere wahrheit zu verderben oh ja so verhält sich die sache könige mögen die wahrheit nicht wohl leiden aber hierüber tun meine narren sich hervor aus ihrem munde hört man nicht nur die wahrheit sondern sogar auch die offenbarsten schmähungen mit vergnügen an dinge die dem weisen wenn er sie hervorgebracht hätte den hals würde gebrochen haben oh um die wahrheit ist es etwas vortreffliches sie belustigt wenn nichts beleidigendes eingemischt ist aber das ist auch eine gabe die von den göttern nur den narren zugeteilt worden weiber die von der natur einen hang zum vergnügen und zu lustigen zeit vertreiben haben pflegen sich bald aus den nämlichen ursachen an diese art von menschen zu halten oh wer kann alles wissen was sie mit denselben für possen treiben oder wie allzu ernsthaft es zuweilen dabei zugeht nein nein alles ist nur scherz nur spiel gewesen ja das schöne geschlecht versteht die kunst aus dem grunde jeden schritt und tritt auf das sinnreichste zu beschönen wir kommen wieder auf die glückseligkeit der narren nachdem sie ihr leben fröhlich durchgebracht haben ohne furcht und gefühl des todes wandern sie geradeswegs nach den lysischen feldern um ihre frommen und sorgenlosen seelen an den zeitvertreiben derselben teilnehmen zu lassen kommen sie nun meine herren um das loos eines weisen welchen sie immer wollen mit dem lose dieses narren zu vergleichen stellen sie sich ein rechtes muster der weisheit vor einen menschen der seine knaben und jünglingsjahre bei erlernung der wissenschaften durchgebracht und den holdesten teil des lebens an schlaflose nächte sorgen und schweiß verschwendet hat auch sein ganzes übriges leben hindurch erlaubte sich nicht einen bissen von wollust zu kosten immer ist er filzig arm traurig störrisch feindselig und hart gegen sich anderen verhasst und unerträglich blass mager kränkelnd briefäugig abgemerkelt vor der zeit grau und aus diesem leben weg eilend doch was liegt daran wann ein solcher sterbe der eigentlich nie gelebt hat wie gefällt ihnen meine herren dieses bild des weisen verdient er nicht daß man sich sterblich in ihn verliebe schon betäubt mich wieder das widerbeffzen des stoischen froschengequäkes wahnsinnig sein schreien sie ist ja das elendste ding von der welt nun kömmt die wirkliche narrheit dem wahnsinn sehr nahe wenn sie jetzt nicht der wahnsinn selbst ist denn was heißt wahnsinnig sein anders als nicht bei verstande sein aber dieses heißt wohl recht fehlgeschossen dieses schlussgeplauder wollen wir unter dem beistande der musen bald verdunstet sehen haben die mückenfänger nie gelesen wie sokrates beim plato zwischen venus und venus und zwischen kupito und kupito einen unterschied macht also hätten auch sie wahnsinn von wahnsinn unterschieden wenn es ihnen darum zu thun wäre nicht selbst für wahnsinnig gehalten zu werden nicht jeder wahnsinn ist etwas schädliches und schimpfliches sonst würde horatz nicht von einem liebenswürdigen reden plato hätte nicht die wut der dichter der wahrsager und verliebten zu dem gerechnet daß zum wohlsein des menschlichen lebens das meiste beiträgt und jene wahrsagerin beim virgil scheut sich nicht dem arbeitsamen eneas einen gewissen wahnsinnigen fleiß zuzuschreiben es gibt also zwei arten des wahnsinnes die eine kommt aus der hölle von den grausam strafenden furien sie senden etwa ihre schlangenbrot den wütenden kriegsdurst die unersättliche goldbegierde die verruchteste und abscheulichste lüsternheit vatermord blutschande oder irgendeine pest von dieser art in die brust des sterblichen wenn sie das sich einer verschuldung bewusste gemüt mit ihren schrecknissen martern wollen die andere arbeitswahnsinns ist von einer ganz verschiedenen natur sie kommt von mir und für die menschen könnte nichts wünschenswürdiger sein dieses ereignet sich wenn ein gewisser glücklicher irrtum des verstandes das gemüt von ängstlichen sorgen befreit und es mit vielerlei bollust segnet cicero schrieb an den attikus er wünschte sich von den göttern eine solche verstandslosigkeit und würde sie als ein großes geschenke ansehen weil er dann bei allen seinen verdrüßlichkeiten fühllos sein würde jener agiver befand sich dabei sehr wohl in seinem wahnsinne saß er ganze tag hindurch einzig auf dem schauplatze lachte glatschte beifall war ganz von freude in dem warner er sehr die vorstellung eines herrlichen schauspiels und es war doch alles nichts an der sache alle übrigen lebenspflichten befolgte er auf das beste fröhlich war er bei seinen freunden die ihn liebten artig betrug er sich gegen seine frau seinen knechten konnte er durch die finger sehen und er überließ sich dem zorner nicht wenn gleich einer derselben sich an einer flasche vergriffen hatte seine anverwandten veranstalten es dass seine kränkheit durch dienliche arzneimittel gehoben ward da er wieder ganz zu sich selbst gekommen war hudelte er seine freunde also aus beim henker ihr meine freunde habt mich umgebracht habt mir nicht geholfen mich meines vergnügens beraubt mich mit gewalt dem mich beglückenden irrtum entzogen er hatte recht sie schossen fehl und waren der nieswurzel mehr als er benöthigt sie die auf den unglücklichen einfall gerathen einen so glücklichen und erfreulichen wahnsinn als ob eine krankheit gewesen wäre durch ausführungsmittel abzutreiben ich habe es noch nicht entschieden ob man durch den irrtum des sinne oder den irrtum des verstandes zum wahnsinnigen werde wenn ein blödsichtiger ein maultier für einen esel ansieht oder jemand ein armseliges gereimer als ein gelehrtes gedicht bewundert so muß man ihn nicht sogleich für wahnsinnig halten wenn aber jemand sich nicht nur durch die sinne sondern auch die einbildungskraft täuschen läßt und zwar auf eine ganz ungewöhnliche weise und immer so muß man ihn für einen nachbar des wahnsinns erkennen wie wenn er so oft er einen esel schreien hört sich einbildet er höre vortreffliche sänger oder wenn er ein blutarmer schlucker sich in den kopf gesetzt hat er sei der lydische könig grösus wenn diese art von narrheit und bald allemal tut sie es einen hang zu wollust hat so zeugt sie kein geringes vergnügen sowohl bei denen die damit behaftet sind als auch bei denen die ihn bemerken und doch davon nicht angesteckt sind und diese art von wahnsinne erstreckt sich weiter als man gemeiniglich dafür hält auch lacht ein wahnsinniger über den andern und jeder teilt dem andern etwas von seiner wonne mit nicht selten lacht der größere narr weit heftiger über den kleinen als dieser über jenen hören sie meine herren hierüber den ausspruch der narrheit auf wie mehrere arten des wahnsinns der mensch verfällt um so viel glücklicher ist er wenn er dabei nur in dem von mir bezeichneten gleise bleibt doch hat man sich hierüber um so viel weniger zu beklagen da dasselbe so ausgedehnt ist daß ich wirklich nicht weiß ob sich unter allen sterblichen ein einziger finden lasse der immer weise ist und sich von aller und jeder art des wahnsinns frei befindet nur ist hiebei dieses zu bemerken wer einen kürbis sieht und ihn für ein frauenzimmer hält wird wahnsinnig genannt und zwar darum weil nur wenige in diesen zustand geraten wenn aber jemand schwört seine frau die er mit vielen gemein hat sei keuscher als penelope und sich hierüber in seinem glücklichen irrtume was rechtes zugute tut so muß niemand ihn wahnsinnig nennen warum weil man ja sieht daß dieses das gemeine schicksal der guten männer ist in die gleiche klasse gehören die welche alles verachten das nicht jagd ist und behaupten sie empfinden in sich eine unbeschreibliche wollust so oft sie das heulende gebrülle der hörner und hunde hören haben sie nicht etwa auch ihre geruchskräfte so verfeinert daß es ihnen deucht der hundsstall sei mit siebet durchduftet welches süße vergnügen wenn es um die zerreißung des wildes zu tun ist bei ochsenhämmeln überlaßt man diese arbeit dem niedern pöbel hier darf nur der junkerhand anlegen mit den blößtem haupte gebogenen knien dem dazu gewidmeten weidemesser sich hier eines gemeinen bedienen würde strafwürdiges verbrechen sein mit gewissen gebärden trennt er gewisse glieder in einer gewissen ordnung religionsmäßig ab die umherstehende gesellschaft tief stillschweigen verwundert sich inzwischen darüber wie über etwas ganz neues ob sie gleich solchem schauspiele mehr als tausendmal beiwohnte wer das glück hat etwas von dem tiere zu kosten der glaubt daß er dadurch im adel eine stufe höher gestiegen sei und doch gewinnen sie durch das geflissene verfolgen des wildes und das essen von demselben anders nichts als daß sie ein königliches leben zu führen vermögend bald selbst in wilde tiere ausarten mit diesen haben jene viel ähnliches die durch unersättliche bausucht hingerissen das runde viereck und das viereck gerund machen sie wissen weder von ziel noch maß bis sie in die tiefe armut versunken weder ein haus noch etwas zu beißen und brechen haben und bleibt ihnen denn gar nichts übrig oja das angedenken das sie einige jahre in großer wollust verträumt haben diesen kommen meiner einsicht nach jene sehr nahe die sich unterfangen durch neue und geheime künste die natur der dinge zu ändern und zu wasser und land ich weiß nicht was für einer fünften kraft nachjagen diese weiden sich so königlich mit der süßen hoffnung daß sie weder mühe noch unkosten bereuen mit wunderbarem scharfsinn erkrübeln sie sich immer etwas neues um sich zu täuschen und sanft einzuwiegen bis sie von allem so entblößt sind daß sie ihren tiegel kalt und leer müssen stehen lassen doch setzen sie ihre schmeichelnden träume fort und muntern andere so viel möglich seiner gleichen wonne auf wenn sie endlich von aller und jeder hoffnung verlassen sind so schöpfen sie aus dem sprüchen nach großen dingen gestrebt zu haben ist ruhms genug einen unvergleichlichen trost und dann schmieren sie erbaulich auf die kürze des lebens die so große unternehmungen neidisch vereitler noch steh ich im zweifel ob ich die spiele für meine zunftgenossen erkennen solle doch ist's närrisch und lächerlich genug zu sehen wie einigen so oft sie die würfel fallen hören das herz im leibe hüpft und bebt wenn sie durch die hoffnung auf sieg stets genarret an der spielklippe kaum haben ehedem an dem lakonischen vorgebirge malea so viele gestrandet schiffbruch gelitten haben und kümmerlich mit der haut entronnen sind so betrügen sie ehender sonst jedermann als den sieger um ja biedermänner zu bleiben was ist von jenen halbblinden grauschädeln zu sagen die zum spielen ihre augen mit gläsern bewaffnen müssen von denen welchen das gerechtigkeit liebende chiragra die finger gelähmt hat die andere bestellen in ihrem namen die würfel zu werfen ein feiner gespaß wär es freilich wenn nur dieses spiel sich nicht oft in wut verwandelte und dann eine sache für die fuhren würde nicht für mich hier aber kommen leute meines gelichters wunderdinge täuschende lügen zu hören oder zu erzählen macht ihre freude aus unersättlich sind sie bei solchen farbeleien wenn man von gespenstern poltergeißen und tausenderlei dergleichen teufeleien redet die je weiter sie sich von der wahrheit entfernen desto gieriger geglaubt werden und desto nachdrücklicher die ohren jücken machen und diese herrlichen dinge dienen nicht nur zum zeitvertreiber sondern sind auch sehr einträglich man frage gewisse schwarzröcke in einer nahen verwandtschaft mit diesen stehen jene die sich eine zwar närrische aber doch lustige sparre in den kopf gesetzt haben nämlich wer auf einen hölzernen oder gemalten polyphemus mäßigen christoph die augen richte wer desselbiges tages nicht ersäufen oder wer bei einer geschnitzten barbara mit vorgeschriebenen worten seinen gruß abstatte werde unbeschädigt aus der schlacht kommen oder wer an gewissen tagen mit gewissen wachskerzen und gewissen kleinen sprüchen den erasmus besuche werde in kurzen reich werden sie haben ihren georg wie die heiden ihren herkules und hippolytus hatten mit spangen und bullen ist sein pferd auf das andächtigste geziert wenig fehlt's daß sie es anbeten von zeit zu zeit macht man sich bei dem ritter mit einem geschenkchen beliebt und wenn man bei seiner ehren einen blickelhaube schwört dünkt man sich was großes zu sein was soll ich von jenen sagen welche sich bei erdichteten ablassversicherungen ihrer verbrechen feingütlich tun und die zeiträume jahrhunderte jahre monate tage stunden des fegefeuers nach der sandu angeben oder geometrisch und auf eine ganz zuverlässige weise abmessen oder von jenen die sich auf ein magisches zedelein oder gebetelein verlassen das ein frommer betrüger in einer wunderlichen oder eigennützigen laune ausgesonnen hat und die sich daraus ich weiß nicht was für herrlichkeiten versprechen reichtümer ehrenstellen wollüste niedlichkeiten stete gesundheit langes leben munteres alter und endlich in dem himmel einen recht ausgezeichneten platz den sie doch erst so spät als möglich zu beziehen gedenken das ist wenn die wollüste dieses lebens an die sie sich mit allen kräften halten ihnen doch endlich entwischen dann wollen sie sich's gefallen lassen um den freuden der himmelsbewohner teilzunehmen mich durch dich sehe wie ein krämer soldat richter hier vermittelst einen kleinen aus seinem ganz zusammengeraubten vermögen genommenen stückchen gelds den schandpfohl seines ganzen lebens ein für allemal auszureinigen glaubt so viele meineide schandthaten trunkenheiten gezänke mördereyen täuschereyen treullosigkeiten verräthereyen alles denkt er sei jetzt losgekauft und so gut losgekauft daß er nun auf der lasterbahn getrost fortgehen könne gibt es wohl närrischere das ist glücklichere leute als die welche darum weil sie täglich sieben verse aus den psalmen daher sagen sich die höchste glückseligkeit als etwas unfehlbares versprechen man glaubt ein gewisser spaßhafter dämon der mehr prahlerisch als schlau gewesen aber dem ihn täuschenden bernhard diese verse gewiesen und solche dinge die so närrisch sind daß ich beinahe selbst mich ihrer schäme finden beifall und zwar nicht nur bei dem pöbel sondern auch bei leuten die so vieles von religion schwatzen daß man bei ihnen einen ganz anderen witz vermuten sollte ließe sich hier nicht auch von dem reden daß jede gegend ihren besonderen schutz heiligen hat und daß jedem heiligen sein eigenes geschäft und seine eigene verehrungsart angewiesen ist der eine hilft bei zahnschmerzen der andere springt den gebärenden bei ein dritter verschafft dies gestohlene wieder ein vierter laßt den seefahrer eine beglückte reise machen ein fünfter bewacht die herde und so weiter denn alles daher zu zählen würde zu weit führen es gibt heilige welche für sich allein vieles zustande bringen können besonders die jungfräuliche gottesgebärerin deren der gemeine mann bald mehreres zuschreibt als dem sohne was ist alles daß die menschen sich von in der gleichen heiligen erbeten anders als torheit wohlan unter so vielen gedächtnistafeln mit welchen man die wände und gewölbe der tempe gelübts mäßig dick behangen findet hat man je eine gesehen die aus dankbarkeit von jemanden dahin verehrt worden der durch ein wunder der nachheit entflohen oder auch nur um ein haar leiser geworden ist einer hat sich glücklich durch schwimmen gerettet ein anderer ward durch den hohlen leib gestochen und ist noch bei leben ein anderer ist in dem die übrigen fochten glücklich und tapfer durch die flucht entronnen ein anderer kam an den galgen durch kraft eines die diebe begünstigten heiligen zerriss der strick und nun fährt er mit dem liebeswerke fort diejenigen zu erleichtern welche durch zu vieles geld beschwert sind ein anderer durchbrach die mauer des kerkers und ist in freiheit ein anderer ist zum großen verdrusse des arztes das fieber bald losgeworden einem anderen ward ein vergifteter drank gegeben er verursachte aber den tod nicht sondern half glücklich eine verstopfung ab nur macht seiner guten ehefrau wenig freude und sie ärgert sich über ihre vergebliche mühe und unkosten ein anderer schmiß mit dem wagen um ritt aber mit den pferden gesund nach hause auf einen anderen fiel der schutt einer einstürzenden mauer schlug ihn aber nicht tot ein anderer der mit einer frau tendelte ward von dem manne desselben überrascht log sich aber durch einen listigen einfall los niemand bezeigt sich dafür dankbar daß er von der nachheit befreit worden o meine herren wenig verstand haben ist etwas so angenehmes daß die sterblichen sich ehender alles verbeten als die nachheit aber warum sollt ich mich auf das meer des aberglaubens hinaus wagen wenn ich gleich hundert zungen hätte hundert mäuler eine eiserne stimme so würde ich doch nicht alle gestalten der torheit entwickeln alle namen der nachheit durchlaufen können in dem leben der christen ist durchgehend alles von wahnsinn vollgepfropft und die herren im schwarzen kleide begnügen sich nicht nur es so gehen zu lassen sondern tragen auch noch das ihrige wacker dazu bei wohl wissend daß ich dabei allemal ihre rechnung werde finden lassen ein weiser der mir von herzen missfällt wirft sich zum ungebetenen prediger auf und spricht so wie die sache an sich selbst ist du wirst kein böses ende nehmen wenn du gut lebst deine sünden werden dir vergeben werden wenn du der du die sache mit einem stückchen geld richtig machen willst dein getanes böse verabscheust weinest wachest betest fastest und dein ganzes tun und lassen änderst der heilige wird dir gewogen sein wenn du seinem leben nacheiferst o meine herren wenn dieser weise ihnen mit dergleichen geplauder in den ohren liegt bewaffnen sie sich wohl wenn es ihnen um ihre gemüsruhe zu tun ist in diese zunft gehören auch die welche bei guter gesundheit pünktlich verordnen mit welchem gepränge ihre leiche solle bestattet werden sie bestimmen die zahl der fackeln der leidtragenden der sänger der lohnheuler gerade als sie selbst noch augenzeugen dieses schauspieles sein würden oder als ob es ein schandflecke für den verstorbenen wäre wenn man seinen leichnam nicht prächtig einscharte sie sind damit so beschäftigt als ob sie gleich den idilen im alten rom das volk mit schauspielen und mahlzeiten versehen müßten ob ich gleich eile so viel mir möglich ist so kann ich doch jene nicht übergehen die zwar vor den niedersten schuhflicker nichts voraus haben und sich doch auf den bloßen titel des adels ich weiß nicht was wundergroßes einbilden der eine will von dem eneas abstammen der andere von dem brutus und ein dritter von dem könig arthur sie hängen prahlerisch allerorten geschnitzt und gemalte bilder ihrer ahnen auf sie berufen sich auf derselben namen und beinamen und sind selbst stummen bildsäulen ähnlich noch weniger werth als die thiere die ihren wappen zu schildhaltern dienen doch führen sie dank sei es ihrer holden selbstliebe ein ganz glückliches leben und an ebenso großen narren fehlt's nicht die diese art von edlen thieren für halbe götter ansehn aufgenommen von jule niedermeyer warum red ich aber nur von einer oder der anderen art von narren die selbstliebe zaubert ja allerorten auf tausenderlei wunderbare weise dergleichen recht glücklicher geschöpfe hervor etwann sieht man einen mit dem die natur es noch wohl gemeinet hätte wenn er von ihr bloß mit einem affengesichte wäre begabet worden und er deucht sich schöner zu sein als nireus es beim homer ist ein anderer sobald er vermittelst seines zirkels zwei oder drei linien ziehen kann glaubt daß er es mit dem euclides aufnehmen könnte hier ist einer der sich zur musik so gut schickt wie der esel zur harfe doch glaubt es sich imstande zu sein mit einem hermogenes in die wette zu singen ob man gleich das gekrähe des die henne betretenden hanes musikalischer findet als sein gekrähe lustig ist's wenn man auf das betragen einer andern art von wahnsinnigen acht hat aller der gaben und geschicklichkeiten die ihrer bedienten besitzen rühmen sie sich als ob es die ihrigen wären hierher gehört jener glückliche reiche beim seneca wenn er ein geschichtchen erzählen wollte hatte er immer knechte zu seiten die ihm die namen einflüsterten er war von einer so schwächlichen leibesbeschaffenheit daß es leicht gewesen wär ihn zu boden zu hauchen und doch beredet er sich imstande zu sein sich in den streit der klopffächter zu mischen denn er hatte ja zu hause starke bengels denen er muß und brot gab es würde sich der mühe nicht lohnen wenn ich viele worte über die verlieren wollte die von künsten und wissenschaften profession machen sie besitzen eine besondere selbstliebe ehende tun sie verzicht auf ihr ganzes väterliches erbgütchen als auf ein früchtchen ihres schnees schauspieler musikanten redner poeten lieben sich selbst um so viel heftiger um so viel ungelehrter sie sind was auch noch so abgeschmackt ist findet immer einen gaumen dem es behagt es gibt leute denen selbst das häßliche sich anpreist denn wie oft soll man es noch sagen die meisten menschen sind narren also darf man nur recht unwissend sein um sich selbst herrlich zu gefallen und von vielen bewundert zu werden einfältig müßte man sein wenn man der sogenannten wahren gelehrtheit nachwerben wollte dieses würde hoch zu stehen kommen und was würde die ausbeute sein schüchtern und menschenscheu würde man werden und bald aller welt missfallen wie die natur einzelne menschen behandelt so behandelt sie auch ganze völkerschaften jeder hat sie ihre besondere eigenliebe eingeimpft die briten machen hauptsächlich anspruch auf eine schöne leibesgestalt die musik und eine niedlich besetzte tafel die schotten schmeicheln sich mit adel königlicher abkunft und scharfsinniger disputierkunst die franzosen behaupten eine gute lebensart müsse man bei ihnen erlernen besonders aber in paris die theologie die italiener brüsten sich auf ihre gelehrtheit und beredsamkeit und daher schmeicheln sie sich daß sie einzig nicht verbaren seyn in sonderheit maßen sich die römer dieser glückseligkeit an sie wiegen sich zum süßen traum ein daß sie noch im alten rom leben die venezianer triumphieren wegen ihrem adel die griechen prahlen sie seien die erfinder der künste und wissenschaften und behängen sich mit den titeln ihrer alten berühmten helden die türken samt ein dem übrigen barbaren geschmeiße schreien die echte religion lasse sich nur bei ihnen finden und sie lachen höhnisch über christen als abergläubige gütlich tun die juden sich noch heutzutage mit der erwartung des messias und sind dabei so standhaft als sie es in bewahrung der schriften ihres moses sind die spanier wollen die berühmtesten kriegsleute seyn die germanier spiegeln ihren großen körper und ihre bekanntschaft mit magischen künsten wir wollen nicht weitergehen es liegt am tage wie viele wollust die eigenliebe allen und jeden sterblichen verschaffe sie hat eine gesellschafterin die schmeichelei wirklich wenn man sich der eigenliebe ergibt was tut man anders als daß man sich selbst schmeichelt daß man sich selbst eben die gefälligkeit erweist mit welcher man sich zuweilen in die gunst anderer setzt heutzutage ist freilich die schmeichelei in einen bösen ruf gekommen aber bei wem bei leuten die mehr auf die wörter seyn als auf die dinge selbst sie stehn in dem wahne ehrlichkeit könnte mit schmeichelei nicht wohl bestehen damit sie lernen mögen wie gröblich sie sich irren sollte man sie bei vernunftlosen tieren zur schule schicken was ist schmeichelhafter als der hund und was ist zugleich getreuer als er was ist's das sich mit posierlichkeiten gefälliger machen kann als das eichhörnchen und doch ist's ein freund des menschen sind etwan löwen tiger panther tiere große menschenfreunde weil sie sich nicht einschmeicheln o ja es gibt eine sehr schädliche schmeichelei durch welche zuweilen ein treuloser oder ein spötter einen einfältigens verderben zu locken trachtet die meinige hingegen entspringt aus einer gewissen gutmütigkeit und aufrichtigkeit sie kommt der tugend weit näher als ein gewisses rauhes mürrisches unschickliches und schwerfälliges wesen sie flößt den niedergeschlagenen einen mut ein tröstet die trauernden muntert die trägen auf macht die tummen munter erleichtert die kranken besänftigt die wütenden stellt die liebe wieder her macht die persönlichkeit dauerhaft lockert die jugend zum lernen an belustigt die alten ermahnt und unterrichtet die fürsten auf eine glimpfliche weise indem sie dieselben bloß zu loben scheint kurz sie bringt's zustande daß jeder sich seiner mehr freut und sich selbst mehr liebt und dieses macht bei der glückseligkeit gewiß die hauptsache aus was kann dienstfertiger sein als wenn zween esel wechselweise einander kratzen ich habe nicht nötig erst zu sagen daß ein solches betragen einen großen teil der gelobten beredsamkeit ausmacht einen größern der arzneikunst und den größten der dichtkunst daß in derselben auch alles bestehe was das gesellschaftliche leben aufs lieblichste durchwürzen kann aber betrogen werden sagen die weisen ist ja ein großes elend nicht betrogen werden sag ich ist das allergrößte man kann nicht ärger ausschweifen als wenn man sich in kopf setzt die glückseligkeit des menschen bestehenden dingen selbst vom warne hängt sie ab denn in dem menschlichen wesen ist alles so dunkel einander so entgegengesetzt daß nichts sich deutlich wissen lässt wie meine akademiker es sehr richtig bemerkt haben und hierhin erwiesen sie sich gewiß nicht als stolze philosophen wenn sich auch je etwas wissen läßt so benimmt es sich nicht selten dem leben seine freude der mensch ist einmal so schminke ist ihm reizender als wahrheit wenn sich jemand hiefern durch eine deutliche und handgreifliche erfahrung überzeugen will so stelle er sich nur unter einen predigtstuhl und sehe wie alles sobald darauf etwas ernsthaftes verhandelt wird schläft gehnt huset sich schneitzt vor ekel erblast wenn hingegen der kanzelschreier ich irre mich redner wollte ich sagen nach gewohnheit ein altes weibermehrlein anfängt erwacht alles richtet sich auf spitzt gierig die ohren und wenn die rede auf einen heiligen kommt von dem mehr dichterisches und heldenmäßiges zu erwarten steht zum exempel einen georg einen christoph eine barbara wo dann ist man mit einer größeren andacht bereit als wenn man nur mit einem petrus und paulus oder auch christus unterhalten wird aber hier ist davon die rede nicht vermittels des warnes lässt sich ohne so großen aufwand zur glückseligkeit kommen was die dinge selbst betrifft so hat man oft große mühe sich auch nur die geringsten derselben anzuschaffen man denke nur was für schweiß schon die grammatik ausgetrieben hat zum warner die zur glückseligkeit noch weit mehr beiträgt gelangt man sehr leicht dort ist einer dem seine faulen fische von welchem ein anderer die nase zuhält recht königlich schmecken gewiß ist er dabei glücklich und dieses wäre da nicht wenn man ihm den köstlich bereiteten und frischen störfisch vor dem ihm aber ekelt aufgetischt hätte jemand hat eine von herzen häßliche frau findet sie aber schön wie venus ist's ihm nicht einerlei ob sie ist wie sie ist oder ein muster der schönheit wäre jener hat eine tafel darauf ein elendes geschmiere ist hält sie aber für die arbeit eines appelles oder zeuses und kann sie nicht genug bewundern ist er nicht glücklicher als ein anderer der wirklich ein stück von der hand dieser künstler mit schwerem geld erkauft hat aber dabei kein so großes vergnügen in sich fühlt ich kenne einen menschen der die ehre hat mein namensverwandte zu sein er verehrte seiner braut etliche falsche demante und beredete sie das bereden verstand er meisterhaft sie seien nicht nur echt sondern auch von einem unschätzbaren werte man sage mir einmal was ging dem mädchen ab sie weidete an den gläschen augen und herz als ob sie einen großen schatz in ihrem besitze hätte inzwischen hatte der mann sich einen großen aufwand erspart und machte sich des irrtums seines weibchens zunutze sie war ihm um kein haar weniger verbunden als ob er ihr das aller kostbarste geschenkt hätte plat verdichtet in einer höhle sitzen leute welche nur die schattenbilder verschiedener dinge sehen und bewundern sie verlangen weiter nichts und sind trefflich mit ihrem zustande zufrieden nun was hat der weise der sich aus der höhle herausschleicht und das wesentliche jener bilder angafft vor jenen voraus wenn der schuhflicker messillus von dem uns lucian eine erzählung macht und der sich im traume ein reicher mann zu sein einbildete stets so geträumt hätte sowie der keine ursache gehabt haben sich ein anderes glück zu wünschen zwischen narren und weisen ist also höchstens dieses der unterschied daß jene die glücklicheren sind denn ihre glückseligkeit kommt sie höher nicht zu stehen als daß sie dieselbe mit einem kleinen gedanken erkaufen und anbei leben sie in einer großen gesellschaft ein herrlicher vorteil denn nichts ist so gut daß es vergnügen macht wenn man es einzig für sich haben muß der weisen gibt es sehr wenig und noch nicht ausgemacht ist ob sich wirklich einer finden lasse griechenland zählt innerhalb vielen jahrhunderten ihrer sieben aber beim herkules sei es geschworen wenn man die sache genau erforschen will so will ich des todes sein wenn man nur die hälfte nur den drittel eines weisen findet unter den vielen dingen durch die bachos sich sein lob verdient ist hauptsächlich dieses daß er aus dem gemüte die sorgen wegschwemme es dauert aber nur eine kleine weile denn kaum ich das räuschlein ausgeschlafen so stellt sich der gram über hals und kopf wieder ein mit der wohltat durch die ich segne hat es eine ganz andere beschaffenheit durch eine gewisse stete berauschung die man sich ohne entgelt anschafft setz ich das gemüt in immerwährende wonne man wird mir keinen der sterblichen aufweisen können der nicht dieses oder jenes meiner freigebigkeit zu verdanken hätte da andere gottheiten ihre gaben nur diesen oder jenen auf eine parteiische weise zuteilen bachos lässt nicht alle orten den edlen und angenehmen wein wachsen der die sorgen verjagt und dabei man sich in süße hoffnung zum reichen manne trinkt nur selten macht venus schön und merkur noch seltener zum beredeten manne herkules ist sehr sparsam wenn es aufs reich machen ankommt der homerische jupiter setzt nicht jeder mann auf den thron oft gewährt mars keinem der streitenden heere den sieg schon ein mancher ist mit einem langen gesichte von dem dreifuße des apollo weggeschlichen der saturnische jupiter donnert oft phöbus schießt zuweilen pestilenzialische pfeile neptun verschlingt mehr menschen als er rettet wenn ich hier von einem aft jupiter einem pluto einer schadenfrohen arte und andern dergleichen rache und krankheitsstiftern reden wollte so würde man nicht götter an ihnen erkennen sondern henker ich einzig die narrheit bin eine so gute närrin daß ich bereitwillig mit meinen wohltaten jedermann zu diensten stehe man hat nicht nötig mich durch gelübde zu bestechen ich erzörne mich nicht begehre kein aussöhnungsopfer wenn man sich bei meiner verehrung in dieser oder jener zeremonie verfehlt hat bringe nicht himmel und erden in verwirrung wenn man die übrigen götter zu gaste bittet mich aber zu hause sitzen läßt wo mir kein opferdunst mit seinen wohlgerüchen in die nase steigen kann um die übrigen götter ist es etwas so mürrisches daß es bald besser und sicher reißt man lasse sie in ruhe das sein was sie sind als daß man trachte sich bei ihnen einzuschmeicheln es steht um sie beinahe wie um leute die so wunderlich und über jede kleinigkeit so empfindlich sind daß es behaglicher ist keinen umgang mit ihnen zu haben als sich mit ihnen bekannt zu machen aber niemand heißt es opfert der nachheit oder errichtet ihr einen tempel oh ja ich habe hierüber bereits mein herz ausgeschüttet über eine solche undankbarkeit verwundere ich mich ein wenig doch deute ich es nach der mir angeborenen gutmütigkeit aufs beste aus und im grunde warum sollte ich nach solchen ehrweisungen lüstern sein was soll mir ein körnchen weihrauchs etwas gebackenes ein bock ein schwein alle sterblichen dienen mir ja allerorten auf eine weise von welcher selbst die theologen sagen daß sie weit die vorzüglichste sei nein nein ich beneidete diana nicht daß man ihr menschenblut zum versöhnopfer darbringt ich glaube daß ich aufs andächtigste verehrt werde wenn man mich und allerorten und von jedermann geschieht es ja ins herz aufnimmt und sich in allem tun und lassen nach meiner anweisung einrichtet auch bei den christen findet sichs ziemlich selten daß sie auf eine solche weise ihre heiligen verehren wie groß ist nicht die menge derer welche der jungfräulichen gottgebärin eine wachskerze anzünden und das am hellen mittager daß sie ganz unnütz ist hingegen wie wenige derer die ihr durch ein keusches und sittsames leben und durch liebe zu himmlischen dingen nachzueifern trachten und doch wäre dieses der echteste sich auch den himmelsbewohnern anpreisende gottesdienst ferner warum sollte mir nach einem tempel verlangen da mir wenn ich mich nicht irre die ganze welt zum schönsten dient solange noch menschen sind wird mir an verehrern nicht fehlen eine solche nerren bin ich nicht daß ich nach steinernen und mit farben überschmierten bildern lüstern sein sollte solche dinge sind bloß abhaltungen von einer echten verehrung in dem leute die nichts als fleisch und blut sind die zeichen für die heiligen selbst nehmen und anbeten und dann geht es uns wie denen die durch ihre eigenen stadthalter vertrieben werden ich halte dafür mir seien ebenso viele bildsäulen errichtet als es sterbliche gibt die wenn sie es auch selbst nicht meinen lebhafte bilder von mir sind ich beneide die übrigen götter nicht wenn die einen in diesem und die andern in jenem winkel der welt und zwar an gesetzten tagen angebetet werden zum exempel phöbos in rhodos venus in zypern juno in argos minerva in athen jupiter auf dem olymp neptun zu tarent priapus in lamsocus die ganze welt wird stets fortfahren mir weit trefflichere opfer darzubringen es könnte das ansehen haben ich sei verwegen genug die wahrheit vorbeizugehen lasset uns aber das leben der menschen etwas näher betrachten um an den tag zu bringen wie vieles die menschen vom höchsten range bis zum niedersten mir zu verdanken haben und wie hoch sie mich auch wirklich schätzen wir wollen nicht das ganze leben eines jeden durchgehen welches viel zu weit führen würde sondern nur das leben der vornehmsten berühren wo es dann leicht sein wird den schluß auch auf die übrigen zu machen was den gemeinen pöbel betrifft so steht er augenscheinlich auf meinen seiten er zeigt sich allerorten in so vielerlei gestalten der narrheit täglich sind er diesorts so viele neue moden aus daß tausend demokrituse nicht zureichend wären sie gebührend zu belachen und noch ein demokritus wäre nötig um über diese tausend zu lachen man würde keinen glauben finden wenn man es sagen sollte wie lustig sich täglich die götter über die menschengeschöpfe machen die götter bringen ihre nüchternen vormittägigen stunden damit zu daß sie zanksüchtigen menschen die sich bei ihnen rats erholen verhör ertheilen und auf die gelübde horchen die man an sie richtet wenn einmal der nektar ihnen in den kopf gestiegen ist und sie zu nichts ernsthaften mehr aufgelegt sind so setzen sie sich auf das äußerste vorgebürg des himmels und begaffen mit ausgestrecktem halse das tun und lassen der menschen von einem angenehmeren schauspiele wissen sie nichts o welch eine schaubühne auf welcher sich so vielerley narren drängen auch ich setze mich zuweilen in den kreis der poetischen götter dieser ist sterblich in ein mädchen verliebt und wie weniger er geliebt wird desto rasender liebt er jener vermehlt sich mit der morgengabe nicht mit der tochter dieser führt gefällig seine gemahlin einem andern selbst zu jener bewacht sie aus eifersucht wie ein zweiter argus o welche törichte dinge sagt und tut nicht dieser in seiner trauer leute die besser nicht sind als possenreißer bezahlt er um das trauerspiel stattlich auszuführen jener weint beim grabe seiner stiefmutter dieser jagt alles was er immer aufbringen kann durch die gurgel um jahr bald verhungern zu müssen jenem behagt nichts besser als schlafen und nichts thun es gibt leute die im betreibung der geschäfte anderer schwitzen und keichen indem sie die ihrigen vernachlässigen es gibt andere die geld aufnehmen um ihre schulden abtragen zu können beim fremden gelde dünken sie sich so lange reich zu sein bis sie ihren ganzen übrigen bettel den gläubigern überlassen müssen es fehlt an solchen nicht die alles voll aufhaben und arm leben um ihren erben reichtümer zu hinterlassen um eines kleinen und ungewissen gewinnes willen durchfährt einer alle meere sein mit keinem gelde zu ersetzendes leben den wellen und winden anvertrauend ein anderer will lieber sein glück im kriege suchen als zu hause sicher ruhig und gemächlich leben man glaubt der leichteste weg reich zu werden sei sich bei kinderlosen alten einzuschmeicheln oder bei einem steinreichen mütterchen hahn im korbe zu sein beide machen daß die auf sie achthabenden götter von herzen lachen wenn sie in eben den stricken die sie andern legen selbst gefangen werden es gibt eine recht närrische und schändliche art von kaufleuten die sich mit schändlichen dingen und auf eine schändliche weise abgeben lügen schwören stehlen betrügen übersetzen sind bei ihnen etwas gewöhnliches und doch strauben sie sich so als ob ihnen durchgehends der vorrang gebühre weil sich ihre geldküsten wohl bespickt befinden auch im geistlichen stande fehlt es ihnen an schmeichlern nicht von denen sie bewundert und als hochachtungswürdige leute gepriesen werden nur damit sie ihnen etwas weniges von dem mit unrecht erworbenem vermögen zufließen lassen einigen von der sorte des pythagoras scheint alles so sehr teil und gemein zu sein daß sie alles was von andern nicht auf das sorgfältigste verwahrt wird als ob es ihr rechtmäßiges erbgut wäre an sich ziehen es gibt deren die nur in ihren wünschen und hoffnungen reich sind sie lassen sich recht angenehme dinge träumen und stehen in dem wahne zur glückseligkeit werde weiter nichts erfordert einige haben das vergnügen dass man sie für reiche leute hält und zu hause können sie sich kümmerlich des hungers erwehren dieser läßt es an nichts fehlen das seinige recht geschwind durchzubringen jener vermehrt es mit recht und unrecht der eine durchläuft alle straßen um sich stimmen zu einem amte zu erbetteln der andere lebt zufrieden indem er in seinem ofenwinkel verrostet viele verwickeln sich in rechtshändel die kein end nehmen und bemühen sich beiderseits wie um die wette einen zögernden richter und schelmischen fürsprecher reich zu machen dieser sind immer auf neuerungen jener geht stets mit großen entwürfen schwanger dort ist einer der nach jerusalem rom kompostel wo er keine geschäfte hat als pilger zieht und inzwischen weib und kinder zu hause darben läßt wenn sie meine herren gleich dem menipus beim lucian das unsehlbare gewirre der sterblichen vom monde herabsehen könnten so würde es sie dünken sie sehen heere von mücken oder schnaken die sich unter einander erzanken bekriegen belauren berauben spielen mutwillen treiben geboren werden fallen sterben es ist nicht zu ersagen noch zu erglauben wie viel verwirrtes gezeug und unheil ein so kleines und hinfälliges tierchen stifte etwann reist ein kleiner kriegs- oder peststurm auf einmal bei vielen tausenden hin ich würde aber eine erznärin sein und würdig daß demokritus sein ganzes lachen über mich ausschütte wenn ich fortfahren würde allen pöbelswahnsinn in seinen so vielen gestalten daher zu zählen ich werde mich an die halten von denen man glaubt daß sie alle weisheit verschlungen haben an der spitze treten die grammatiker auf ein pedantisches völkchen elender könnte es um sie nicht stehen und die götter selbst würden sie anfeinden wenn nicht ich ihren jammer mit einer angenehmen art von wahnsinn gemildert hätte griechen haben ein sprüchwort von fünf plagen hier aber findet man bei tausenden hunger und durst martert sie beschmutzt bestaubt sitzen sie in ihren schulen jammerlöchern rechten zuchthäusern bei den folterbänken unter einer herde von buben werden sie bei der arbeit eselsgrau durch geschrei betäubt durch hitze und gestank ausgedorrt und doch dank haben sie mir dünken sie sich die ersten unter den menschen zu sein sie genießen einer rechten herzenslust wenn sie mit ihrem tyrannengesichte ihrer donnerstimme dem bebenden häuflein einen schrecken einjagen können mit stöcken und roten dreschen sie auf die armen jungen zu und indem sie nach willkür auf vieler weise wüten geht es ihnen wie dem esel in der löwenhaut ihr schmutziger unrat deucht sie reinlichkeit zu sein ihre nase haben sie zum wohlgeruche des gestanks gewöhnt in ihrer jämmerlichen sklaverei dünken sie sich könige zu sein und ihre tyrannenmonarchie würden sie nicht mit der herrschaft eines phalaris oder dionysius vertauschen noch beglückter macht sie ihre seltsame überzeugung daß sie grundgelehrte männer seien all dieweil sie den schuljungen lauter wahnsinn einpläuen denken sie wunder wie weit sie sich über einem palimon einen donat hinaufgeschwungen haben und ich weiß nicht durch welche zauberkünste sie es zustande gebracht haben daß sie närrischen müttern und tummenvätern gerade so verkommen wie sie sich selbst zu sein glauben wollust ist's für einen solchen wenn er in einem halbvermoderten buche etliche veraltete wörter erstänkert oder ein stück von einem mit verstümmelten buchstaben bezeichneten stein hervorgegraben hat o jupiter wie hüpft er nicht vor freude welcher triumph welches lobgewäsch als ob er afrika besiegt oder babylon erobert hätte wenn sie ihre frostigen und abgeschmackten verslein alle orten spiegeln und bewunderer finden so zweifeln sie nicht virgils seele sei mit haut und haar in ihren leib gefahren lustiger ist nichts als wenn sie sich untereinander loben bewundern kratzen wenn der eine sich an einem wörtchen verstoßen und ein scharfsichtiger es von ungefähr entdeckt hat o herkules welch eine trauerszene öffnet sich welches gekeife welche spottnamen welche beschimpfungen alle grammatiker sollen mir über den nacken kommen wenn ich nicht die runde wahrheit erzähle ich kenne einen tausend künstler griechen lateiner mathematiker philosophen arzt und das alles im höchsten grad er ist schon sechzig jahr alt seit mehr als zwanzig jahren ereselt und ermartert er sich alle übrigen geschäfte hintansetzend mit der grammatik er würde sich für ein rechtes glückskind halten wenn es ihm so lange zu leben verstattet würde bis er es bei sich festgesetzt hätte wie man die acht teile der rede voneinander unterscheiden müsse eine sache über die sich bisher kein grieche und kein römer zuversichtlich erklärt habe er scheut sich nicht den grausamsten krieg anzufangen wenn jemand das beiwort an die stelle setzt wo sich das fügwort befinden sollte da es so viele grammatiken als grammatiker gibt ja noch mehr denn mein freund aldus schrieb ihrer fünf so läßt unser held doch keine vorbei wenn sie auch noch so barbarisch und kopfbrechend geschrieben ist ohne sie aufs genaueste zu durchwühlen neidisch auf einen jeden der sich auch auf die widersinnigste weise an eine solche arbeit gewaget hat in der herzabnagenden furcht es möchte jemand ihm dieses ehrenkränzlein ablaufen und ihm die arbeit so vieler jahre schänden bei ihnen meine herren steht es dieses wahnsinn zu nennen oder aber narrheit mir liegt wenig daran wenn man mir nur eingesteht meiner güte und gnade sei es zuzuschreiben daß dieser der sonst das elendste unter allen vier sein würde sich auf eine solche stufe der glückseligkeit schwinge daß er sein los auch mit keinem persischen könig vertauschen würde so sehr sind die dichter mir nicht verpflichtet ob sie gleich unstreitig von meiner zunft sind sie denen wie den malern alles erlaubt ist deren bemühung keinen anderen zweck hat als die ohren der narren durch possenhafte schwenke und lächerliche fabeln zu kitzeln und dennoch ist es zum erstaunen was für große dinge sie auf diesen wind bauen weniger nicht als daß sie sich und andern die unsterblichkeit und ein wonnevolles götterleben herzhaft versprechen mit der eigenliebe und der schmeicherei leben sie vorzüglich vertraut unter allen sterblichen ist niemand der mich mit mehrerer einfalt und standhaftigkeit verehrt die redner treten freilich ein wenig aus dem gleise und spielen mit den philosophen unter dem hütchen doch sind sie auch von meiner partei wo der beweis sei ich könnte vieles anführen man merke aber nur dieses unter andern posten haben sie vieles und unanständlich von der kunst zu scherzen geschrieben der er mag sein wer er will welcher die redekunst geschrieben und dem herrhenius zugeeignet hat zählt die narheit selbst unter die verschiedenen arten des scherzes quintilian den die redner für ihren vortänze erkennen schrieb vom lachen ein ellenlanges kapitel diese schriftsteller schreiben der narheit eine so große kraft zu daß sie oft das was sich durch keine vernunftgründe wegräumen ließe durch ein lachen in die flucht treiben man wird es mir doch nicht streitig machen wollen durch kunstreiche schwenke ein gelächter erwecken gehöre zu den gaben der narheit dieses gelichter sind auch die welche sich durch bücher schreiben einen unsterblichen ruhm erhaschen wollen sie sind mir alle sehr stark in der tinte hauptsächlich die welche das papier mit nichts als lapereien überschmieren was die betrifft welche nach dem urteile einiger weniger gelehrten gelehrt schreiben so scheinen sie mir nicht so fast glücklich zu sein als aber erbarmungswürdig wenn sie es gleich auf den entscheid eines persius oder celius wollen ankommen lassen denn sie martern sich selbstbeständig sie flicken hierzu ändern streichen weg setzen wieder hin wiederholen wärmen auf erholen sich rats halten neun oder zehn jahre zurück sind nie mit sich selbst zufrieden eine nichtswerte belohnung das lob einiger weniger erkaufen sie teuer viele nächtendurch sich des schlafes beraubend des angenehmsten dinges von der welt bei vielem schweiß und krame ist ihr verlust groß ihre gesundheit wird vergeudet die schönheit geht zugrunde sie werden triefäugig wo nicht gar blind ziehen sich armut und neid zu finden nirgends einen eingang zum vergnügen altern und sterben vor der zeit und so weiter ein solcher weise meint alles dieses übel werde ihm reichlich dadurch ersetzt daß hier oder da ein blinzer ihn seines beifalls gewährt weit glücklicher ist ein schriftsteller der sich bei seinen träumereien an mich hält er darf sich den schalen kopf nicht zerbrechen wie es ihm einfällt in die feder schießt träumt setzt er es sogleich auf es geht dabei nichts verloren als ein wenig papier er ist des erfolgs versichert je possenhaftere possen er schreibt von desto mehreren das ist allen narren und tummköpfen erhält es beifall es kostet ja keine mühe drei oder vier gelehrten gesetzt daß sie es lesen zu verachten der ausspruch so wenig weiser gilt bei einem so unzählbaren haufen der widersprecher so viel als nichts auch die verstehen die sache besser die eine fremde arbeit für die ihrige ausgeben den ruhm um den anderen mit großer mühe gearbeitet haben ziehen sie leicht an sich ja eines gelehrten diebstahls wird man sie anklagen das aber darauf sie sich verlassen ist dieses sie werden sich wenigstens bis dahin die sache zunutze machen es ist der mühe wert acht darauf zu haben wie vieles diese sich darauf zugute tun wenn man sie auf den straßen lobt im gedränge mit fingern auf sie weist und spricht sehet dort geht der grundgelehrte mann auf den läden der buchhändler stehen ihre werke feil auf den titelblättern liest man ihre auf verschiedene weise verkünstelten namen die ein ganz fremdes und magisches ansehen haben und diese namen o himmel was sind sie anders als namen anbei sind sie in dieser großen weiten welt nur sehr wenigen bekannt und noch von weit wenigern werden sie gelobt denn auch bei den ungelehrten hat jeder seinen eigenen geschmack nicht selten sind diese namen erdichtet oder aus den schriften der alten an kindesstadt angenommen der eine nennt sich telemachus ein anderer stelenus ein dritter lentes ein vierter polykratus ein fünfter thrasimachus und so weiter mit ebenso gutem fuge könnten sie ihr buch chamäleon betiteln oder krauzkopf oder a oder b oder c und so weiter das artigste ist wenn sie sich untereinander die narren und dummköpfe in ihren briefen und versen panegorisieren dieser nennt jenen seinen alkeus und bekommt zur dankbarkeit den titel kalimachus sie mein herr spricht einer sind beredter als cicero und sie erwidert der andere sind gelehrter als plato etwann fordert man einen gegner zum kampf heraus um sich durch einen klopffächterstreich einen noch größeren ruhm zu erwerben dann wankt der gaffende pöbel unentschlüssig welcher seiten er beifall zujauchzen wolle bis daß es heißt jeder der beiden streiter habe den sieger fochten und beiden wird die ehre des triumphes zuerkannt hier lachen die weisen als über eine erznahrheit so mag es sein niemand leugnet es inzwischen aber verdanken es die streiter mir daß sie ein vergnügtes leben haben und ihre triumphen mit keinem der scipionen vertauschen wollen auch die gelehrten die hierüber recht von herzen lachen und sich an dem wahnsinn anderer belustigen sind mir vieles schuldig und werden es nicht leugnen wenn sie ja nicht die undankbarkeit bis ins unverschämte treiben wollen die rechtsgelehrten wollen allen anderen den rang ablaufen das ist ein völkchen das vor allem austrefflich mit sich selbst zufrieden ist wenn man sich einen begriff von ihrer arbeit machen will so mache man sich mit den bemühungen des sistifus und dem erfolge derselben bekannt in einem atemzuge stoppeln sie viele hunderter gesetze zusammen gehören sie auch zur sache davon ist die frage nicht wenn nur kunstwörter auf kunstwörter meinungen auf meinungen gehäuft stehen und die leute wunderdenken welch eine riesenmäßige arbeit diese herren zustande gebracht haben denn das dabei man wie ein pferd arbeiten muß das muß ja notwendig etwas vortreffliches sein bemerken wir jetzt die logiker und sophisten leute die geschwätziger sind als die dodoneischen kessel man wähle unter den plauderhaftesten weibern zwanzig aus jeder unsrer helden wird es mit ihnen allen aufnehmen doch würden sie noch glücklicher seyn wenn sie weiter nichts als eine geläufige zunge hätten leider haben sie zu viel galle und sie erkämpfen sich um den schatten mit einer solchen heftigkeit das mehrenteils über dem gekeife die wahrheit verloren geht doch macht die eigenliebe auch sie glücklich mit ein paar syllogismen versehen finden sie keinen anstand über jede sache mit jedermann handgemein zu werden eigensinn macht sie unüberwindlich wenn sie auch gleich einen stentor zum gegner haben auf diese kommen die durch bart und mantel ehrwürdig gemachten philosophen die sich für die einzigen weisen ausgeben da alle übrigen sterblichen bloß ein schatten der menschheit sind ein auskehrrecht der schöpfung allerliebst schwärmen sie wenn sie unzählbare welten bauen das maß der sonne des mondes der sterne der weltkreise bis auf die breite eines haares angegeben die ursachen der blitze winde finsternisse und aller unerklärbarer dinge bestimmen nirgends zu wenig einen abstand findend als ob sie die geheimrede der natur der baumeisterin der dinge gewesen und gerade aus dem rate der götter zu uns herabgekommen wären inzwischen helfen sie der natur mit ihren mutmaßungen zu einem recht herzlichen lachen daß sie nichts verstehen ist schon dieses ein zureichender beweis über jedes ding geraten sie sich so in die haare daß sie nicht auseinanderzureißen sind obgleich sie nichts wissen geben sie sich doch für allwissend aus ihnen selbst sind sie fremd sie sehen die grube nicht den stein nicht darauf sie gerade zugehen entweder weil sie blödsichtig sind oder weil sie ihren geist an das umherschweifen gewöhnt haben und doch prahlen sie daß sie ideen universalien getrennte formen die ersten stoffe wie die täten exeitäten sehen daß alles so überfeine dinge sind daß ich wohl sagen darf auch luchsenaugen seien zu stumpf dazu nie aber verachten sie den unheiligen pöbel mehr als wenn sie mit drei angeln vierecken zirkeln und dergleichen mathematischen figuren die ineinander verschlungen verlabyrinthisiert und mit wie in verschiedene schlachtordnungen gestellten buckstaben durchspickt sind den ungelehrten einen blauen dunst vor die augen machen und in diese klasse gehören auch die welche umkünftige dinge vorher zu sagen die gestirne zu rate ziehen und mehr als magische wunder versprechen auch so glücklich sind menschen zu finden die ihnen tummen glauben zustellen vielleicht würde ich am besten tun wenn ich bei den theologen stillschweigend vorüber ginge und diese seite ganz und gar nicht berührte diese art von menschen trägt den kopf gewaltig hoch und ist ungemein reizbar ich laufe gefahr daß sie mit tausenderlei folgerungen auf mich losstürmen und mir bleibt dann anders nichts übrig als zu palynodisieren wenn ich nicht für eine erzketzerin will ausgeschrien werden wenn sie jemanden auch nur ein wenig ungünstig sind so sind sie gleich bereit ihm mit einem bannstrahle einen schrecken einzujagen freilich sind sie unter allen menschen die welchen es am widerlichsten vorkommt mich für ihre wohltäterin zu erkennen und doch sind sie auch aus verschiedenen nicht unwichtigen ursachen in meiner schuld die eigenliebe die sich in meinen diensten befindet versetzt sie wie in den dritten himmel wo sie alle übrigen sterblichen als so viele auf der erde kriechenden thiere von ihrer höhe herab verachten und beinahe bemitleiden mit einem ungeheuren herr von magisterialischen definitionen konklusionen korollarien expliziten und impliziten propositionen sind sie rundum schanzt so vielerlei ausflüchte stehen ihnen bereit dass es auch einem vulkan unmöglich sein würde sie zu verstricken immer bahnt eine distinktion ihnen den ausweg auch ist dieses das beste mittel jeden knoten zu durchschneiden schärfer und hurtiger als jene art mit welcher der richtern theredos dem der den prozess verloren hatte den kopf zu zerspalten pflegte und zu diesem ende haben sie sich mit neu ausgedachten wörtern reichlich versehen redensarten die schauer einjagen verborgene geheimnisse erklären sie nach ihrem gutdünken auf welche weise die welt erschaffen und eingerichtet worden durch welche kanäle sich jene sündenseuche in die nachkommenschaft ergossen habe wie in welchem maße in welchem zeitpunkte christus in dem leibe der jungfrau vollendet worden wie sich im abendmale accidentien ohne behausung beherbergt finden doch diese sind nur gemeine und ausgenutzte dinge es gibt andere die verdienen von großen und hocherleuchteten theologen fein behandelt zu werden wenn diese vorkommen dann wacht man erst recht auf zum exempel hat gott einen zeitpunkt nötig wenn er etwas hervorbringt gibt's in christus verschiedene sohnschaften läßt sich sagen gott der vater haßt den sohn hätte gott sich mit einem weibe vereinen können mit dem satan mit einem esel mit einer pflanze mit einem steine wie hätte in einem solchen falle die pflanze predigen wunder thun ans kreuz geheftet werden können was würde petrus eingesegnet haben wenn er zu eben der zeit eingesegnet hätte in welcher christi leib am kreuze hing hätte man als dann christum einen menschen nennen können wird es nach der auferstehung erlaubt sein zu essen und zu trinken oh diesen herrn liegt vieles daran sich zum voraus und in ewigkeit hinein vor hunger und durste zu bewahren solcher feingesponnener possen gibt es eine unzählbare menge es fehlt ihnen an noch weit feiner nicht von zeitpunkten bei göttlichen zeugungen von notionen relationen formalitäten quiditäten exeidäten dinge die selbst der argonauthe lynkeius der durch eine mauer hindurch sehen konnte nie würde entdeckt haben denn hier muß man durch die dickste finsternis hindurch das sehen was nirgends ist hierher gehören auch ihre moralsätze die so seltsam sind daß die paradoxesten behauptungen der stoiker in vergleichung mit denselben eine gemeine und alletagsware erscheinen würde zum exempel es sei ein kleineres verbrechen tausend menschen totschlagen als auch nur einmal einem armen am sonntage den schuh flicken man solle ehender die ganze welt mit aller ihrer zubehörde zu grunde gehen lassen als nur die allerkleinste und nichtsbedeutendste unwahrheit zu sagen diese so feinen feinigkeiten werden durch eine menge von scholastischen renken noch mehr befeinert so daß man sich eher aus allen laberinten herausfinden könnte als aus dem gewirre der realisten nominalisten thomisten albertisten okanisten skutisten wer möchte sie alle nennen dieses sind nur die vornehmsten hier ist alles so voll von gelehrtheit von schwierigkeit daß ich wirklich glaube die apostel müßten mit einem ganz anderen geiste versehen sein als dem der sie ehedem belebte wenn sie gezwungen wären über diese dinge mit diesem neuen geschlechte von theologen hand gemeint zu werden denn paulus hat es an glauben nicht gefehlt wenn er aber sagt der glaube seine zuversicht dessen daß man hofft und nicht zweifelt an dem daß man nicht sieht so hat er ihn nicht magistraliter definiert er erwies sich auf eine vortreffliche weise liebreich aber bei seiner beschreibung und einheilung der liebe in dem dreizehnten kapitel seines ersten briefs an die korinther verrät er wenig logik die apostel bezeigten sich bei einsegnungen des abendmahls andächtig und fromm wenn man sie aber gefragt hätte was sich bei dem anfang und fortgange des erfolgs der einsegnung ereigne wie es mit der transubstantiation beschaffen sey wie der nämliche körper an verschiedenen orten seyn könne mit welchem unterschiede der leib christi im himmel am kreuze im abendmahle gewesen sey in welchem zeitpunkte die transubstantiation vorgehe da die einsegnung durch sylben und worte geschieht die sich nur nach und nach aussprechen lassen o so würden sie wohl nicht so scharfsinnig antwortet haben wie die skuddisten es heutzutage thun die apostel kannten die mutter jesu aber welcher von ihnen hat es so philosophisch demonstriert wie sie vor adams fehler bewahrt worden als unsere theologen es thun petrus empfing die schlüssel und empfing sie von dem der sie keinem unwürdigen anvertrauen würde und doch weiß ich nicht ob er es verstanden habe gewiss äußert er nirgends eine solche spitzfindigkeit wie auch der in dem sich keine erkenntnis befindet den schlüssel der erkenntnis habe sie tauften alle orten und lehrten doch nirgends welches die förmliche materielle wirksame und endzweckliche ursache der taufe sei auch thun sie keine meldung von einem auslöschlichen und unauslöschlichen charakter sie beteten an aber im geister und befolgten bloß die evangelische anweisung gott ist ein geist und die so ihn anbeten müssen ihn im geist und in der wahrheit anbeten es zeigt sich aber nicht es sei ihnen damals geoffenbart worden man müsse das an der wand mit einer kohle gezeichnete bildchen mit der nämlichen anbetung wie christum selbst anbeten wenn er nur mit zween emporgestrebten fingern gezeichnet sei mit langem haare und mit strahlen sowohl auf dem wirbel als auch an beiden schläfen nein niemand kann zu solchen einsichten gelangen der nicht sechs und dreißig jahre lang die aristotelische und skutistische physik und metaphysik durchgeschwitzt hat die apostel schärfen die lehre von der gnade ein nirgends aber zeigen sie den unterschied zwischen der aus gnade gegebenen gnade und der begnadigenden gnade sie vermahnen zu guten werken unterscheiden aber nicht zwischen einem wirkenden werke und einem gewirkten sie schärfen oft die liebe ein unterscheiden aber nicht zwischen der eingeflößten und der erlangten auch zeigen sie nicht ob diese tugend etwas zufälliges sei oder etwas wesentliches etwas erschaffenes oder etwas unerschaffenes sie verabscheuen die sünde ich will aber sterben wenn sie es kunstmäßig hätten bestimmen können was das sei was wir sünde nennen insofern sie etwa nicht von dem geiste des gotisten dessen belehrt worden man wird mich nie dahin bringen können daß ich glaube paulus man mache von der gelehrtheit desselben einen schluß auf die übrigen würde so oft wieder spitzfindige fragen zänkereien wortkriege geredet haben wenn er mit ein jenen feinen dingen bekannt gewesen wäre in sonderheit wenn man das rohe und bäuerische gezänke seiner zeiten mit dem mehr als feinheiten unserer großen meister vergleichen will doch muß man auch ihre große bescheidenheit zu rühmen nicht vergessen wenn sie in den schriften der apostel etwas nachlässiges finden das vor meister und gesellen nicht bestehen kann so fahren sie nicht gleich mit der verdammung zu sondern legen es auf das beste aus und dieses ist die ehre die sie theils dem alterthume theils dem apostolischen namen erweisen und gewiss wird es nicht billig sein so große dinge von ihnen zu fordern über welche ihr lehrer nie auch nur ein wörtchen mit ihnen verloren hat wenn sie beim chrysostomus basilius hieronymus etwas dergleichen antreffen so sprechen sie ohne umschweif dieses hat man nicht angenommen jene alten haben die heidnischen philosophen und die juden widerlegt leute denen es von natur an hartnäckigkeit nicht fehlte sie taten es aber mehr durch leben und wunder als durch syllogismen und die leute die bekehrt wurden waren ehrlich einfältige leute die mit anspannung alles ihres witzes nicht imstande gewesen wären ein einziges gut liebet des skotus zu verstehen nun aber wo ist ein heid ein ketzer welcher vor so feinen subtilitäten nicht sogleich die waffen strecken müßte es sei denn daß er der tummkopf es nicht fassen konnte oder unverschämt genug wäre es auszuzischen oder sich mit ähnlichen waffen und fallstricken versehen hätte so daß man im treffen keinen vorteil voreinander haben würde wie wenn zween zauberer einander beim kopfe kriegen oder wenn jeder ein zauberschwert hat da würde die sache so wenig zu ende kommen als das gewebe der klugen frau penelope wenn die christen ich rede nach meiner einsicht weise wären so würden sie anstatt die jener scharen von schwerfälligen soldaten derer man sich seit langem aber nicht mit dem besten erfolge bedient lärme des godisten hartnäckige okkanisten unüberwindliche albertisten mit dem ganzen geschlepper der sophisten wieder türken und sarazenen senden man würde ich zweifle nicht daran das aller lustigste gefechte sehen und einen noch nie gesehenen sieg wo sollte sich eine so kalte seele finden lassen die nicht bei der gluth solcher männer in flammen gerathen müßte der allerträgste würde dadurch zu hurtigkeit angespannt werden dem scharfsichtigsten würde hier staub in die augen geworfen werden aufgenommen von julia niedermeyer mich dorcht bald ich scheine euch dieses alles nur im scherze gesagt zu haben kein wunder es giebt ja auch unter den theologen den gelehrtesten solche denen vor dergleichen elenden das ist ihr wort theologischen spitzwirnigkeiten ekelt es gibt derer die es als eine gotteslästerung verabscheuen und es für die höchste ruchlosigkeit halten wenn man von so geheimen dingen die ehrender anzubeten als zu erklären sind mit einem so unausgespülten munde redet sich darüber mit unheiligen von heiden ausgesonnenen grübeleien erzankt alles stolz erklärt und die majestät der göttlichen theologie mit einem frostigen und unsaubern wörtergemische beschmutzt indessen sind sie aufs herrlichste mit sich selbst zufrieden und klatschen sich beifall mit diesen allerliebsten kindereien tag und nacht beschäftigt finden sie die geringste zeit nicht nur einmal das evangelium oder die paulinischen briefe aufzuschlagen unter diesen schulärmlichkeiten bereden sie sich daß sie die ganze kirche die sonst einsinken müßte mit ihren syllogismen stützen gerade so aufrecht erhalten wie der himmel bei den dichtern sich auf die schultern des atlas steuert wie glückselig dünken sie sich nicht auch dann zu sein wenn sie schriftstellen wie ein stück wachs nach willkür bilden und ändern wenn diesen ihren entscheidungen die unterschrift einiger scholastiker beigefügt ist so sehen sie dieselben für ehrwürdiger an als solons gesetze sie ziehen sie den päpstlichen dekreten vor sie als zensoren der welt wollen jedermann einen widerruf abzwingen der sich für etwas erklärt hat das mit ihren mittelbaren und unmittelbaren folgerungen nicht haarklein übereinstimmt mit einer schnarrenden orakelstimme sprachen sie dieser satz ist ärgerlich dieser vergreift sich an der ehrbarkeit dieser riecht nach ketzerei dieser klingt nicht gut also lässet man wieder die tauf noch das evangelium weder paulus noch petrus weder hieronymus noch augustinus ja den so sehr aristotelisierenden thomas selbst nicht für christlich gelten wenn es den herren bakalauren nicht einleuchten will denn ohne ihre feinheiten läßt sich kein gesundes urteil fällen in der tat wer würde es haben fühlen können daß der kein christ sei der sagen würde die beiden sätze du nachttopf stinkst und der nachttopf stinkt werner in hafen südetz und der hafen südet lassen sich beide sagen wenn er nicht bei diesen weisen zur schule gegangen wäre wer würde die kirche von solchen irrtumsfinsternissen befreit haben die man nirgends auch nur einmal gelesen hätte wenn diese herren nicht so gut gewesen wären sie mit angehängten großen insiegeln an das taglicht kommen zu lassen aber sind sie nicht eben hiedurch für erzglückliche geschöpfe zu erkennen alles was sich in den unterirdischen gegenden zuträgt beschreiben sie so mit den kleinsten umständen als ob sie in selbiger republik viele jahre zugebracht hätten nach willkür bauen sie einen neuen himmel über den andern und lassen es zuletzt an dem weiten und schönen empyrium nicht fehlen damit es den beglückten seelen an raume nicht gebreche sich zu ergehen ihr festlichen mahlzeiten zu halten oder den ball zu schlagen mit diesen und tausend der gleichen schnackereien haben sie den kopf so voll geschopft daß ich glaube jupiters mit der palace beschwängertes gehirne sei nicht ausgespannter gewesen da er die art des vulkans um hülfe anrief kein wunder also daß sie in ihren öffentlichen disputationen den kopf mit so vielen binden auf das sorgfältigste umschlungen haben denn ohne dieses würde er augenblicklich zerplatzen auch dieses macht zuweilen selbst mich zu lachen erst als dann dünken sie sich recht große theologen zu sein wenn sie eine garstige rotwelsche sprache plaudern und alles so durcheinander hudeln können daß nur ein ganz zerrütteter kopf darin verstand finden kann denn für einen scharfsinnigen wäre es ja ein ewiger schimpf wenn der pöbel ihn verstehen könnte die würde des theologen müßte sich zu tief erniedrigen wenn er sich unter die gesetze der grammatiker zwingen ließe wunderbare majestät dieser männer sie machen einen anspruch auf das vorrecht fehlerhaft zu reden und doch findet sich auch mancher schuhflicker im besitze desselben endlich dünken sie sich erhaben wie götter zu sein wenn man sie mit einer ehrfurchtsvollen mine als magister grüßt ein titel in welchem sie etwas so großes zu stecken glauben als in dem bei den juden für unaussprechlich gehaltenen namen von vier buchstaben ein todes verbrechen sagen sie würde man begehen wenn man magister noster anders als mit großen buchstaben schriebe und auch dann wenn man das letztere wort dem ersten vorhersetzte würde es um die ganze theologische majestät erbärmlich stehen bald ebenso glücklich als diese sind jene die sich religiosen und mönche zu nennen pflegen und beides falsch ein großer teil von ihnen weiß von der religion so viel als nichts und mönche das ist in der einsamkeit lebende sind sie eben so wenig weil wir uns in allen straßen an sie stoßen o ja die elendsten tropfe würden sie seyn wenn ich ihnen nicht auf vielerlei weise zu hülfe käme diese art von menschen wird gemeiniglich so verabscheut daß man es für ein böses zeichen hält wenn man von ungefähr einem dieser unglücksvögel begegnet ich aber mache daß sie große dinge von sich selbst denken sie halten es für den gipfel der frömmigkeit wenn sie so ungelehrt sind daß sie auch nicht einmal lesen können wenn sie ihre vorgezählten und nicht verstandenen psalmen mit ihrer eselsstimm in den tempeln herauskrecht so glauben sie den häuflein der frommen die ohren mit einem wollustgefühle zu kitzeln einige von ihnen spiegeln aus habsucht ihre schmutzige bettelei vor den thüren brüllen sie um brot gasthäuser reisewagen schiffe alles wird von ihnen angeranzt wenn auch gleich den übrigen bettlern noch so vieles dadurch abgestohlen wird also pflegen diese holden geschöpfe durch ihr garstiges dummes bäurisches unverschämtes wesen uns das muster der apostel vorzulügen recht zum lachen ist's wie sie alles auf die vorgeschriebene weise einrichten kein mathematiker könnte es genauer auszerkeln das geringste versehen würde todsünne sein wie viele knoten am schuh sein müssen von welcher farbe der gurt von welchem schnitte das kleid von welchem stoffe wie viele strohhalme breit der gürtel wie gestaltet wie viele schäffe haltend die kappe wie viele fingerbreit die blasse und wie viele stunden der schlaf dauern müsse wer sieht nicht wie unschicklich bei einer so großen verschiedenheit des leibes und auch des gemüts eine solche gleichheit sei und doch sind es solche ärmlichen possen um deren willen sie nicht nur andere weit unter sich herabsetzen sondern auch einander selbst verachten sie die auf den besitz einer apostolischen liebe prahlen machen sich kein bedenken wegen einem anders gegürteten kleide einer etwas bräuneren farbe den blutigsten unfug zu stiften einige derselben sind so streng religiös daß sie das feine hemd unter dem härteren rocker ja nicht sehen lassen andere hingegen tragen den leinwand über der wolle einige wollten viel lieber das giftigste kraut in die hände nehmen als ein stück geld zu berühren und doch haben sie keinen abscheu vor dem weine noch von dem betasten eines weibes es läßt sich nicht genug sagen wie vielen fleiß sie alle anwenden sich in allem voneinander zu unterscheiden es liegt ihnen nichts daran christu ungleich zu sein wenn sie nur auch untereinander ungleich sind strickträger nennen sie sich koleten minoriten minimen bullisten benediktiner bernhardiner brigitenser augustiner wilhelminer jakobiten als ob es zu gering wäre sich christen zu nennen viele von ihnen zählen so sehr auf zeremonien und armselige legenden daß sie glauben der himmel für sich sei nicht imstande so verdienstvolle leute zu reichen zu belohnen sie denken nicht daran daß christus auf alles dieses nicht achte und von den menschen nur die beobachtung seines großen gebotes fordere das sich auf die liebe bezieht am gerichtstage wird der eine mit seinem aufgedunsenen bauche prahlen den man einen vollgestopften fischkasten nennen könnte ein anderer wird von hundert scheffeln herausgeschriener psalmen schwatzen ein anderer wird mir raten von festtagen daher erzielen und wie oft er des tags nur einmal essend den magen bald bis zum zerplatzen angefüllt habe ein anderer wird einen solchen haufen von ceremonien daher schleppen daß man sie auch in sieben laststiffe nicht zusammendrängen könnte ein anderer wird sich rühmen er habe sechzig jahre lang nie ein stück geld anders als mit büffelhandschuhen berührt ein anderer wird in einer so garstig beschmutzten mütze einher strotzen daß auch ein bootsknecht lieber die ohren abfrieren als sie mit derselben wieder den frost schützen würde ein anderer wird erzählen daß er seit mehr als fünfzig jahren sein leben gleich einem pfifferlinge stets am gleichen ort zugebracht habe ein anderer wird sich auf seiner durch stetes singen heischer gewordene stimme berufen ein anderer wird erweisen daß er sich durch sein einsames leben die schlafsucht zugezogen habe ein anderer wird seine durch stetes schweigen starr gewordene zunge hervorschrecken christus um diesem sonst nie zu ende kommenden geprahle abzuhelfen wird fragen woher dieses neue judengeschmeiß entstanden sei nur ein einziges gesetze wird er sagen erkenne ich für das meinige und nur von diesem höre ich nichts ehedem versprach ich deutlich ohne es in parabeln zu hüllen mein väterliches erbe nicht dieser oder jener kappe diesem oder jenem gebetlein noch dem fasten sondern der liebtätigkeit ich kenne die nicht die von ihren taten zu groß denken diese die das ansehen haben wollen als ob sie mich an heiligkeit übertreffen mögen wenn es ihnen beliebt den himmel der praxasianer beziehen oder sich von denen deren legenden sie meinen geboten vorgezogen haben einen neuen himmel erbauen lassen wenn sie dieses hören und sehen werden daß man matrosen und vorknechte ihnen vorziehe o stellen sie meine herren sichs einmal vor mit welchen langen gesichten werden die tropfen einander anstarren inzwischen sind sie bei ihrer hoffnung glücklich mit welcher sie von meiner gutmütigkeit ausgerüstet worden wenn diese geschöpfe gleich von der republik ausgeschlossen sind so hat man sie doch nicht zu verachten sonderlich die bettelmönche denn die beicht hat sie mit den geheimnissen eines jeden bekannt gemacht freilich halten sie es nicht für erlaubt aus der schule zu schwatzen aber was geschieht nicht wenn man ein glas wein zu viel im kopfe hat und zur ergötzung etwas lustiges auf die bahn bringen will dann aber tragen sie die sache nur rätselhaft vor und verschweigen die eigentlichen namen wenn jemand hier in das hornissenes sticht so wissen sie sich in der ersten besten predigt redlich zu rächen durch gewisse umstände wissen sie ihren feind auf eine so versteckte weise zu schildern daß nur die ihn nicht erkennen die ganz und gar nichts begreifen können ihr gebelle nimmt kein ende bis man zu dem mittel des eneas greift der dem zerberus etwas zum fressen in den rachen warf nein meine herren bei keinem schauspieler keinem marktschreier würden sie stehen bleiben wenn sie einen solchen prediger auftreten sehen freilich gibt's da posierliche rednersprünge sie sind alle den regeln der muster in dieser kunst oft das lieblichste nachgeahmt o meine herren merken sie dann wohl auf jede gebärde wie schicklich ändern die leute nicht ihre stimme ihre rede ist gesang alles an ihnen regt und bewegt sich niemand versteht besser die kunst gesichter zu schneiden und mit dem durchdringendsten gestreie die gewölke erscheinend zu machen und diese rednerkunst pflanzt sich als ein geheimnis durch die überlieferung von einem klosterbruder auf den anderen fort mir freilich einem weibe ist die einsicht in solche dinge nicht verstattet ich kann also davon nur so viel sagen als ich durch mutmaßung erhaschen könnte sie vergessen nie eine anrufung vorher zu schicken ein kunstgriff den sie den dichtern abgeborgt haben hierauf wenn sie zum exempel von der liebe reden wollen bringen sie den ägyptischen nilfluß in den eingang wenn sie von dem geheimnisse des kreuzes zu reden haben so lassen sie den drachen von babel feierlich auftreten eine fastenpredigt läßt zuerst die zwölf himmlischen zeichen in ihrer ordnung vor dem gesichte der zuhörer vorbeiziehen bei einer glaubenspredigt muß ihnen die quadratur des zirkels den eingang eröffnen ich habe einen erznarren ich irre mich einen erzgelehrten wollte ich sagen gehört der in einer weltberühmten predigt an erklärung des geheimnisses der göttlichen dreieinigkeit arbeitete um seine ungemeine gelehrtheit auszukramen und theologischen ohren ein vergnügen zu verschaffen schlug er einen nagelneuen weg ein er sprach von wuchstaben silben redeteilen der übereinstimmung des nennworts mit dem zeitworte des hauptworts mit dem beiworte alles war erstaunt und bewunderungsvoll und einige murmelten zwischen den zähnen was wird zuletzt aus dem verzweifelnden zeuge werden endlich leitete er es so ein daß er in den ersten grundsätzen der grammatik das bild der dreieinigkeit den zuhörern so natürlich vor augen legte daß man jeden mathematiker trotz bieten könnte es lebhaft in den staub zu kritzeln in verfertigung dieser rede durchschwitzte der superlative theolog ganze acht monate und so daß keine schermaus stockblinder sein kann als er es heutigen tages ist die geistesspitze zerkratzte ihm die augenschärfe so ganz erbärmlich doch hält der mann seine blindheit für keinen verlust und findet daß er einen so großen ruhm um einen spottpreis eingebucht habe ende von abschnitt elf aufgenommen von jule niedermeyer abschnitt zwölf von das lob der narrheit von desiderius erasmus diese libevox aufnahme ist in der public domain ich hörte auch einen anderen 80 jährigen graubart der so ganz theolog war dass man darauf geschworen hätte der leibhaftes gottes sei in ihm auferstanden um das geheimnis des namens jesu zu erklären bewies er mit bewunderungswürdiger scharfsinnigkeit daß alles was ich von ihm sagen lasse bereits schon in den buchstaben verborgen liege weil das wort nur drei endungen habe so sei dieses eine augenscheinliche darlegung der göttlichen dreieinigkeit ferner in den drei endungen dieses namens nämlich jesus jesu und jesu seien die drei letzten buchstaben s m und u hierin liege das unaussprechliche geheimniß er sei summus medius und ultimus der anfang die mitte und das ende noch war ein viel verworreneres geheimnis als es irgendein mathematisches problem sein könnte zu entwickeln er zeigte wie das aus fünf buchstaben bestehende wort jesus durch den mittlern ein s in zweengleiche teile getrennt werde nun werde bei den hebräern dieser buchstabe siu genannt und siu bedeute wenn ich nicht unrecht habe in der schottländischen sprache so viel als sünde folglich sei es sonnenklar jesus sei der welcher die sünden der welt wegnehme ein so nagelneuer eingang zeugte bei jedermann in sonderheit den theologen eine so staunende bewunderung dass man bald hätte denken sollen sie seien gleich der niob zu stein geworden mir aber war es beinahe wie dem priapus gegangen als er den nächtlichen gebräuchen der kanidier und saganer zusah da war es ihm nicht mehr wie ehedem als er noch ein feigenbäumerner klotz gewesen nun konnte er schrecken die wirkung des schreckens aber schall und roch zu seinem glücke den bösen weibern so wirksam in ohren und nasen daß sie über hals und kopf die flucht ergriffen über einen solchen erfolg ist sich nicht zu verwundern denn bei griechen und römern einem demosthenes oder cicero würde man sich vergeblich nach einem solchen einschmeichlungseingange umsehen eine sich von der sache entfernende vorrede hielten sie für einen fehlschluß wirklich auch lehrt die natur ganz andere dinge sogar ein schweinsherd der bei der natur zur schule gegangen ist macht so wenig umschweife dass er lieber sogleich mit der tür ins haus fallen will diese gelehrten hingegen halten ihr präambulieren als dann erst für fein rhetorisch wenn es mit dem gegenstande ihrer rede nicht in der geringsten verwandtschaft steht und die zuhörer einander zuflüstern wo wird der kerl zuletzt noch hingeraten drittens berühren sie nur wie beiläufig und oben hin gleichsam nur erzählungsweise etwas aus dem evangelium und doch wäre es ihre pflicht gewesen sich einzig bei der erklärung desselben aufzuhalten viertens fangen sie wieder eine ganz andere rolle an und nehmen eine theologenfrage vor die hand die sich auf das vorhergehende so schicklich wie eine faust auf das auge reimt denn auch dieses halten sie für kunstmäßig nun fängt der theolog sich erst recht zu brüsten an er betäubt die ohren der zuhörer mit seinen solennen subtilen subtilsten seraphischen heiligen irrefragablen lehrern und was dergleichen prächtige töne mehr seien mögen darauf prahlen sie ihre syllogismen vordersätze hindersätze folgerungen korollarien frostige voraussetzungen und mehr als kolastische possen dem dummen pöbel vor nun ist's noch um den fünften aufzug zu tun indem man sich als einen ganzen meister dargeben muß hier ziehen sie ein närrisches und tummes märchen ich weiß nicht aus was für einem historienspiegel oder aus abenteuern der römer hervor daß sie's sodann allegorisch tropologisch und anagogisch behandeln und auf diese weise bringen sie ein wundergeschöpfe zustande das weit lustiger anzusehen ist als jenes welches horats gleich anfangs seiner dichtkunst vorzuspiegeln getrachtet hat weil sie ich weiß nicht von wem gehört haben man müsse die rede sanft und ohne geschrei anfangen so sind sie anfangs so leise daß sie sich selbst nicht hören als ob sie dinge sagen müßten die niemand verstehen dürfe man hat ihnen etwan gesagt um die leidenschaften rege zu machen seien ausrüfe ein vortreffliches mittel sie daher all dieweil sie ganz sanft reden erheben unversehens die stimme zu einem ganz rasenden geschreie wo sie es doch nicht im geringsten nötig hätten man würde einen eid ablegen daß der mensch der nur schreit damit er schreie der nüßwurze benötigt wäre sie haben gehört mit dem fortgange der rede müsse die stimme sich erheben nun beim anfang jedes teiles der rede sind sie ziemlich gelassen bald aber fängt die stimme gewaltig zu lärmen an wenn sie auch die frostigen dinge von der welt sagen und allemal beim ende sinken sie so daß man meinen sollte von atem sei nichts mehr in ihnen endlich haben sie bei den redekünstlern gelernt daß auch das lachen machen eine kunst sei sie sind daher auch beflissen etwas scherzhaftes einzumischen aber o huldreiche venus wie grazienmäßig wie schicklich ist's nicht gerade so wie da der esel sich als lautenschlager hervortun wollte ja beißig sind sie etwa auch doch so daß sie mehr kitzeln als verwunden wenn sie sich recht mühe geben frei von der brust zu reden so erweisen sie sich als leibhafte schmeichler kurz ihr ganzes betragen ist so daß man schwören sollte sie haben marktschreier zum muster gewählt können aber dasselbe bei weitem nicht erreichen doch sind sie in gewissem verstande einander so ähnlich daß niemand zweifelt diese haben von jenen oder jene von diesen die redekunst erlernt bei allem dem müssen sie mir es verdanken daß sie zuhörer haben die glauben sie besitzen an ihnen mehr als sie an einem demosthenes oder cicero würden besessen haben hierher gehören in sonderheit krämer und weiber denen die gedachten redner vorzüglich die ohren zu kitzeln trachten denn die ersten lassen ihnen etwan für das besänftigende schmeicheln etwas weniges von ihrem zusammenbetrogenen vermögen zukommen und die letzten sind unter vielen anderen ursachen diesem orden besonders darum gewogen weil sie den grollen den sie wieder ihre ehemänner haben in den schoß desselben auszuschütten pflegen man müßte also blind sein wenn man nicht sehe wie tief diese art von menschen bei mir in der schuld sei daß sie durch kleine zeremonien lächerliche possen und kein kleines geschrei die sterblichen gewissermaßen beherrschen und sich mehr als ein paulus und antonius zu sein einbilden genug aber von diesen marktschreiern die meine wohltaten so undankbar verkennen und sich auf eine ruchlose weise für fromm ausprallen es hat mich schon seit langem gelüstert etwas von königen und hofleuten die sich offenherzig für meine verehrer angeben nach recht und billigkeit zu berühren wenn sie auch nur eine halbe unze gesunden menschenverstandes hätten was könnte traurigeres und fliehenwürdigeres sein als ihr los nein derjenige wird sich gewiß nicht durch meineid und vatermord auf einen thron schwingen wollen der bei sich erwogen hat welch eine last auf den schultern dessen liege der die rolle eines fürsten ehrlich zu spielen gedenkt wer am steuerruder sitzt hat für das allgemeine nicht das eigentümliche zu sorgen auf jenes muß er alle seine gedanken wenden von gesetzen die er selbst gegeben hat und die er handhaben muß nicht eines fingers breit abweichen auf alles tun und lassen der beamten und richter ein wachsames auge haben denken die augen aller seien auf ihn gerichtet wie auf ein günstiges gestirn durch ein schuldloses betragen könne er das wohlsein der menschen ungemein befördern oder durch eine widrige aufführung gleichsam zu einem verderblichen kometen werden wenn andere leute fehler begehen so haben sie nicht so empfindliche und ausgebreitete folgen wenn der fürst auch nur ein wenig von dem guten wege abweiche so schleiche sich sogleich eine sittenpest in die herzen vieler menschen ein die glücksumstände eines fürsten führen vieles bei sich das geschickt ist vom guten wegzulocken zum exempel wollust freiheit schmeichelei üppigkeit er könne nicht genug arbeiten nicht zu sorgfältig wachen um nicht irgendwo von seiner pflicht weggetäuscht zu werden endlich um von hinterlist haß furcht gefahr nichts zu reden er habe einen könig über sich der in kurzem rechenschaft über jeden seiner fehltritte von ihm fordern werde und dieses um so viel schärfer je größer die ihm anvertraute herrschaft gewesen ja wenn der fürst dieses und vieles dergleichen bei sich erwägen wollte und erwägen würde es wenn er weise wäre so würden ihm wohl weder schlaf noch speise schmecken nun aber dank sei mir überlassen die fürsten alle diese sorgen den göttern tun sich gütlich und gönnen nur denen das ohr die es verstehen ihnen angenehme dinge vorzuplaudern damit sich ja nichts vom bekümmernis in ihr gemüt einschleichen möge sie bereden sich alle obliegenheiten eines fürsten redlich erfüllt zu haben wenn sie fleißig auf die jagd reiten stattliche pferde halten obrigkeitliche stellen und statthalterschaften teuer verkaufen täglich neue handgriffe aussinnen das vermögen der untertanen zu schmälern und ihren schatz zusammenzuscharren dabei aber schützen sie verschiedene dinge vor um dadurch der ungerechtesten sache einen schein von billigkeit zu geben mit vielem fleiße mengen sie etwas schmeichelndes ein um ja das herz des volkes nicht ganz zu verlieren stellen sie sich meine herren einen menschen vor denn zuweilen wird es so ungefähr eintreffen der von den gesetzen so viel als nichts versteht beinahe ein geschworener feind des gemeinen besten ist bloß auf seine gemächlichkeiten sieht wollüsten ergeben ist gelehrtheit freiheit und wahrheit hast an nichts weniger als an die wohlfahrt des gemeinen wesens denkt alles nach seiner lüsternheit und seinem eigennutzen abmißt hängen sie ihm dann eine goldene kette um das zeichen der übereinstimmung zusammenhängender tugenden setzen sie ihm eine mit edelsteinen bereicherte krone auf die ihn erinnern soll er müsse an allen heldentugenden jedermann übertreffen versehen sie ihn mit einem zepter die merkmale der gerechtigkeit und einer wieder aller bestechungen befaffneten seele kleiden sie ihn endlich in purpur um anzudeuten daß er für das wohlsein des volkes eine inbrünstige liebe habe wenn der fürst solche verzierungen mit seinem leben zusammenhalten wollte so deucht mich er würde sich seines putzes schämen und fürchten ein naseweiser dolmetsch möchte dieses theatergebränge spöttisch ins gelächter ziehen was soll ich von den vornehmen hofschranzen sagen gemeiniglich ist nichts abhänglicheres knechtischeres abgeschmackteres niederträchtigeres zu finden und doch bereden sie sich daß ihnen nichts beikomme ja in einer einzigen sache sind sie überaus bescheiden zufrieden daß sie geld edelgesteine purpur und die übrigen zeichen der tugenden und der weisheit an ihrem leib umherschleppen können lassen sie sich's großmütig gefallen daß andere die bezeichneten dinge sich anschaffen sie glauben sich über glücklich zu sein daß sie den könig ihren herrn nennen dürfen daß sie gelernt haben ihn mit ein paar worten sinnreich anzureden daß sie es verstehen wo die titel eure königliche hoheit eure majestät und so weiter schicklich anzubringen seien daß sie das gesicht in verschiedene falten legen und eine schmeichelei artig anbringen können dieses sind die künste eines edelmannes eines hofmannes wenn man ihr übriges leben genauer beim lichte betrachtet so findet man sie noch schöpsenmäßiger als es ehedem die fiaker waren oder die freiwerber der penelope oder wenn sie meine herren noch mehrere wissen wollen so schlagen sie den horatz nach dann eben gefällt's mir nicht sein echo zu spielen der vornehme mann schläft bis gegen mittag beim aufstehen kommt der wohlbezahlte kaplan und tut geschwind das dazu er abendsmäßig gedungen ist dann zum frühstücke bald darauf zum mittagsmahle hierauf karten würfel possenspiele stocknarren spöttereien liebes frauenzimmer etwas zum abendbrote darauf zur nachtmahlzeit auch beim nachttische gibt's abwechslungen also ohne sich das leben abzugrämen verstreichen stunden tage monate jahre jahrhunderte mir selbst ist es zuweilen so als ob ich mich mit vergnügen vollgepfropft hätte wenn ich diesem hochleben zugeschaut habe jede der nymphen meint den göttern um so viel näher zu sein je länger die schleppe ihres rockes ist die hofleute zerstoßen sich die ellbögen gewaltig um dem fürsten näher zu kommen und für den größeren günstling angesehen zu sein jeder schmeichelt sich um so viel mehr je gewichtiger seine halskette ist als ob er nicht nur seinen reichtum sondern auch seine stärke zugleich aufzuweisen hätte ende von abschnitt zwölf aufgenommen von jule niedermeyer abschnitt 13 von das lob der narrheit von desiderius erasmus diese liebe works aufnahme ist in der public domain das betragende fürsten hat schon seit langem päpste kardinäle und bischöfe zu unermüdeten nacheiferern und bald haben diese jenen den vorzug abgelaufen was bedeutet das schneeweiße gewand ein durchgehend schuldloses leben was die zweihörnig der infohl ein band vereint die beiden spitzen und bezeichnet die einsicht in das alte und neue testament was die handschuhe die reine und vor aller irdischen verunreinigung gesicherte ausspendung der sakramente was der hirtenstab ratsame besorgung der anvertrauten herde was das vorher getragene kreuz den sieg über alle menschlichen leidenschaften wer dieses und vieles dergleichen bei sich erwägen wollte der würde ein betrübtes und cremliches leben führen aber herrlich haben sie die sache eingerichtet sie weiden sich selbst die sorge für die schafe empfehlen sie christo oder überlassen sie ihren stellvertretern nicht einmal an ihren titel denken sie er würde sie an die arbeit sorge bekümmernis eines bischofs erinnern ja wenn es um geld sammeln zu tun ist dann erinnern sie sich bischof bedeute einen aufseher und sie haben die augen ganz offen die kardinäle sollten freilich denken wir sind an die stelle der apostel gekommen was sie taten wird auch von uns gefordert wir sind nicht die herren der geistlichen gaben sondern nur die verwalter derselben in kurzem werden wir darüber die genaueste rechenschaft abzulegen haben was bedeutet unser weißes gewand die höchste und erhabendste unschuld des lebens was der purpur darunter die inbrünstige liebe gegen gott was der so weite obermantel dass er das ganze maultier seiner eminenz bedecket ja ein kamel bedecken könnte eine weit ausgedehnte liebe die sich jedermanns annimmt lehrt ermahnt bestraft erinnert streitigkeiten schlichtet ruchlosen fürsten widersteht und willig nicht nur reichtümer sondern das blut selbst zum besten des christenvolkes aufopfert aber wozu solche reichtümer für statthalter der armen apostel ja wenn sie diese dinge bedenken wollten so würden sie sich keine mühe geben diese würden zu erhalten oder sie würden sich ihrer mit freuden entschlagen oder sie würden nach der weise der alten apostel ein ganz arbeitsames und sorgenvolles leben führen wenn die päpste christi statthalter seinem leben nachzueifern trachteten nämlich seiner armut seinen arbeiten seiner lehre seinem kreuze seiner verachtung des lebens wenn sie auch nur an den namen papst das ist vater oder an den beinamen allerheiligster dächten was würde dann auf erden trauriger sein wer würde sein vermögen zur erkaufung dieser stelle anwenden wer würde schwert gift und jede gewalttat hervorsuchen um sich auf der erkauften stelle zu behaupten wie viele bequemlichkeiten würden wegfallen wenn sie einmal der weisheit gehör geben der weisheit sage ich ja wenn sie euch nur ein körnlein des von jesu gelobten salzes in sich hätten so viele reichtümer ehren herrschaft ziege pflichten verwaltungen zölle ablässe pferde maultiere drabanden wollüste ergötzlichkeiten o welch ein reichtum von herrlichkeiten habe ich in wenige worte zusammengefasst einen ganzen jahrmarkt eine ganze ernte an die stelle dieser dinge würden schlaflose nächte kommen fasten tränen gebete predigten tiefsinnigkeiten seufzen und tausenderlei dergleichen jämmerliche arbeiten hierzu kommen so viele schreiber kopisten notäre advokaten promotoren sekretäre eseltreiber roßkamme schmarotzer unterhändler gelegenheitmacher und ich hätte bald noch etwas schändlicheres hinzugesetzt wenn ich nicht die ohren schonen wollte kurz eine so große menge von menschen die dem sitze zu rom zu last fallen nein ich irre mich ehre macht würde sich des hungers nicht verwehren können ja unmenschlich abscheulich wäre dieses aber noch weit verruchter wenn man sogar die übersten fürsten der kirche diese wahren lichter der welt an den bettelstab bringen wollte jetzt aber wird alles was nur ein wenig mühsam ist einem petrus und paulus überlassen die dazu zeit und muße genug haben was prächtig und angenehm ist behält man weislich für sich selbst also geschieht es durch meine vermittlung daß bald keine art von menschen weichlicher lebt unbekümmerter sie glauben ihrer christenpflicht vollkommen zu entsprechen wenn sie in einem mystischen und beinahe theatralischen aufputze mit zeremonien mit titeln die alles was heilig ist in sich schließen und mit segen und verwünschen bischof verspielen wundertun ist etwas veraltetes und den heutigen zeiten ganz und gar nicht angemessen das volk lehren ist knechtische arbeit die schrift erklären schulfüchsisch beten zeitverschwendung weinen elend und weibisch arm sein schändlich sich besiegen lassen schimpflich und dem unanständig der kaum die größten könige zum heiligen fuß kusse läßt sterben unangenehm sich ans kreuz schlagen lassen ein schandfleck es bleiben ihnen keine andern waffen und sanfte segnungen übrig als die deren paulus brief der römer meldung thut und mit denselben sind sie gewiß sehr freigebig interdiktionen suspensionen aggravationen anathematisationen verdammungsgemälde und der entsetzliche bannstrahl der schon einig ein stand ist die seelen der sterblichen mit einem winke bis in die unterste hölle zu stürzen den christor allheiligsten väter und stadthalter christi schießen solche pfeile wieder niemanden schärfer los als wieder die welche sich durch den teufel verleiten lassen das patrimonium des petrus zu schmälern dieser apostel sagt im evangelium wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt und doch nennt man landgüter städte zölle schätze herrschaften das patrimonium desselben um solcher dinge willen ergreift sie der eifer christi mit feuer und schwert verteidigen sie den besitz derselben wenn gleich noch so viel christenblut darüber vergossen wird dann erst glauben sie dass sie die kirche die braut christi apostolisch verteidigt haben wenn die sogenannten feinde tapfer abgetrieben worden als ob es schädlichere feinde der kirche gebe als gottlose päpster die durch ihr stillschweigen christum lassen zernichtet werden ihn durch eigennützige gesetze binden durch erzwungene auslegungen schänden durch ein vergiftetes leben töten durch blut wird die christliche kirche gezeugt befestigt ausgebreitet jetzt als ob kein christus mehr wäre der die seinen auf seine weise beschützen könnte wird seine sache durch das schwert betrieben um den krieg ist es etwas so unmenschliches dass man ihn den wilden tieren überlassen sollte nach der meinung der dichter ist er ein geschenk der furien er ist eine solche pest dass die sitten dadurch ganz und gar verdorben werden etwas so ungerechtes dass er durch die schlimmsten straßenräuber am besten betrieben wird so ruchloses dass er mit christus nicht in der geringsten gemeinschaft steht doch setzt man alles übrige hintan und betreibt nur diesen man sieht grauköpfe die sich hier jugendlich munter erweisen keinen aufwand sich dauern lassen durch kein arbeiten ermüdet durch nichts abgeschreckt werden wenn es zu tun ist die religion den frieden alle menschlichkeit in die äußerste zerrüttung zu setzen es fehlt auch an gelehrten fuchsschwänzern nicht die diese handgreifliche tobsucht eifer frömmigkeit tapferkeit nennen sie haben einen weg ausgedacht auf dem man dem bruder den dolchen durch das herz jagen kann ohne sich an dem gebote christi von der nächsten diebe zu vergreifen ich bin noch nicht mit mir einig ob einige deutsche bischöfe hier gelernt oder gelehrt haben ganz geradezu gottesdienst segen und andere dergleichen zeremonien an einen nagel hängend völliges ertrappen zu spielen so daß sie es bald an einem bischof für feigheit und unanständigkeit halten irgendwo sonst als in der schlacht gott die tapfere seele zu übergeben gemeine priester würden sich's zur sünde rechnen von der heiligkeit ihrer prilaten abzuarten o man sehe wie kriegerisch sie die rechte der zehnten mit schwert und spieß und steinen und allen arten von kriegsgeräte verteidigen vortrefflich scharf sind ihre augen wenn es zu tun ist aus alten schriften etwas herauszukrübeln dadurch sie dem armen pöbel einen schrecken einjagen und datun können daß ihnen noch mehr als nur der zehnten gebühre inzwischen haben sie es ganz vergessen wie vieles man hin und wieder von ihren pflichten gegen die lügen lese und doch sollte wenigstens ihr beschorener scheitel sie erinnern ein priester müsse von allen lüsten dieser welt frei sein und bloß himmlischen dingen nachsinnen die allerliebsten männerchen sprachen sie haben sich ihre amtspflicht redlich entladen wenn sie ihre gebeterchen so herausgemummelt haben daß ich mich ich weiß nicht zu was verwunden sollte wenn irgendein gott es hört oder versteht denn sie selbst hören und verstehen es kaum wenn sie es aus dem maule heraus drängen doch stimmen priester und leihen diesorts überein wenn es um einanden zu tun ist so ist alles ungemein wachsam und die dahin gehörenden gesetze sind jedermann bekannt wenn sich aber etwas lästiges zeigt ho da wirft einer es weislich auf die schultern des andern man sollte meinen beim ballspiele zu sein die fürsten die regierungssachen ihren räten und diese wieder den unterbeamten übertragen so überlassen die großen kleriker aus bescheidenheit den fleiß der gottseligkeit ganz dem gemeinen manne dieser sendet ihn an die sogenannten geistlichen als ob er mit den geistlichen geschäften nichts zu tun und durch das taufgelübd zu nichts dergleichen verpflichtet wäre die sogenannten säkularpriester wählen als ob sie sich nicht christus sondern der welt gewidmet hätten diese last auf die regularen die regularen auf die mönche die strengern müssen sie von den weniger strengen annehmen alles fällt zuletzt auf die bettelmönche doch wissen auch diese es auf die kathäuser zu schieben bei welchen einzig die frömmigkeit begraben liegt denn wirklich liegt sie da so verborgen daß schwerlich jemand sich betrümen können etwas davon gesehen zu haben also waren päpste die in der geldernte unermüdet sind jene allzu apostolischen arbeiten an die bettelbrüder diese wieder an solche welche den schafen alle wolle abscheren doch hierher gehört's nicht das leben der päpste und priester durch die musterung gehen zu lassen man würde sonst denken es sei mir um eine satire und nicht um eine lobrede zu tun und man würde auf den argwohn geraten ich wolle gute fürsten durch die hechel ziehen indem ich böse lobe ich habe aus keiner andern ursache auf diese dinge gedeutet als daß man es desto deutlicher einsehen möge kein sterblicher könne ein wonnevolles leben führen solange nicht zu meinem dienst eingeweiht ist und in meiner gunst steht denn wie solle dieses möglich sein da selbst die rhamnusische göttin die beglückerin aller menschlichen dinge mit mir so sehr unter der gleichen decke liegt daß sie sich jenen weisen stets im höchsten grade feindselig erwiesen und hingegen den narren auch im schlaf alles gute zugeschanzt hat ihnen meine herren wird jener timotheus bekannt sein der arteniensische feldherr den man das glückkind zu nennen pflegte von ihm kommt das sprüchwort her dem schlafenden fischer hüpfen die fische ins gard und ihn begünstigt die eule der minerva von dem weisen hingegen heißt's erst unter einem bösen planeten geboren immer reutet er ein stolperndes pferd sein gold ist flitterware doch genug gesprüchwortelt man möchte sonst glauben ich habe den adagienkasten meines erasmus geplündert ich lenke wieder ein die göttin des glücks liebt die schwindelköpfe die tollkühnen die alles aufs spiel setzen die weisheit macht schüchtern daher sieht man wie die weisen mit der armut kämpfen den magen voll hunger und den kopf voll wind haben und ein verachtetes unberühmtes verhasstes leben führen den narren regnet das geil zu sie sitzen am steuerruder alles ist blühend bei ihnen wenn es einmal ein glück ist großen fürsten zu gefallen und unter meinem günstlingen den mit edelgesteinen behangenen erdengöttern seinen wandel zu führen was kann unnützes sein was von diesen menschengeschöpfe mehr verabscheutes als die weisheit wenn es um reichtümer zu tun ist wie wird es um den gewinn des sich auf der weisheitsjagd vertändelnden kaufmannes stehen wenn ein meinheit ihm ein stein des anstoßes ist wenn er auf einer lüge ertappt rot wird wenn er sich um die gewissensgrübeleien der weisen über diebstahl und wucher nur ein haar bekönnt wer sich nach den ehrenstellen und gütern der kirche bestrebt muß sich der weisheit hurtig entschlagen sonst wird jeder esel jeder büffel ihn überlaufen wenn sie meine herren eine neigung zur wollust haben so lassen sie sich berichten daß ein mädchen ein solches wird ihnen wohl im kopf verstecken einem narren von ganzen herzen gewogen ist und den weisen wie einen skorpion verabscheut und flieht wenn es ihnen um ein lustiges leben zu tun ist oh so lassen sie sich ja keinen weisen mehr kommen und wählen sie sich lieber den ersten den besten dummkopf zum gefährten kurz wohin man sich immer wendet an päpste fürsten richter obrigkeiten freunde feinde hohe niedere alles richtet sich nach dem gelde freilich verachtete weise das geld aber es läßt sich auch recht angelegen seyn ihn zu fliehen ja meine herren wenn man einmal anfängt mich zu loben so verliert man maß und ziel und doch muß jede rede einmal zu ende gehen auch ich werde zu reden aufhören aber dann erst wenn ich mit wenigem werde gezeigt haben es fehle nicht an großen schriftstellern die mich durch feder und leben berühmt gemacht haben sonst würd ich bloß eine arme nährin zu sein scheinen die niemanden als sich gefällt auch würden die herren gesetztrechsler es mir zur schande rechnen daß ich nicht zitiere nun denn nach ihrem beispiele will in das kreuz und in die quer zitieren erstlich habe ich weiß nicht wo gelesen wo es am wesentlichen fehle sei das scheinbarste das beste auch der schuljugend selbst pflegt man es einzuschärfen gelegentlich den narren zu spielen sei große weisheit schon hieraus wird man den schluß ziehen können um die narrheit müsse es etwas vortreffliches seyn weil auch ihr täuschender schatte und ihre bloße nachahmung von den gelehrten so sehr herausgestrichen wird horatz der sich selbst ein fettes und glänzendes schwein aus epikurs herden betitelt sagt's recht ehrlich heraus in die weisheit müsse sich narrheit mischen nur hätt er der narrheit nicht das lumpenwörtchen kurz dauernd vorhersetzen sollen eben dieser sagt auch schicklich den narren zu treiben macht vergnügen und besser ist's ein narr und tölpel zu scheinen als weise zu sein und ausgezischt zu werden homer trachtet seinen telemach womöglich bis in den himmel zu erheben und doch nennt er ihnen zuweilen einen närrischen jungen und ein gutes zeichen für jeden ist es den die dichte mit diesem beinamen beehren was enthält die heilige ilias anders als den zorn närrische könige und völker cicero redet mein lob frei heraus da er sagt die welt ist ganz mit narren bevölkert und wer weiß nicht dass jedes gute um so viel vortrefflicher sei um so viel ausgedehnter es ist vielleicht stehen diese schriftsteller bei den christen in schlechten rufe ich will daher wenn man es für gut findet mein lob auch auf stellen der heiligen schrift steuern oder gründen euch aber ihr herren theologen muß ich zuvor in demut um erlaubnis dazu bitten und weil ich ein schweres werk beginne und es vielleicht ein verbrechen wäre die musen von ihrem helikon eine so weite strecke zum zweiten male herab zu bemühen in sonderheit da ihnen mein gegenstand etwas fremd sein möchte so wird's vielleicht verträglicher seyn daß mittlerweil alldieweil ich die rolle eines theologen spiele und mich durch so dörnigte wege hindurchreiße die seele des gotes spitziger als ein igel oder stachelschwein in meine brust wandere aber sich bald wieder weg trolle woher es ihr dann belieben wird wenn es auch auf den rabenstein seyn sollte möcht ich mein gesicht ändern und mich recht theologisch aufstutzen können ich fürchte aber anbei auch man werde mich eines diebstahls beschuldigen daß ich so vieles theologisches zeug aus meiner ficke hervorziehend die schränke der grundgelehrten männer heimlich geplündert habe man hat sich aber nicht groß zu verwundern wenn ich in meinem langen und genauen umgang mit den theologen etwas erhascht habe dann hat nicht auch jener holzbock der gott priapus beim lesen seines herrn und meisters einige griechische wörter bemerkt und im gedächtnisse behalten und lucians hahn der lange unter den menschen lebte hatte nicht auch wie ein mensch geplaudert wohlan denn glück zu unternehmen der prediger schreibt im ersten kapitel die zahl der narren ist unendlich nun sollt die unendliche zahl nicht alle sterblichen in sich schließen außer einige wenige aber wer ist so glücklich gewesen diese zu sehn noch offenherziger sagt jeremias im zehnten kapitel die sache heraus durch ihre weisheit sind alle menschen zu narren geworden gott einzig legt er weisheit bei und wirft den menschen überhaupt die narrheit zum erbtheile hin kurz vorher hatte er gesagt der mensch rühme sich nicht in seiner weisheit warum ehrlicher jeremia soll der mensch sich nicht in seiner weisheit rühmen auf diese frage würde er anders nichts sagen als weil er keine weisheit besitzt ich komme wieder auf den prediger da er ausruft eitelkeit der eitelkeiten alles ist eitel so wird wohl niemand glauben dass er dadurch etwas anders habe andeuten wollen als was bereits gesagt worden das menschliche leben sei ein bloßes narrenspiel dieses legt dem auf mich verfertigten und bereits angeführten lobspruch des cicero seine stärke bei es wimmle alles von narren wenn jener weise mann ferner sagt der narr ändert sich wie der mond der weise bleibt wie die sonne was sagt er dadurch anders als das ganze menschengeschlecht sei närrisch und gott allein gebühre der titel eines weisen denn durch den mond versteht man die menschliche natur durch die sonne hingegen gott die quelle alles lichtes christus stimmt in dem evangelium diesem bei da er sagt man müsse gott allein gut nennen nun wenn jeder unweise ein narr jeder gute aber ein weiser ist wie die stoiker lehren so folgt nothwendig daß alle sterblichen närrisch sind salomon sagt im fünfzehnten kapitel seiner sprüche die narrheit macht dem narren freude er gesteht es also rund heraus ohne die narrheit habe dieses leben nichts angenehmes hierher gehört auch dieses wo viele weisheit ist da ist viel schmerzen und wo viel verstand ist kremt man sich sehr eben hievon redet auch dieser vortreffliche prediger im siebenten kapitel das herz der weisen ist bei der traurigkeit das herz der narren bei der freude es war ihm nicht genug daß er sich mit der weisheit bekannt machte nein er wollte zugleich mich kennen wer mir auf mein wort nicht glauben will der höre seine worte des ersten kapitels ich habe mein herz darauf gesetzt zu wissen was klugheit und lehre was irrtümer und narrheit seien hier ist zu bemerken daß er aus erbietung für die narrheit sie zuletzt genannt hat denn der prediger schreibt und bekanntermaßen ist dieses die predigerweise der welcher an würde der erste ist solle die letzte stelle einnehmen und hiemit stimmt das evangelische gebot überein daß die narrheit der weisheit vorzuziehen sei sagt auch deutlich jener eglesiastikus wie er immer gewesen in seinem vierundvierzigsten kapitel doch nein meine herren ich werde seine worte nicht eher in der anführen als bis sie mir beim herkules sei es geschworen gewisse einleitungsfragen wie es beim plato die machen welche sich mit dem sokrates unterreden richtig beantwortet haben nun schickt sich's besser etwas seltenes und kostbares zu verbergen als etwas gemeines und geringes wie sie schweigen gut wenn sie gleich mäusestill dastehen so soll das sprüchwort der griechen für sie antworten den irdenen wasserkrug läßt man an der tür stehen nein niemand versündige sich durch verspottung dieses sprüchwort wir finden es bei dem von unseren meistern göttlich verehrten aristoteles würde meine herren einer von ihnen nars genug sein seine edelgesteine und sein geld auf die straße hinaus zu legen im innersten zimmer in den geheimsten winkeln eiserner küsten werden sie es verschlüssen was sie öffentlich liegen lassen muß wirklich ein quark sein wenn man also das kostbare verschließt und das schlechte öffentlich liegen läßt folgt nicht deutlich die weisheit die er zu verbergen verbietet nun möge man seine eigenen worte hören der mensch der seine narrheit verbirgt ist besser als der mensch der seine weisheit verbirgt die heiligen bücher schreiben auch der narrheit ein aufrichtiges gemüt zu all dieweil der weise meint daß niemand ihm zu vergleichen sei einmal verstehe ich es so was der prediger im zehnten kapitel sagt wenn der narr auf die straße geht so glaubt er weil er närrisch ist jeder der ihm begegnete sei ein narr o welche redlichkeit er achtet jeden so gut als sich er da jedermann hohe gedanken an sich selbst hat teilt seinen ruhm mit jedermann ein so großer könig schämte sich auch dieses beinamens nicht der im dreißigsten kapitel sagt ich bin der närrischste unter den menschen und auch paulus der heidenlehrer bezeugt in seinem brief an die korinther daß er sich den titel eines narren sehr wohl gefallen lasse als ein narr spricht er sag ich es mehr als irgend ein anderer als ob er sich's zur schande rechnete an narrheit übertroffen zu werden freilich widerspreche mir einige nasenweise die sich mit ihrem griechischen brüsten die heutzutage recht grehenmäßig die augen so vieler theologen auspicken und ihr in auslegungsquark andern aufdringen wollen und hier kann mein erasmus den ich oft aus hochachtung nenne anspruch wo nicht auf die erste doch auf die zweite stelle machen ja rufen sie sich so auf die angeführte stelle zu beziehen ließ sich wirklich von niemanden als von der narrheit erwarten der apostel hatte was ganz anders im sinn als ihm hier angeträumt wird in diesen worten ist es ihm nicht darum zu tun dass man ihn für närrischer als andere halten solle sondern er sagt sie sind diener christi und auch ich bin es und sich gleichsam rühmend daß er den übrigen nicht nur gleich sei sondern sie diesorts noch übertreffe setzt er hinzu noch mehr als sie damit man aber nicht denken möge er sage dieses aus stolze bewahr daß ich durch den zusatz er habe töricht geredet als ein unweiser spricht er sag ich es denn bekanntermaßen haben die narren das vorrecht dinge zu reden an denen man sich aus ihrem munde nicht ärgert was paulus da er das obere geschrieben bei sich gedacht habe überlaß ich diesen herrn es auszufechten ich drehte in die fußstapfen der großen fetten dicken und den meisten beifall erhaltenden theologen denn beim jupiter ein großer teil der lehrer will lieber mit diesen irre gehen als mit jenen griechischen lateinischen und hebräischen dreizünglern den richtigen weg einschlagen auf ihre reden achtet man so wenig als auf ein krähen gewäsche in sonderheit da ein ruhmvoller theolog dessen namen ich mit vorbedacht verschweige damit nicht eine griechische krähe das der esel bei der leier spöttisch ausrufe diese stelle theologisch meisterhaft erklärt mit den worten als ein unweiser sag ich es ich bin es mehr als sie fängt er ein neues kapitel an und mit einem dialektischen meisterzuge fügt er einen neuen abschnitt bei und dieses auf folgende weise dabei ich seine eigenen worte nicht nur formaliter sondern auch materialiter anführen will als ein unweiser sag ich es das ist wenn ich euch als nachvor komme indem ich mich den falschen aposteln an die seite setze so werdet ihr mich noch für närrischer halten daß ich ihnen den weg ablaufe aber bald darauf fällt der gute mann der kein eisenmäßiges gedächtnis haben muß auf etwas ganz anderes aber was hab ich nötig mich ängstlich auf ein einzelnes beispiel zu berufen die theologen haben sich ja augenscheinlich das recht verschafft den himmel das ist die heilige schrift wie der schuste des leder auszudehnen beim paulus widersprechen sich gewisse worte der schrift die sich an den stellen daraus sie gezogen sind nicht widersprechen wenn man den fünfzüngigen griechisch lateinisch hebräisch kaldeisch und dalmatisch redenden hieronymus glauben zustellen kann zum exempel der apostel sah in athen die aufschrift eines altars er verdreht sie zum behufe des christlichen glaubens indem er alles das weglässt was seiner sache hätte nachteilig sein können und nur diese worte dem unbekannten gott und zwar auch geändert anführt die ganze aufschrift lautete also den gottern von asia europa und afrika den unbekannten und fremden gottern nach diesen beispiele wie mich deucht richten sich unsere heutigen theologen hier und da glauben sie vier oder fünf wörtchen zusammen und auch diese wenn es nötig ist drehen sie so lang herum bis sie dabei ihren vorteil finden mein gleich das vorhergehende und folgende nichts dazu hülft oder im vulgar gerade widerspricht dieses thun sie mit einer so glücklichen unverschämtheit daß oft die rechtsgelehrten auf die theologen eifersüchtig werden worin sollte es ihnen jetzt nicht gelingen jener große theolog bald hätte ich ihn wieder genannt wenn der esel bei der leier mich nicht nochmals abgeschreckt hätte hat ja aus einigen worten des lukas eine meinung herausgeleihet die mit dem sinne christi so verträglich ist wie das feuer mit dem wasser da sich die äußerste gefahr näherte eine zeit in welcher getreue anhänger sich am geflissensten erweisen ihren gönnern beizustehen und nach bestem vermögen auf ihrer seite zu streiten da fragte christus seine jünger die er lernen wollte sie auf keine solche äußerlichen verteidigungsmittel zu verlassen ob sie je an etwas mangel gehabt haben da er sie ohne reisegeld ausgesandt hatte daß sie weder mit schuhen zur verteidigung wider dornen und steine noch mit einem reisesack und nahrungsmittel zur abtreibung des hungers versehen gewesen nein sagten sie nie hatten wir mangel jetzt aber sprach er wer einen beutel und sacke hat nehm ihn und wer kein schwert hat kaufe eines wenn er gleich deswegen seinen rock verkaufen müßte da christus stets die sanftmut verträglichkeit und verachtung des lebens einschärfte so ist hier seine meinung nicht schwer zu finden nämlich um seine gesandten jetzt noch mehr zu entwaffnen sagt er ihnen sie sollen sich nicht nur der schuhe und des sackes entschlagen sondern auch den rockwerk werfen um das evangelische geschäft desto hurtiger und ungehinderter betreiben zu können sie sollen sich nichts anschaffen als ein schwert nicht ein solches mit welchem räuber und mörder zu würgen pflegen sondern das schwert des geistes das bis in das innerste der seele trinkt und daraus alle leidenschaften so ausrottet daß nichts als frömmigkeit in dem herzen herrscht man sehe aber wie jener theolog die sache zu verdrehen weiß das schwert erklärt er für die verteidigung gegen die verfolgung durch den sack versteht er einen zureichenden vorrat von lebensmitteln als ob christus seine meinung ändernd weil es das ansehen haben könnte er habe seine gesandten nicht stattlich genug ausgerüstet über seine vorige anordnung einen widerruf tue also hätte er seine vorigen aussprüche vergessen sie werden selig sein wenn man sie schmähe schimpfe peinige sie sollen den bösen nicht widerstehen denn die sanftmütigen seien selig nicht die trotzigen sie sollen die vögel und die lilien zum beispiel nehmen jetzt sollen sie sich wohl hüten die reise ohne schwert anzutreten ehender sollen sie ihre kleider verkaufen wie er also meint daß unter dem wort der schwert alles verstanden werde das zur abtreibung eines feindlichen angriffes dienlich sein kann also versteht er durch beutel und sack alle lebensbedürfnisse also versteht dieser dolmetscher des geistes gottes die apostel mit ober und untergewehr um soldaten mäßig den gekreuzigten zu predigen auch lässt er ihnen an reisegepäcke und mundprovianten nicht fehlen damit sie nicht genötigt seien auch das schlechteste gasthaus mit hungernden magen zu verlassen der mann läßt sich's auch nicht anfechten daß auf dem befehl ein schwert zu kaufen bald ein anderer erfolgte der das schwert einstecken hieß auch daß es nie erhört worden daß die apostel sich wieder angriffe der heiligen des schwertes und schildes bedient haben etwas das sie ohne zweifel getan hätten wenn ihnen dazu ein befehl wäre gegeben worden ende von abschnitt 14 gelesen von julian niedermeyer abschnitt 15 von das lob der narrheit von desiderius erasmus diese liebe works aufnahme ist in der public domain ein anderer den ich aus hochachtung nicht nenne und der ein sehr berühmter mann ist macht aus den bei dem habakuk vorkommenden häuten das ist gezellten der medianiten die haut des lebendig geschundenen bartholomeus neulich wohnt ich wie ich es oft thue einer theologischen disputation bei jemand kam mit der frage angestochen auf welche schriftstelle sich's gründe daß man einen ketzer ehender durch feuer und schwert als durch vernunftgründe besiegen müsse ein saurer graukopf an dem schon die gerümpfte stirn den theologen verriet schrie auf eine chemische weise dieses gesetz hat ja paulus gegeben da er sprach einen ketzerischen menschen meide nachdem du ein etliche mal ermahnet hast nachdem er diese worte mit großem nachdrucke verschiedenem mal wiederholt hatte und jedermann im zweifel war was sich doch in des mannes kopfe müsse zugetragen haben ließ er sich's endlich gefallen sich näher zu erklären um diese seine erklärung zu verstehen müssen sie meine herren wissen daß der mann latein geredet habe und meide in dieser sprache heißt devita nun spaltete der verschmitzte mann dieses wort und schrie heißt's nicht ausdrücklich devita aus dem leben weg und ist's nicht klar daß man die ketzer verbrennen und die asche in die luft streuen müsse einige lachten doch fehlt es auch an solchen nicht denen diese erklärung recht theologisch zu sein schien weil sich aber doch noch ungläubige finden lassen ließ sich's unser unbesiegbarer held gefallen den knoten mit einem mal zu zerschneiden indem er sprach merket auf es steht geschrieben einen malefikanten soll man nicht leben lassen nun ist jeder ketzer ein malefikant und folglich und so weiter alle anwesenden bewunderten des mannes scharfsinn und fielen seiner meinung mit haut und haaren bei keinem träumte auch nur daß das gesetz von zauberern rede die hier durch malefikanten verstanden werden sonst müßte man auch jeden hurer und trunkenbold die ja auch malefikanten oder übeltäter sind mit dem tode bestrafen bin ich aber nicht närrsch daß ich mich bei dingen verweile denn es so unzählbar gibt daß in den tausend von dem chrysippus und dem didymus geschriebenen wänden nicht raum finden könnten nur dieses möcht ich mir ausgebeten haben da man es jenen meistergelehrten nicht übel nimmt wenn sie zuweilen einen fehlschluß tun so hoff ich man werde für mich auch deren theologische einsichten noch auf sehr schwachen füßen stehen nachsicht haben wenn ich nicht alles haarklein abgezirkelt habe endlich komm ich wieder auf den paulus in dem er von sich selbst redet spricht er ihr pfleget die thorn mit geduld zu ertragen nehmt auch mich als einen thorn an ich rede nicht nach gott sondern wie in torheit wir sind narren um christi willen man hat gehört wie der große mann zum lobredner der narrheit wird ja öffentlich fordert er zur narrheit auf als zu der notwendigsten und heilsamsten sache wer unter euch weise zu sein scheint der werde ein narr damit er weise werde beim lukas werden zween jünger zu denen jesus sich auf dem wege gesellt von ihm narren genannt noch mehr verwundere ich mich darüber daß paulus das herz hat gott selbst etwas von narrheit zuzuschreiben gottes narrheit ist besser als der menschen weisheit der ausleger origines will nicht daß man diese narrheit der meinung der menschen beilege wie auch nicht die stelle das wort des kreuzes ist narrheit bei denen die verloren gehen warum bemühe ich mich aber die sache ängstlich durch so viele zeugnisse zu unterstützen in den mystischen psalmen sagt christus gerade heraus zum vater dir ist meine torheit bekannt es geschieht nicht von ungefähr daß gott an den narren ein so herzliches wohlgefallen hat die ursache wird wohl diese sein bei den größten fürsten sind die welche allzu klug und scharfsichtig sind verdächtig und verhaßt also traut caesar den prutus und cassius nicht setzte aber kein mißtrauen in den nassen bruder antonius nero konnte den seneca nicht leiden dionysus den plato nicht hingegen machen ihnen die dickköpfichten und unweisen ein großes vergnügen gleicherweise verabscheut und verdammt christus durchgehends jene weisen die sich auf ihre klugheit was großes einbilden paulus gibt es deutlich zu verstehen wenn er sagt was närrisch vor der welt ist das hat gott gewählt es hat gott gefallen durch narrheit die welt zu erhalten die welt die durch weisheit nicht zu verbessern war ja gott selbst spricht durch den mund des propheten ich will die weisheit der weisen verderben und die klugheit der klugen zernichten auch hat christus gott gedankt daß er das geheimnis des heils den weisen verborgen und den unmündigen nach der kraft der grundsprache den narren geoffenbart habe die er den weisen entgegensetzt hierher gehört auch daß christus in dem evangelium durchgehends den pharisäern schriftgelehrten und gesetz erklären den krieg ankündigt und hingegen den ungelehrten pöbel in seinen schutz nimmt denn das wehe euch schriftgelehrten pharisäern wird zuletzt anders nichts sagen wollen als wehe euch weisen kindern weibern fischern war er vorzüglich gewogen unter den tieren gefielen ihm die vorzüglich welche von der klugheit des fuchses am weitesten entfernt sind er wehte sich einen esel bei seinem einzuge und hätte sich wenn es ihn beliebt hätte ebenso sicher dazu eines löwen bedienen können der heilige geist kam in der gestalt einer taube herab nicht eines adlers oder geiers ferner nimmt die heilige schrift oft gleichnisse von hirschen rehen und lämmern her die zur unsterblichkeit auserwählten werden schafe genannt nun gibt's nichts dümmeres als dieses tier und schon beim aristoteles steht ein schafskopf in keinem großen ruhme christus schämt sich nicht für den hirten einer solchen herde gehalten zu werden und johannes bezeugt daß es ihm gefallen habe wenn man ihn ein lamm nennte siehe das lamm gottes und so wird er im buche der offenbarung oft betitelt was heißt alles dieses anders als die menschen auch die frommen seien narren christus um der nachheit des sterblichen zu hülfe zu kommen da er die weise des vaters war habe selbst etwas von dieser art mit des menschen natur angenommen da er in seinen gebärden als ein mensch erfunden worden so wie er auch um der sünde abzuhelfen zur sünde geworden und abhelfen wollte er bloß durch die torheit des kreuzes sich auch nur dummer und ungelehrter apostel bedienend denen er fleißig nachheit empfiehlt die von der weisheit abschreckend indem er ihnen kinder lilien senfkörner sperlinge zum muster der nachahmung anpreist dumme und verstandlose geschöpfe die bloß durch den natürlichen instinkt ohne kunst und sorge fortdauern er will daß sie sich nicht darum bekümmern sollen was sie von den großen der welt reden wollen er verbietet ihnen den zeiten und ihren veränderungen nachzuforschen damit sie sich in nichts auf eigene klugheit sondern ganz auf ihn verlassen mögen gott der baumeister der welt verbietet den ersten menschen von dem baume der erkenntnis nur das geringste zu kosten gerade als ob dieses für die glückseligkeit ein gift wäre paulus spricht deutlich daß das wissen etwas aufblähendes und schädliches sei bernardus wenn ich mich nicht irre nahm ihn zum muster da er den berg den luzifer nach einer meinung zu seinem wohnsitze gewählt den berg der erkenntnis nennt vielleicht verdient auch dieses zum beweise angeführt zu werden daß die nachheit bei den himmelsbewohnern in gunst stehe man beruft sich auf sie wenn man verzeihung wegen eines fehlers erhalten will der weise weiß wohl daß er nicht vergebung findet wenn er etwas verfehlt hat und was tut er in solchem falle er gibt vor daß er sich gleich einem narren betragen habe wenn aaron wenn ich mich recht erinnere im vierten buche des moses die sünde seines weibes abbittet so spricht er ich bitte dich mein herr rechne uns diese sünde nicht zu die wir töricht begangen haben auch saul bittet den david also um vergebung es liegt ja klar am tage daß ich töricht gehandelt habe david selbst trachtet sich also bei gott einzuschmeicheln ich bitte dich herr nimm das verbrechen von deinem knechte weg denn wir haben töricht getan als ob er keine vergebung hätte erhalten können wenn er nicht narrheit und unwissenheit vorgeschützt hätte das überzeugendste ist dieses da christus am kreuze für seine feinde bat sprach er vater vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun ihre unklugheit hält er für ihre beste entschuldigung also schrieb paulus an den timotheus gott erwies sich mir barmherzig weil ich es im unglauben unwissend tat was heißt das unwissend anders als er habe es aus narrheit und nicht aus bosheit getan und sieht man hier nicht sogleich nur unter dem schutze der narrheit sei ihm barmherzigkeit widerfahren auch dient hierher die stelle ich führe sie aus vergesslichkeit etwas spät an des mystischen psalendichters gedenke nicht der übertretungen meiner jugend und meiner unwissenheiten haben sie es bemerkt meine herren dass er seine jugend vorschützt die mich zu steten gefährten hat und seine unwissenheiten wo die gebrauchte mehrere zahl die größe seiner toerheit andeutet ende von abschnitt 15 aufgenommen von jule niedermeyer abschnitt 16 von das lob der nachheit von desiderius erasmus diese liebe wachs aufnahme ist in der public domain damit ich mich nicht ins unendliche vertiefe will ich nur überhaupt dieses sagen es scheint wirklich die christliche religion stehe mit der nachheit in einer art von verwandtschaft und vertrage sich mit der weisheit ganz und gar nicht wie man verlangt beweise hierüber hier sind sie erstlich kinder greisen weiber blödsinnige haben vorzüglich ein vergnügen an kirchlichen gebräuchen und zeremonien sie drängen sich stets am nächsten zu den altären und zwar bloß durch einen naturtrieb anbei waren die ersten stifter der religion wunderbare freunde der einfalt und geschworene feinde der gelehrtheit endlich gibt es keine tümere stocknarren als die in denen die flamme der christlichen frömmigkeit lichterloh brennet sie werfen ihr geld reichlich aus achten keine beschimpfung lassen sich betrügen machen keinen unterschied zwischen freunden und feinden verabscheuen die wollust mäßten sich mit fasten wachen weinen arbeiten grümmungen sind des lebens überdrüssig wünschen sich nichts als den tod kurz es scheint selbst der gemeine menschenverstand könne keinen eindruck mehr in sie machen es ist als ob sich ihr geist um eine andere herberge umgesehen und seinen leib verlassen habe und was ist dieses anders als wahnsinn nein es ist sich eben nicht groß darüber zu verwundern daß es schien die apostel seien voll süßen weins und daß es den richter festus deuchte paulus rase da es mir einmal geglückt ist mich gleich jenem esel in der löwenhaut sehen zu lassen so will ich es wagen auch dieses zu behaupten die glückseligkeit der christen um die sie sich so mühsam bearbeiten ist anders nichts als eine art von wahnsinn und schnarrheit nein meine herren bei den worten müssen sie sich nicht aufhalten sondern die sache selbst erwägen die christen die in vielen stücken mit dem platonikern übereinstimmen behaupten die seele sei mit banden des körpers gefesselt und werde durch die schwere desselben gehindert sich zur betrachtung und zum genusse des wahren hinauf zu schwingen daher beschreibt plato die philosophie als eine betrachtung des todes weil sie die seele von sichtbaren und körperlichen dingen entfernt etwas das sie mit dem tode gemein hat solange die seele sich der werkzeuge des leibes richtig bedient ist sie gesund zu nennen wenn sie aber die bande zerreißend sich nach freiheit bestrebt und auf flucht aus dem kerker denkt nennt man es wahnsinn und doch sehen wir zuweilen daß diese art von menschen künftige dinge vorhersagt sprachen und wissenschaften besitzt die sie vorhin nicht erlernet hatte und durchgehends etwas göttliches äußert ohne zweifel kömmt dieses daher daß die von der knechtschaft des leibes etwas freiere seele anfängt sich ihrer angeborenen stärke zu bedienen und eben dieses halte ich auch für die ursache das sterbende zuweilen wie begeisterte reden wenn eine übertriebene frömmigkeit hieran schuld hat so ist's vielleicht eine andere art von wahnsinn doch jenem so nahe verwandt daß die wenigsten menschen den unterschied einsehen in sonderheit da die zahl derer sehr klein ist die sich in allen teilen ihres lebens von den übrigen menschen unterscheiden plate soll uns helfen sie zu beschreiben menschen befinden sich in einer höhle eingeschlossen da sie nichts als den schatten der dinge sehen einer von ihnen hat sich daraus durch die flucht gerettet er kommt wieder zu ihnen und spricht er habe wirkliche dinge gesehen sie befinden sich in einem gewaltigen irrtume da sie glauben es gebe nichts außer den elenden schatten dieser weise hat mitleiden mit dem wahnsinn der sich so sehr irrenden sie aber lachen über ihn als über einen blödsinnigen und stoßen ihn von sich also bewundert der pöbel die körperlichen dinge am meisten und glaubt daß es keine andern gebe fromme hingegen verachten das welches dem körper am nächsten kommt am meisten und werden ganz zur betrachtung unsichtbarer dinge hingerissen jene ziehen die reichtüber allem vor dann denken sie auf die gemächlichkeit des leibes und die seele muß sich mit der letzten sorge behelfen ja die meisten glauben nicht einmal eine seele denn sie läßt sich ja nicht sehen diese hingegen steuern sich zuerst ganz auf gott selbst das einfältigste unter allen wesen nach diesem sehen sie auf das was demselben am nächsten kömmt auf ihre seele auf den leib wenden sie keine sorge und das geld verachten und fliehen sie als ob es kot wäre wenn sie sich je mit etwas dergleichen abgeben müssen so tun sie es als eine schwere arbeit mit widerwillen sie haben's als hätten sie's nicht besitzen's als besessen sie's nicht durchgehend sind sie auch noch auf vielerley weise von einander verschieden ja alle sinnen sind dem leibe anverwandt doch sind einige derselben grüber als das gefühl das gehör das gesicht der geruch der geschmack andere sind von dem körper entfernter als das gedächtniß der verstand der wille da wo die seele sich am meisten an etwas tastet ist sie am stärksten weil die frommen alle ihre seelenkräfte dem widmen das sich von den gröbern sinnen am weitesten entfernt so sind sie hier wie tumm und betäubt mit dem pöbel verhält sich die sache gerade verkehrt haben wir nicht von einigen gottesgelehrten gehört daß sie in ihrer zerstreuung öl anstatt wein getrunken haben unter den leidenschaften der seele haben einige mit dem groben körper mehrere gemeinschaft zum exempel die lüsternheit der wollust die begierde zum essen und schlafen der zorn der stolz der neid mit diesen sind die frommen in stetem kriege verflochten die irdisch gesinnten hingegen meinen daß sichs ohne dieselben nicht leben lasse es gibt leidenschaften von einer mittleren natur sie sind gleichsam etwas natürliches zum exempel liebe gegen das vaterland gegen die kinder die eltern die freunde der gemeine mann räumt denselben etwas ein jene aber trachten auch diese leidenschaften aus der seele zu verbannen wenigstens sich ihrer nur dann zu bedienen wenn sie sich in den höchsten grad der geistigen tugend verfeinert haben so daß sie jetzt zwar den vater lieben aber nicht als vater denn dieser hat ja nichts als den leib gezeigt ja ihn hat man eigentlich gott zu verdanken sondern als einen rechtschaffenen mann aus welchem das bild jenes obersten geistes hervorleuchtet der allein das höchste gut zu nennen ist und außer welchem nichts liebens und wünschenswürdig sein kann eben dieser richtschnur bedienen sie sich auch bei allen übrigen lebenspflichten so daß sie alle orten das sichtbare wo nicht ganz verachten doch weit geringer als das unsichtbare schätzen sie sagen daß sich auch in den sakramenten und in den übrigen gottesdienstlichen handlungen körper und geist finden lassen beim fasten zum exempel halten sie nicht vieles darauf wenn man sich nur von dem fleisch essen und der nachtmahlzeit enthält etwas daß der gemeine mann für ein vollkommenes fasten hält wenn man nicht zugleich auch den neigungen etwas entzieht wenn man sich nicht dem zorne oder dem stolze weniger als sonst erlaubt wenn nicht die sich jetzt durch das körperliche weniger beschwerte seele mühe anwendet zum geschmack und genusse himmlischer güter zu gelangen beim heiligen abendmale sprechen sie ist das ceremonialische nicht zu verachten doch ist es an sich selbst wenig nützlich etwa schädlich wenn nicht das geistliche hinzukommt nämlich was durch die sichtbaren zeichen vorgebildet wird und vorgebildet wird der tod christi dem die menschen durch bezwingung tötung und gleichsam begrabung der neigungen des leibes nachahmen müssen um zu einem erneuerten leben aufzuerstehen und sich mit ihm und untereinander zu vereinigen also beträgt sich und also denkt jener fromme hingegen glaubt der gemeine mann daß die religion anders nichts fordere als sich bei den altären einzufinden sich zu denselben zu drängen den schall der stimmen zu hören und andere dergleichen kleine zeremonien zu sehen und nicht nur in denen dingen die ich beispielsweise angeführt habe sondern durchgehends in allen tun und lassen flieht der fromme von dem körperlichen zum ewigen unsichtbaren und geistlichen weil sich zwischen diesen leuten durchgehends ein so großer unterschied befindet so kommt jeder dem andern als wahnsinnig vor doch läßt sich wenigstens nach meiner meinung dieses wort richtiger den frommen beilegen als den andern und dieses wird sich deutlicher einsehen lassen wenn ich meinem versprechen nach kürzlich werde dagetan haben jene unendliche belohnung sei anders nichts als eine art von wahnsinn sie meine herren müssen wissen daß es dem plateau schon damals etwas dergleichen geträumt habe da er schrieb die wuth der liebenden sei unter allen andern die glücklichste wer durch und durch verliebt ist lebt nicht mehr in sich sondern in dem geliebten und je mehr er sich von sich selbst entfernt und sich dorthin wendet desto mehr wächst seine freude wenn die seele darauf umgeht aus ihrem leibe zu ziehen und sich ihrer körperlichen werkzeuge nicht richtig bedient so legte man diesem ohne zweifel mit grunde dem namen der wut bei was würden sonst die gewöhnlichen redensarten sagen sollen er ist nicht bei sich kehre in dich selbst zurück er ist wieder zu sich gekommen ferner je unumschränkter die liebe ist desto größer und glücklicher ist die wut wie wird es demnach mit jenem leben der himmelsbewohner beschaffen sein nach welchem fromme seelen so imbrünstig seufzen mit siegreicher stärke ausgerüstet wird der geist den körper verschlingen und schwer wird ihm solches nicht fallen er ist bereits schon wie in seinem reicher und schon in vorigen leben hat er den körper zu einer solchen verwandlung gereinigt und verfeinert hernach wird die seele von jenem höchsten und endlich stärkern geister auf eine wunderbare weise verschlungen werden der ganze mensch wird dann außer sich selbst sein nur dadurch beglückt daß er außer sich selbst gesetzt ist und sich durch jenes höchste alles an sich ziehende gut unaussprechlich beseeligt befindet diese seligkeit gelangt mithin erst dann zur vollkommenheit wenn die seelen mit ihren vorigen leibern wieder werden bekleidet und beide unsterblich seien doch weil das leben der frommen anders nichts ist als eine betrachtung jenes lebens und gleichsam einen schattenriss desselben so geschieht es daß sie sich hier schon zuweilen bei einem entzückenden vorschmacke desselben erquicken können freilich ist dieses nur ein überaus kleines tröpflein in vergleichung mit jener quelle der ewigen glückseligkeit doch übertrifft es weit alle wollüste des körpers gesetzt daß man auch alle vergnügungen aller und jeder sterblichen in sich vereinigen könnte so weit besser ist das geistige als das körperliche das unsichtbare als das sichtbare dieses ist's was ein prophetischer apostel hierüber zu sagen gehabt hat kein auge hat's gesehen kein ohr gehört in keines menschen herz ist's gekommen was gott denen bereitet hat die ihn lieben und dieses war maria theil der bey der veränderung nicht wegfällt sondern zur vollkommenheit gelangt wer mit einem solchen gefühle begnadigt worden nur wenige haben sich dessen zu rühmen der fühlt in sich etwas das dem wahnsinn sehr ähnlich ist er redet dinge die nicht zusammenhängen er redet nicht wie die übrigen menschen töne sind es bei denen sich kein verstand äußert in seinem gesichte zeigen sich etwan die seltsamsten gebärden bald fröhlich bald niedergeschlagen weinend lachend seufzend kurz er ist nicht bei sich selbst und wenn er wieder nach hause kommt so will er nichts davon wissen wo er gewesen sei im körper oder außer demselben ob er gewacht oder geschlafen habe was er gehört gesehen gesagt getan sind alles dinge deren er sich nicht erinnern kann als nur durch einen nebel einen traum nur dieses weiß er er sei am glücklichsten gewesen alldieweil ein solcher wahnsinn ihm beseligt habe seine genesung beweint er sein eifrigster wunsch ist daß ein solcher wahnsinn ihm ewig möchte zuteil werden und dieses ist ein sehr kleiner vorschmack der künftigen glückseligkeit doch schon lange habe ich meiner vergessen und bin aus meinen schranken gewichen wem es scheinen möchte ich sei in meinen reden zu frei und zu schwarzhaft gewesen der erinnere sich daß die narrheit und ein weib bisher geplaudert hat dennoch bitte ich sie meine herren recht schön zu bedenken daß man schon bei den alten griechen gesagt habe ein narr rede oft sehr schicklich und den unhöflichen einwurf will ich von ihnen nicht erwarten die griechen haben dieses lob nur einem narren nicht aber einer närrin beigelegt ohne zweifel erwarten sie meine herren zum beschluß eine feierliche zueignung in ihren minen sehe ich es aber seien sie nicht erznarren daß sie sich bereden ich werde mich alles des von mir herausgeschwatzten wörterplundes noch erinnern können die alten sagten weg vom trinkgelage mit dem der nichts vergessen kann ich sage weg aus meinem hörsaal mit dem der ein gutes gedächtnis hat nun meine herren weltberühmte anhänger der narrheit leben sie wohl und wenn sie mir ihren beifall zugeklatscht haben so vergessen sie nicht auf meine gesundheit zu trinken ende von abschnitt sechzehn aufgenommen von julia niedermeyer ende von das lob der narrheit von desiderius erasmus abonniere sie